Jules Verne. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Gelesen von Stefan Kaminski. Professor Liedenbrock. Am 24. Mai 1863, an einem Sonntag, kam ein Onkel, der Professor Liedenbrock, sehr eilig nach Hause in das kleine Haus in der Königsstraße 19 in Hamburg. Die gute Martha glaubte, sie hätte sich in der Zeit für das Mittagessen vertan und war ganz aufgeregt, denn sie hatte soeben erst die Töpfe auf den Herd gestellt. »Schon gut«, sagte ich, »aber hoffentlich hat der Onkel noch keinen großen Hunger, sonst wird der ungeduldige Mann herumzettern.« »Warum kommt der Herr Liedenbrock denn schon heim?«, fragte Martha. »Er wird's uns vermutlich gleich sagen.« Und da kam der Onkel auch schon, und die gute Martha eilte wieder in ihre Küche. Ich blieb allein und dachte gerade, dass es besser wäre, mich in mein Zimmer zu begeben, denn einen zornigen Professor zu beruhigen, war nicht meine Stärke. Doch da hörte ich auch schon die Haustür knarren und die langen Beine des Hausherrn geräuschvoll über die hölzerne Treppe hastig in sein Arbeitszimmer laufen. Im Vorbeirennen warf er seinen Stock mit dem Nussknacker-Kopf in eine Ecke, seinen Hut auf einen Tisch und rief laut nach mir. »Achsel, komm mir nach!« Ich beeilte mich, ins Zimmer meines schlecht gelaunten Onkels zu kommen. Otto Liedenbrock war kein bösartiger Mensch, aber ein schrecklicher Sonderling. Er war Professor am Johanneum und hielt Vorträge über Mineralogie. Es kam ihm nicht unbedingt darauf an, dass seine Schüler fleißig seinen Unterricht besuchten oder aufmerksam zuhörten und etwas lernten. Diese Kleinigkeiten machten ihm keine Sorgen, denn er lehrte nur für sich selbst und nicht für andere. Es gibt manchmal solche Professoren. Leider fiel es meinem Onkel oft nicht leicht, genau das auszusprechen, was er sagen wollte, und deshalb geriet er bei seinen Vorträgen im Johanneum oft ins Stocken und dann kämpfte er manchmal mit einem störrischen Wort, das ihm nicht über die Lippen wollte. Darüber war er dann sehr erzürnt. Nun gibt es in der Mineralogie viele halbgriechische, halblateinische Namen, die schwer auszusprechen sind. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Wissenschaft, aber man muss sich doch fast die Zunge brechen, wenn man von rhomboederischen Krystallisationen, von retinasphaltischen Harzen, von Geleniden, Phangasiden, Molybdaten, Tungstaten, Titaniaten und Zirkonen spricht. Wie dem auch sein mag, mein Onkel war, das kann ich nicht genug betonen, ein echter Gelehrter. Mit seinem Hammer, seiner stählernen Spitzhaue, seiner Magnetnadel, seinem Lötrohr und einem Fläschchen Salpetersäure konnte der Mann umgehen. Er konnte jedes beliebige Metall nach dem Aussehen, der Härte, Schmelzbarkeit, dem Ton, Geruch oder Geschmack ohne großes Nachdenken bestimmen und benennen. Daher hatte auch Liedenbrocks Name in den Gymnasien und Vereinen einen ehrenvollen Klang. Viele große Gelehrte kamen ihn in Hamburg besuchen, darunter Alexander von Humboldt, Antoine-Henri Becquerel oder Kapitän Franklin. Dieser Mann war's, der so ungeduldig nach mir gerufen hatte. Ein großer, magerer Mann mit eiserner Gesundheit und blondem, jugendlichen Aussehen, das ihn um zehn Jahre jünger machte, als er wirklich war. Hinter seiner Brille konnte man seine großen, neugierigen Augen sehen. Er wohnte auf der Königsstraße in einem kleinen Haus, das halb aus Holz, halb aus Ziegelsteinen gebaut war. Man konnte den Onkel für einen deutschen Professor Reich nennen. Das Haus war sein Eigentum. Dort lebte er mit seiner Patin Gretchen, einem siebzehnjährigen Mädchen, der guten Martha und mir. Ich war sein Neffe, ein Waisenkind, und er hatte mich als Handlanger und Gehilfe bei seinen Experimenten ausersehen. Ich gestehe, dass ich an den geologischen Wissenschaften Interesse hatte. Es floss mineralogisches Blut in meinen Adern, und ich langweilte mich mit meinen kostbaren Steinen nie. Alles in allem konnte man in dem kleinen Haus in der Königsstraße glücklich leben. Denn auch wenn mein Onkel öfter zornig war, so liebte er mich doch. Er war einfach nur sehr ungeduldig. Das konnte man auch daran sehen, dass er jeden Morgen an den Blättern seiner frisch gepflanzten Blumen zupfte, damit sie schneller wuchsen. Bei einem solchen Sonderling war nichts anderes möglich, als zu gehorchen. Ich stürzte daher hastig in sein Arbeitstimmer. Ein altes Dokument ist wichtiger als das Mittagessen. Als ich in das Arbeitszimmer trat, saß mein Onkel in seinem großen Lehnstuhl vergraben und hielt ein Buch in den Händen, das er mit großer Bewunderung anschaute. Was für ein Buch! Was für ein Buch! rief er. Dieser Ausruf erinnerte mich daran, dass der Professor Liedenbrock auch ein Büchernarr war. Und ein altes Buch war für ihn umso wertvoller, je seltener es zu finden und je unleserlicher es war. Sieh doch nur, sagte er. Das ist ein unschätzbares Kleinod, das ich heute Morgen in Hevelius' Laden gefunden habe. Prachtvoll, erwiderte ich mit geheuchelter Freude. Ich verstand nicht, weshalb er so viel Lärm um so einen alten, vergilbten Schinken mit verblaster Schrift machte. Der Professor bewunderte das Buch immer weiter. Ist es nicht hübsch? Wunderschön! Was für ein Einband! Und an diesem Rücken sieht man auch nach sieben Jahrhunderten noch keinen Riss. Ich konnte nichts anderes tun, als ihn nach dem Inhalt zu fragen, obwohl der mich nicht sehr interessierte. Und wie heißt dieses merkwürdige Buch? Dieses Werk ist die Heimskringla von Snorre Störleson, dem berühmten isländischen Chronisten aus dem 12. Jahrhundert. Es erzählt die Geschichte der norwegischen Fürsten, die auf Island herrschten. Wirklich? Rief ich so freudig wie möglich. Ist es denn eine deutsche Übersetzung? Nein, entgegnete der Professor. Keine Übersetzung. Ein Originalwerk in isländischer Sprache. Ein Manuskript. Ein Runenmanuskript. Runen? Ja. Weißt du, was Runen sind? Natürlich, erwiderte ich beleidigt. Doch mein Onkel begann trotzdem mir zu erklären. Die Runen waren Schriftzeichen, die vor uralten Zeiten auf Island benutzt wurden und die Odin selbst erfunden haben sollen. Sieh sie dir doch mal an. Er wollte mir die Schriftzeichen zeigen, als plötzlich ein schmutziges Pergament aus dem Buch heraus und auf den Boden fiel. Gierig griff mein Onkel danach, denn ein altes Dokument, das vielleicht seit ewiger Zeit in einem alten Buch lag, musste in seinen Augen sehr kostbar sein. Was ist das? Rief er. Und dann entfaltete er auf dem Tisch vorsichtig das Pergament, worauf ein unverständliches Gekritzel von Schriftzügen in Querzeilen zu sehen war. Der Professor betrachtete die Zeichen eine Weile, dann schob er seine Brille ein Stück auf der Nase nach oben und sagte, Es ist altisländisch. Und der Professor Lidenbrock musste das wohl wissen, denn er galt als ein Sprachwunder. Die 2000 Sprachen und 4000 Dialekte, die man auf der Erde kennt, verstand er nicht nur, sondern sprach auch einen großen Teil davon. Da schlug es auf der kleinen Uhr des Kamins zwei und die gute Martha öffnete die Tür mit den Worten, Die Suppe ist aufgetragen. Zum Henker mit der Suppe, rief mein Onkel, und allen, die sie verspeisen. Martha lief aus dem Zimmer und ich ihr schnell hinterher. Ich setzte mich an meinen Platz im Speisezimmer und wartete eine Weile. Aber der Professor kam nicht. Zum ersten Mal, solange ich zurückdenken kann, ließ er sich beim Mittagessen nicht sehen. Und es war ein sehr gutes Essen. Petersiliensuppe, Eierkuchen mit Schinken in Sauerampfersoße, Kalbsnierenbraten mit Pflaumenkompott, zum Dessert mehr Krebschen mit Zucker und dazu ein hübscher Moselwein. Das alles versäumte mein Onkel wegen des alten Papiers. Das habe ich noch nie erlebt, sagte die gute Martha. Herr Liedenbrock, nicht bei Tische. Ich war gerade bei meinem letzten Krebschen angelangt, als eine laute Stimme durch das Haus hallte. Mit einem Sprung war ich im Arbeitszimmer des Herrn. Das Pergament des Arne Sagnussem Es ist offenbar runisch, sagte der Professor mit Stirnrunzeln. Aber ich werde das Geheimnis, das dahinter steckt, schon entschlüsseln. Und er machte eine heftige Bewegung mit der Hand. Setz dich und schreib. Ich diktiere dir jeden Buchstaben unseres Alphabets, der für eines der Schriftzeichen steht. Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird. Aber pass auf, dass du dich nicht verschreibst. Er diktierte und ich gab mir alle Mühe. Er nannte einen Buchstaben nach dem anderen, doch es kamen nur unverständliche Worte dabei heraus. Mein Onkel nahm das Blatt, worauf ich geschrieben hatte. Was soll das nur bedeuten? Es kann sich nur um eine Geheimschrift handeln, bei der die Worte in den absichtlich durcheinander gemischten Buchstaben versteckt sind. Darin ist vielleicht eine große Entdeckung versteckt. Daran glaubte ich nicht, doch ich hütete mich, das auszusprechen. Der Professor nahm das Buch und das Pergament und verglich sie beide miteinander. Diese beiden Schriften sind sich nicht ähnlich. Das Buch ist älter als das Pergament. Der Beweis ist ein doppeltes M auf dem Pergament, das in Stirlessons Buch sich nicht findet, denn es wurde erst im 14. Jahrhundert dem isländischen Alphabet hinzugefügt. Also liegen mindestens zwei Jahrhunderte zwischen dem Manuskript und dem Dokument. Und das bringt mich auf den Gedanken, dass der Besitzer des Buches diese geheimnisvolle Schrift verfasst hat. Aber wer zum Henker war dieser Besitzer? Sollte er nicht seinen Namen irgendwo in das Buch geschrieben haben? Mein Onkel nahm eine starke Lupe und musterte sorgfältig die ersten Seiten des Buches. Auf der zweiten Rückseite entdeckte er einen kleinen Fleck, der wie ein Tintenklecks aussah. Aber wenn man genauer hinsah, erkannte man einige Runenschriftzeichen, die er gleich verstand. »Arne Sagnusim«, rief er triumphierend aus. »Das ist ein Name, ein Isländischer, der Name eines Gelehrten des 16. Jahrhunderts, eines berühmten Alchemisten.« Ich schaute meinen Onkel erstaunt an. Die Alchemisten waren die einzigen, die echten Gelehrten ihrer Epoche. »Sie haben große Entdeckungen gemacht, und ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Sagnusim in dieser Geheimschrift eine besondere Entdeckung verschlüsselt hat. Ich werde das Geheimnis dieses Dokuments schon herausbekommen, und ich werde weder essen noch schlafen, bis ich's geschafft habe.« »Oh«, dachte ich, »und du ebenfalls nicht, Axel«, rief mein Onkel. »Teufel«, dachte ich, »da ist es gut, dass ich gerade so viel zu Mittag gegessen habe.« »Als erstes gilt es«, sagte mein Onkel, »die Sprache dieser Geheimschrift herauszufinden, das kann nicht schwer sein.« Bei diesen Worten hob ich den Kopf. Mein Onkel sprach gleich weiter. »Dieser Sagnusim war ein kluger Mann, und wenn er nicht in seiner Muttersprache schrieb, musste er in der unter den gebildeten Geistern des sechzehnten Jahrhunderts geläufigen Sprache schreiben, der lateinischen nämlich.« »Sollte ich mich irren, können wir es auch mit Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch oder Hebräisch probieren, aber ich glaube, es ist Latein.« Ich sprang von meinem Stuhl auf. Ich hatte in der Schule Latein gelernt und konnte nicht glauben, dass dieses Buchstabengewirr Latein sein sollte. »Ja, Latein«, fuhr mein Onkel fort, »aber verworrenes Latein.« »Das kann sein«, sagte ich. »Wenn du es entwirfst, lieber Onkel, bist du ein feiner Kopf. Untersuchen wir es.« sprach er und nahm das von mir beschriebene Blatt wieder zur Hand. »Wie können wir es entschlüsseln, Axel? Weißt du es?« Auf diese Frage konnte ich nicht antworten, und das hatte einen guten Grund. Meine Blicke waren auf ein reizendes Porträt geheftet, das an der Wand hing, das Porträt Gretchens. Das Mündel meines Onkels war derzeit bei einer Verwandten, und ich vermisste sie, denn wir liebten uns und hatten uns ohne das Wissen des Professors verlobt. Gretchen war ein reizendes Mädchen mit blauen Augen und blonden Haaren. Sie half mir tagtäglich, die Steine meines Onkels zu ordnen und sie mit Namensschildchen zu versehen. Fräulein Gretchen wusste sehr viel über die Mineralogie, und sie mochte es, schwierige wissenschaftliche Fragen unseres Fachgebietes zu erforschen. Oft gingen wir nach der gemeinsamen Arbeit an der Alster spazieren, hielten uns dabei an den Händen, und ich erzählte ihr viele Geschichten, auch lustige, worüber sie dann sehr lachen musste. Ich war so in meine Träume vertieft, dass mich erst ein Faustschlag meines Onkels auf den Tisch in die Wirklichkeit zurückbeförderte. Sehen wir mal, ob meine erste Idee richtig ist. Man könnte die Buchstaben, statt sie nebeneinander zu schreiben, untereinander in Reihen setzen. Wir müssen uns anschauen, was dabei herauskommt. Axel, schreib auf. Ich begriff, wie es gemeint war, und schrieb sogleich von oben nach unten. Gut, sagte der Professor, ohne gelesen zu haben. Jetzt schreibe die Worte auf, die dabei herauskommen, wenn man jede Zeile horizontal liest. Ich gehorchte, und heraus kam Järmt-T-Zech-Lilise-Ich-In-Gn-Echigr-B-Komma-Ue. Sehr gut, sagte mein Onkel und riss mir den Zettel aus der Hand. Das sieht schon ganz wie in dem Pergament des Sagnussem aus. Nun muss ich nur noch die ersten Buchstaben jedes Wortes zusammenziehen, dann jeweils den zweiten und den dritten und so weiter. Und dann las mein Onkel zu seinem und meinem größten Erstaunen, Ich liebe dich, mein gutes Gretchen. Oho, sagte der Professor. Oje, da hatte ich verliebter Tölpel aus Versehen diese verräterische Zeile geschrieben. So, so, du liebst das, Gretchen? Fragte mein Onkel sehr ernst. Ja, nein, 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 stotterte ich. Du liebst also Gretchen, wiederholte er. Nun denn, wenden wir mein Verfahren jetzt auf das Dokument an. Mein Onkel war schon wieder so in die Entschlüsselung der Geheimschrift versunken, dass er meine unvorsichtigen Worte bereits vergessen hatte. Mit zitternden Fingern nahm er das alte Pergament wieder zur Hand. Er war sehr ergriffen, hustete tüchtig und diktierte mir mit würdevollem Ton die Buchstaben. Als ich sie fertig geschrieben hatte, konnte ich gar keinen Sinn darin erkennen, und so war ich sehr darauf gespannt, was der Professor gleich sagen würde. Aber wer hätte das gedacht? Ein heftiger Faustschlag erschütterte den Tisch, dass die Tinte aus dem Fässchen spritzte und mir die Feder aus den Händen fiel. So geht das nicht, schrie mein Onkel. Das ergibt keinen Sinn. Und dann stürzte er wie eine Lawine aus dem Arbeitszimmer die Treppe hinab auf die Königsstraße und lief Hals über Kopf davon. Entschlüsselung der Geheimschrift Er ist fort, rief Martha, die herbeigelaufen kam, als er die Haustür so heftig zuschlug, dass von dem Schmettern das ganze Haus erschüttert wurde. »Was ist nun mit seinem Mittagessen?«, fragte die alte Dienerin. »Er wird nicht zu Mittag speisen.« »Und sein Abendessen?« »Er wird auch nicht zu Abend speisen.« »Wie?«, fragte Martha und rang die Hände. »Er wird nicht mehr essen.« »Und auch niemand sonst im ganzen Hause.« »So lange, bis es ihm gelingt, ein altes, unleserliches Gekritzel zu entziffern.« »Jesus! So bleibt uns also nichts, als zu verhungern.« Und leider fürchtete ich, dass das bei einem so sturen Mann wie meinem Onkel möglich sein würde. Sehr beunruhigt und mit einem Seufzen ging die alte Dienerin in die Küche zurück. Mir kam der Gedanke, zu Gretchen zu laufen und ihr alles zu erzählen. Aber der Professor konnte jeden Augenblick heimkommen. Und was wäre, wenn er nach mir riefe? Wenn er weiter an dem Rätsel arbeiten wollte. Das würde was geben, wenn ich auf sein Rufen nicht erschiene. Das Klügste war, zu bleiben. Eben hatte uns ein Mineraloge aus Frankreich eine Sammlung Kieselsteine zugeschickt, die genauer bestimmt werden sollten. Ich machte mich also an die Arbeit. Ich sortierte, schrieb Namensschildchen und ordnete all die Steine in einen Glaskasten ein, in denen kleine Kristalle eingeschlossen waren. Aber während dieser Arbeit ging mir das alte Dokument nicht aus dem Kopf und ich machte mir Sorgen um meinen Onkel. Wo mochte er nur sein? Ich sah ihn in Gedanken die Allee der Altonaer Straße entlanglaufen, wild gestikulieren, mit seinem Spazierstock die Pflanzen am Wegesrand zerschlagen und die Schwäne in ihrem Frieden stören. Würde er das Geheimnis gelöst haben, wenn er nach Hause kam, oder entmutigt sein? Das fragte ich mich und nahm das Blatt Papier in die Hand, auf das ich die unverständlichen Zeilen gekritzelt hatte. Ich versuchte, die Buchstaben so einzuteilen, dass sie Worte bildeten. Unmöglich. Es kam einfach nichts Verständliches heraus. Doch ließ sich aus dem 14., 15. und 16. Buchstaben das englische Wort Eis bilden, aus dem 4., 5. und 86. das Wort Sir. Endlich erkannte ich mitten in der 30. Zeile die lateinischen Worte Rota, Mutabile und Atra. Und dann fand ich auch noch französische und hebräische Worte, vier verschiedene Sprachen in einem einzigen sinnlosen Satz. Das war zu viel. Mir glühte der Kopf. Ich musste blinzeln, denn die 132 Buchstaben schienen vor meinen Augen zu hüpfen. Ich fächelte mir mit dem Blatt Papier etwas Luft zu, und dabei konnte ich abwechselnd die Vorder- und Rückseite des Blattes sehen. Und ich war sehr überrascht, als dabei vollkommen lesbare Wörter zu erkennen waren. Lateinische Wörter, zum Beispiel Craterim, Terrestre. Da erkannte ich, dass ich die Lösung der Geheimschrift entdeckt hatte. Um das Dokument zu verstehen, brauchte man nicht einmal quer über die Rückseite des Blattes zu lesen. Nein, ich breitete das Papier auf dem Tisch aus und verfolgte mit dem Finger der Reihe nach jeden Buchstaben und las, ohne auch nur einen Augenblick zu stocken, den ganzen Satz mit lauter Stimme. Doch wie erschrocken war ich über das, was ich dort las. Ich war wie vom Schlag getroffen. Oh nein, rief ich. Nein, nein, mein Onkel darf das nicht erfahren. Er würde sofort eine solche Reise unternehmen. Nichts würde ihn abhalten können. Und er würde mich mitnehmen, um niemals mehr heimzukehren. Niemals, nie. Ich war in größter Aufregung. Nein, nein, das wird nicht geschehen. Und damit er die Lösung nicht selbst zufällig entdeckt, werde ich das Dokument vernichten. Im Kamin brannte noch ein kleines Feuer. Ich griff das Blatt Papier und auch das Pergament des Sagnussem und wollte es gerade auf die Kohlen werfen, um so das gefährliche Geheimnis zu vernichten, als ich die Tür des Zimmers öffnete und mein Onkel hereintrat. Ich hatte gerade noch Zeit, das unglückselige Dokument wieder auf den Tisch zu legen. Der Professor Liedenbrock schien sehr erschöpft. Der Gedanke an das Pergament hatte ihm während des Spaziergangs keinen Augenblick Ruhe gelassen. Und jetzt wollte er einen neuen Versuch machen. Er setzte sich in seinen Lehnstuhl, ergriff die Feder und fing an, Formeln niederzuschreiben, die schnell die Seite füllten. Drei Stunden lang arbeitete mein Onkel ohne zu reden, ohne den Kopf zu heben, strich weg, korrigierte, radierte und fing tausendmal von Neuem an. Mittlerweile war es Nacht geworden. Doch mein Onkel war so in seiner Aufgabe vertieft, dass er nicht einmal die gute Martha bemerkte, als sie die Tür öffnete und fragte, »Wird der Herr heute Abend speisen?« Doch sie bekam keine Antwort. Ich saß noch immer in seinem Arbeitszimmer und schlief irgendwann auf dem Kanapé ein, während mein Onkel Liedenbrock immer weiterrechnete. Als ich am nächsten Morgen erwachte, saß der unermüdliche Forscher immer noch über der Arbeit. Seine Augen waren ganz rot, die Haut gräulich und seine Haare durch das viele Raufen ganz wirr. Er musste sehr erschöpft von der großen Anstrengung sein und tat mir wirklich leid. Ich hätte ihn mit einem einzigen Wort von seinen Qualen erlösen können, doch ich machte mir große Sorgen. Nein, nein, sagte ich immer wieder zu mir selbst, nein, ich werde nichts sagen. Ich werde nichts sagen. Er würde sofort abreißen wollen, ich kenne ihn. Nichts würde ihn zurückhalten können. Er würde sofort für diese Idee sein Leben riskieren. Ich werde schweigen und das Geheimnis, das ich zufällig entdeckt habe, für mich behalten. Es wäre sein Tod. Er soll es allein erraten, wenn er kann. Ich will mir nicht einen einzigen Tag den Vorwurf machen müssen, ich hätte ihn ins Verderben geschickt. Nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, kreuzte ich die Arme vor der Brust und wartete ab. Mein Onkel arbeitete immer weiter. Er lebte nur noch in der Welt der Formeln und Kombinationen und nahm um sich herum nichts mehr wahr. Nun wurde ich gegen Mittag entsetzlich hungrig, doch wir hatten nichts mehr im Haus. Ich machte mir große Gedanken über die Wichtigkeit des Dokuments und vielleicht übertrieb ich nur. Und sollte mein Onkel das Abenteuer nach der Entschlüsselung doch wagen wollen, so konnte man immer noch versuchen, ihn zurückzuhalten. Denn irgendwann würde er den Schlüssel zur Lösung selbst finden und dann hätte ich umsonst gefastet. Es kam mir sehr lächerlich vor, dass ich so lange gewartet hatte und ich entschloss mich, alles zu sagen. »Onkel?«, sagte ich. Er schien mich nicht zu hören. »Onkel Lietenbrock?«, rief ich nochmals laut. »Was?«, fragte er wie ein Mensch, der plötzlich aufwacht. »Nun, dieser Schlüssel.« »Welcher Schlüssel?« »Von der Haustür?« »Nein!«, rief ich. »Der Schlüssel des Dokuments.« Der Professor sah mich über die Brille hinweg an, bemerkte wohl etwas Ungewöhnliches in meinem Gesicht und stellte mir mit stummem Blick die eine Frage. Ich nickte und seine Augen glänzten plötzlich vor Freude. »Ja, dieser Schlüssel.« »Ich habe ihn ganz zufällig entdeckt.« »Was sagst du?«, rief er so aufgeregt, wie ich ihn noch nie erlebt habe. »Hier.« Ich hielt ihm das Blatt Papier mit meinen Notizen hin. »Onkel Lies.« »Aber das bedeutet gar nichts!«, erwiderte er und zerknüllte das Blatt. »Nichts?« Ich fing an, den Anfang zu lesen, aber von hinten, und ich hatte noch nicht den ersten Satz beendet, als der Professor ein wahres Gebrüll hören ließ. Es war ihm ein Licht aufgegangen. »Ach, schlauer Sacknussim!«, rief er aus. »Du hast alles umgekehrt geschrieben!« Und er riss mir das Pergament aus den Händen und übersetzte. »Kühner Wanderer, steig hinab in den Krater des Neffels Jokul, auf den der Schatten des Gartaris vor dem ersten Juli fällt, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen.« »Das hab ich vollbracht!« »Arne Sacknussim!« Als mein Onkel das gelesen hatte, hüpfte er vor Freude von einem Bein aufs andere. Er lief hin und her, fasste sich mit beiden Händen an den Kopf, stapelte seine Bücher aufeinander und spielte, kaum zu glauben, Ball mit seinen kostbaren Steinen. Endlich beruhigte er sich und sank erschöpft in seinen Lehnstuhl. »Wie spät ist es?«, fragte er nach einer kleinen Weile. »Drei«, erwiderte ich. »Höre, ich habe Hunger bis zum Umfallen. Auf an den Tisch! Und danach! Danach wirst du meinen Koffer packen!« »Gut«, rief ich. »Und deinen auch!«, erwiderte der unbarmherzige Professor, als wir in das Speisezimmer traten. Das Zentrum der Erde Bei diesen Worten lief mir ein Schauder den Rücken hinunter, zum Mittelpunkt der Erde zu reisen. Was für ein Unsinn! Ich sparte meine Einwände für einen anderen Zeitpunkt auf und machte mich ans Essen. Wie hatte mein Onkel geflucht, als er den ungedeckten Tisch sah? Schnell erklärte ich es ihm, und die gute Martha lief zum Markt und kochte so eilig das Essen, dass wir nach einer Stunde endlich wieder satt waren. Während der Mahlzeit war mein Onkel sehr ausgelassen, und nach dem Dessert gab er mir das Zeichen, ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen. Ich gehorchte. Wir setzten uns an den Tisch. »Axel«, sagte er mit sanfter Stimme, »du bist ein sehr kluger Junge. Du hast mir da einen großen Dienst erwiesen, als ich schon aufgeben wollte, das Rätsel zu lösen. Das werde ich dir nie vergessen. Und du wirst an dem Ruhm, den wir erlangen, und du wirst an dem Ruhm, den wir erlangen werden, deinen Anteil haben. Vor allem ist es aber wichtig, dass unsere Entdeckung geheim bleibt, verstehst du? Also, es gibt so viel Neid in der gelehrten Welt, und wäre dieses Dokument bekannt, so würde sich ein ganzes Heer von Geologen auf den Weg machen, Arne Sagnussams Spur zu verfolgen. Das glaube ich gar nicht, lieber Onkel. Denn es ist doch nicht erwiesen, dass das Dokument echt ist. Vielleicht hat Sagnussim diese Reise gar nicht wirklich unternommen und sich alles nur ausgedacht. Doch der Professor lächelte nur. Das werden wir ja sehen. Gut, sagte ich etwas verdutzt, aber ich möchte gern noch ein paar Dinge fragen. Rede, lieber Junge, keine Scheu. Du hast alle Freiheit, deine Meinung zu sagen. Du bist nun nicht mehr mein Neffe, sondern mein Kollege. Also los. Ähm, was sind diese Jokul, Sneffels und Skartaris, wovon ich noch nie ein Wort gehört habe? Das ist ganz leicht. Nimm den dreißigsten Atlas im zweiten Fach der großen Bibliothek. Reihe Z, Brett 4. Ich stand auf und fand den Atlas nach diesen präzisen Angaben schnell. Mein Onkel schlug ihn auf und sagte, hier ist eine der besten Karten von Island. Ich glaube, die wird unsere Probleme lösen. Ich beugte mich über die Karte. Schau dir diese Insel an. Sie besteht aus Vulkanen, die alle mit dem Namen Jokul bezeichnet sind. Das Wort bedeutet im isländischen Gletscher und die meisten Vulkane brechen durch die Eisdecke aus. Gut, erwiderte ich. Aber was sind Sneffels? Siehst du die Hauptstadt Reykjavik? Ja, gut. Und siehst du die unzähligen Fjorde dieser zerklüfteten Küste. Und schau hier etwas unter dem 65. Breitengrad. Was siehst du da? Eine Art Halbinsel. Ja, ganz richtig, lieber Junge. Aber siehst du nichts auf dieser Halbinsel? Doch ein Berg, der aus dem Meer emporgewachsen scheint. Gut. Dieser Sneffelsjökul ist der Sneffels. Ein 5000 Fuß hoher Berg. Einer der merkwürdigsten auf der Insel und gewiss der berühmteste der ganzen Welt, wenn sein Krater den Eingang zum Mittelpunkt der Erde bildet. Aber das ist unmöglich. Unmöglich, erwiderte der Professor Liedenbrock mit strengem Ton. Und warum? Weil dieser Krater offenbar mit Lava verstopft ist, die Felsen glühend heiß und wenn es ein erloschener Krater ist. Die Zahl der noch tätigen Vulkane auf der Erde beträgt gegenwärtig nur etwa 300. Aber es gibt eine viel größere Anzahl erloschener Vulkane. Zu den letzteren gehört der Sneffelsjökul, der ein einziges Mal im Jahr 1219 ausgebrochen ist und seitdem still war. Darauf wusste ich nichts zu erwidern und fragte deshalb nach den übrigen Schwierigkeiten, die das Dokument enthielt. Was bedeutet das Wort Skartaris und was spielt der Juli dabei für eine Rolle? Mein Onkel dachte einige Augenblicke lang nach und antwortete, der Sneffelsjökul hat mehrere Krater und es war daher erforderlich, denjenigen, der zum Mittelpunkt der Erde führt, anzugeben. Wie hat das der gelehrte Isländer gemacht? Er hat bemerkt, dass am 1. Juli eine der Bergspitzen, der Skartaris, ihren Schatten bis zu der Mündung des fraglichen Kraters wirft und hat das in dem Dokument niedergeschrieben. Diese Angabe ist so genau, dass man nicht zu zweifeln braucht, welchen Weg man gehen muss, wenn man einmal auf dem Gipfel des Sneffelsjökul steht. Mein Onkel wusste wirklich auf alles eine Antwort und so versuchte ich es mit bedeutenden wissenschaftlichen Einwänden gegen diese Reise. Nun, ich gebe sogar zu, dass das Dokument dem Anschein nach echt ist. Dieser Gelehrte ist in das Innere des Sneffelsjökul hinabgestiegen, hat gesehen, wie der Schatten des Skartaris den Rand des Kraters vor dem 1. Juli erreichte. Aber dass er selbst zum Mittelpunkt der Erde gegangen ist und von einer Reise dahin wieder zurückgekehrt sei, glaube ich nicht. Und weshalb nicht? fragte mein Onkel in spöttischem Ton. Weil alle wissenschaftlichen Theorien beweisen, dass eine solche Unternehmung unmöglich ist. Alle Theorien beweisen das, erwiderte der Professor gutmütig. Ich sah, dass er sich über mich lustig machte. Deshalb fuhr ich fort. Ja, es ist eine Tatsache, dass die Wärme unter der Erdoberfläche je 30 Meter Tiefe um 1 Grad zunimmt. Und wenn wir vom Erdradius ausgehen, dann ist der Weg bis zum Zentrum 6300 Kilometer lang. Was bedeutet, dass dort eine Temperatur von mehr als zweimal 100.000 Grad herrschen muss. Die Stoffe im Inneren der Erde befinden sich daher im Zustand von glühendem Gas. Denn die Metalle, Gold, Platin und die härtesten Steine schmelzen bei einer solchen Hitze. Ich darf also fragen, wie es möglich sein soll, in eine solche Umgebung zu gelangen. Also Axel, die Hitze macht dir Sorgen? Allerdings. Wenn wir nur 16 Kilometer tief kämen, so wären wir an der Grenze der Erdrinde und dort liegt die Temperatur bereits bei über 1300 Grad. Und du hast Angst zu zerschmelzen? fragte der Professor Liedenbrock und erklärte dann, ich will dir nur sagen, dass echte Gelehrte bewiesen haben, dass die Erdrinde wie ein Wasserkessel durch die Ausdehnung des Dampfes explodieren würde, wenn im Inneren des Erdballs eine Hitze von zweimal 100.000 Grad herrschte. Das ist eine Ansicht, lieber Onkel. Nichts weiter, lieber Junge. Ist es nicht so, dass die Zahl der Vulkane seit den ersten Tagen der Welt stets weniger geworden ist? Und wenn es im Inneren so eine große Hitze gäbe, könnte man nicht daraus schließen, dass sie immer schwächer wird? Nun ja, erwiderte ich. Wir werden es sehen, wenn man dort überhaupt etwas sehen kann. Und warum sollten wir das nicht? Wir werden Lampen mitnehmen. Aber nun sei still und sag zu niemandem ein Wort von all dem. Kein Mensch soll auf die Idee kommen, vor uns den Mittelpunkt der Erde zu entdecken. Reisevorbereitungen So endete diese merkwürdige Unterhaltung. Ich war sehr aufgeregt und verließ das Arbeitszimmer meines Onkels. Sollte ich allen Ernstes glauben, dass er entschlossen sei, zum Mittelpunkt der Erde zu reisen? War er närrisch? Oder ein großes Genie? Ich war hin und her gerissen. Ich hatte das Haus verlassen und war zum Ufer der Elbe gelaufen, um die Stadt herum und auf die Straße nach Altona. Der Weg, den ich ging, führte direkt zu meinem lieben Gretchen, das mir auf der Straße entgegenkam. Gretchen! rief ich ihr von Weitem zu. Sie stand still und war überrascht, als ich auf sie zukam. Axel! Du bist mir entgegengegangen, das ist ja fein. Als sie mich nun ansah, fiel ihr auf, wie verstört ich war. Was ist mit dir? fragte sie und griff nach meiner Hand. Und in zwei Sekunden und in drei Sätzen hatte ich meinem hübschen Mädchen die ganze Lage erklärt. Einige Augenblicke schwieg sie. Dann gingen wir eine Weile stumm nebeneinander her. Axel! sagte sie endlich. Das wird eine schöne Reise werden. Ich blickte sie bei diesen Worten erstaunt an. Ja, Axel, das ist eine Reise des Neffen eines Gelehrten würdig. Ein Mann muss sich durch ein großes Abenteuer auszeichnen. Gretchen wirklich? Du rätst mir nicht davon ab. Nein, lieber Axel. Und ich würde gern mit euch gehen, wenn ich als Mädchen nicht ein Hindernis für euch wäre. Ist das wirklich deine Ernst? Ja, wirklich. Ach, sie ermunterte mich, diese Reise zu machen. Sie hatte keine Angst vor einem Abenteuer, obwohl sie mich liebte. Wir gingen Hand in Hand und es war bereits dunkel, als wir bei dem Haus in der Königsstraße ankamen. Ich hatte vermutet, es wären schon alle zu Bett gegangen. Doch ich hatte vergessen, wie ungeduldig der Professor sein konnte. Ich fand ihn laut schreiend und hin- und herrennend inmitten einer Gruppe Lastträger, die allerhand Waren in das Haus brachten. Aber Axel, so beeile dich doch, rief mein Onkel schon von Weitem, als er mich erblickte. Und dein Koffer ist auch noch nicht gepackt und meine Papiere sind nicht geordnet und meine neuen Stiefel noch nicht fertig. Ich war wie vom Donner gerührt. Die Stimme versagte mir. Also reisen wir ab? Ja, natürlich. Und du gehst spazieren, statt bei den Vorbereitungen zu helfen. Und wann reisen wir ab? fragte ich mit schwacher Stimme. Übermorgen in aller Frühe. Mehr wollte ich nicht hören und flüchtete in mein Zimmer. Es sollte also wirklich so sein. Mein Onkel hatte den ganzen Nachmittag damit verbracht, unsere Reiseausstattung zu besorgen. Strickleitern, Fackeln, Reiseflaschen, eiserne Haken, Spitzhauen, beschlagene Stöcke und Spaten. In der Nacht schlief ich schlecht. Und als ich am folgenden Morgen den Professor meinen Namen rufen hörte, war ich entschlossen, meine Tür nicht zu öffnen. Aber er rief immer weiter. Lieber Axel! Und so ging ich doch aus meiner Kammer und begegnete Gretchen. Ich hoffte sehr, dass sie ihre Meinung über die Reise ändern würde, nachdem sie mich so blass und mit geröteten Augen gesehen hatte. Doch sie sagte nur, mein lieber Axel, ich sehe, es geht dir besser als gestern Abend und hoffe, du hast heute Nacht gut geschlafen. Besser, rief ich. Ich lief zum nächsten Spiegel. Und wirklich, ich sah gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Kaum zu glauben. Axel, sagte Gretchen, ich habe lange mit dem Onkel gesprochen. Er ist ein großer, gelehrter und mutiger Mann und du sein Niffe. Sein Blut fließt in deinen Adern. Er hat mir alles über seine Pläne erzählt und ich bin sicher, dass die Reise erfolgreich sein wird. Ach, lieber Axel, es ist so schön, Wissenschaft so zu erleben. Ihr werdet großen Ruhm ernten und du wirst bei der Rückkehr ein Mann sein, der dem Professor ebenbürtig und dann endlich frei ist, zu handeln, wie du es möchtest. Gretchens Worte machten mir Mut und ich zog sie mit mir zum Zimmer des Professors. Lieber Onkel, es steht also fest, dass wir abreisen? Wie? Du zweifelst daran? Nein, aber ich wollte fragen, ob es denn so schnell sein muss. Jawohl, die Zeit drängt. Aber wir haben ja doch erst den 26. Mai und bis Ende Juni ist noch Zeit. Sag, glaubst du wirklich, dass man so leicht nach Island kommt? Wärst du nicht wie ein Narr in der Gegend herumgelaufen, so hätte ich dich mit in das Büro der Kopenhagener Reisegesellschaft genommen und dort hättest du erfahren, dass von Kopenhagen nach Reykjavik nur einmal im Monat immer am 22. ein Boot geht. Und wenn wir bis zum 22. Juni warten würden, kämen wir zu spät, um zu sehen, wie der Schatten des Skartaris den Krater des Sneffels berührt. Wir müssen deshalb so schnell wie möglich nach Kopenhagen und uns dort ein Boot suchen, das uns nach Island bringt. Geh und pack deinen Koffer. Darauf gab es nichts mehr zu sagen und ich ging wieder in mein Zimmer. Gretchen kam mir nach und half mir, meine Sachen zu packen. Sie war überhaupt nicht traurig. Es war, als würde ich nur einen Ausflug nach Lübeck oder Helgoland machen. Endlich war alles verpackt und wir gingen wieder hinunter zum Professor. Den ganzen Tag über wurden physikalische Instrumente, Waffen und elektrische Apparate geliefert. Die gute Martha war ganz verwirrt. Ist der Herr verrückt geworden? fragte sie mich. Ich nickte. Und er nimmt sie mit? Ich nickte noch mal. Wohin soll's gehen? fragte sie. Ich deutete mit dem Finger nach unten, zum Inneren der Erde. In den Keller? Nein. Noch tiefer hinab. Um fünf Uhr am nächsten Morgen erwachte ich und war vor Erschöpfung und Aufregung ganz zerschlagen. Ich ging ins Speisezimmer hinab, wo mein Onkel und Gretchen beim Frühstück saßen. Ich aber konnte nichts essen. Um halb sechs Uhr hörte man einen Wagen auf der Straße, der uns zum Bahnhof bringen sollte. Er war bald mit unserem Gepäck voll beladen. Gretchen umarmte zuerst den Onkel und dann mich. Und als sie mir einen kleinen Abschiedskuss auf die Wange gab, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Gretchen, rief ich, geh, lieber Axel. Geh, sagte sie zu mir. Du verlässt deine Braut, aber bei der Rückkehr erwartet dich deine Frau. Ich nahm Gretchen noch einmal in die Arme, dann setzte ich mich in den Wagen und die Pferde liefen im Galopp zum Bahnhof. Reise nach Island Die Eisenbahn brachte uns nach Kiel, wo wir auf ein Dampfboot umstiegen und nach Korsör fuhren, einem kleinen Städtchen an der dänischen Westküste. Hier stiegen wir sofort in eine neue Eisenbahn und erreichten einen Tag nach unserer Abfahrt aus Hamburg die Hauptstadt Dänemarks. Mein Onkel hatte die ganze Nacht vor Aufregung kein Auge zugetan. Unser Gepäck wurde auf einen Wagen geladen und mit uns zum Hotel Phoenix gefahren. Dort erfrischten wir uns und fuhren anschließend zum Hafen, um nach einem abfahrenden Schiff zu suchen. Ich hoffte, es werde keine Schiffe geben, die auf dem Weg nach Island waren. Doch wir fanden ein kleines dänisches Segelschiff, das am 2. Juni nach Reykjavik auslaufen wollte. Der Kapitän Herbjarne befand sich an Bord. Er war sehr freundlich zu meinem Onkel, wollte aber trotzdem eine große Summe für die Überfahrt und sagte, erscheinen Sie Dienstag um 7 Uhr früh an Bord. Wir dankten Herrn Bjarne und begaben uns ins Hotel Phoenix zurück. Das ist sehr schön. Sehr gut, sagte mein Onkel. So ein Zufall, dass wir gleich dieses Schiff gefunden haben. Jetzt wollen wir frühstücken und dann die Stadt ansehen. Während unserer Spaziergänge durch Kopenhagen hatte mein Onkel auf der kleinen Insel Amag im westlichen Teil der Stadt einen Glockenturm entdeckt, zu dem wir nun mit einem kleinen Dampfboot über den Kanal fuhren. Die Kirche, zu der dieser Glockenturm gehörte, hieß Frälserschirk. Der hohe Turm der Kirche zog den Professor an. An seiner Spitze befand sich nämlich eine Plattform, von der sich außen herum eine Treppe spiralförmig wand. Steigen wir hinauf, sagte mein Onkel. Aber mir wird schwindelig werden, entgegnete ich. Dann ist es noch viel wichtiger, dass wir nach oben steigen. Du musst dich daran gewöhnen. Aber komm, verlieren wir keine Zeit. Mein Onkel ging mit kräftigen Schritten voran. Ich folgte ihm ängstlich, denn mir wurde immer sehr leicht schwindelig. Solange wir uns im Inneren des Turms auf der Wendeltreppe befanden, ging alles gut. Aber nach etwa 150 Stufen waren wir auf der Plattform angekommen und der Wind wehte mir ins Gesicht. Dort begann die freie Treppe, die zwar ein Geländer hatte, aber mit der Höhe immer schmaler wurde. Ich kann das nicht! Niemals! schrie ich. Bist du wirklich so feige? Los, weiter! erwiderte der Professor unbarmherzig. Wohl oder übel stieg ich die Treppe weiter hinauf, klammerte mich aber voller Angst am Geländer fest. Ich wurde fast ohnmächtig, fühlte wie der Turm bei den heftigen Windstößen schwankte, meine Beine versagten mir den Dienst, ich musste auf allen Vieren kriechen. Irgendwann wurde mir weiße Segel und und dahinter erhob sich die Küste Schwedens. Und da stand ich nun, hielt mich gerade und schaute. Meine erste Schwindellektion dauerte eine Stunde. Als ich endlich wieder hinuntersteigen und den festen Erdboden betreten durfte, waren meine Beine ganz steif. Morgen wiederholen wir die Lektion, sagte mein Professor. Und wirklich, fünf Tage lang wiederholten wir diese Schwindelübung und ich machte, wenn auch widerwillig, erstaunliche Fortschritte und konnte mich nun viel besser in der Höhe bewegen. Mein Onkel hatte in unseren Tagen in Kopenhagen verschiedene wichtige Personen aufgesucht, die er durch seine Forschungen kannte. Und so hatten wir nun Empfehlungsschreiben an den Stadthalter Islands, den Grafen Trampe, den Stellvertreter des Bischofs, Herrn Piktusson und den Bürgermeister von Reykjavik, Herrn Finzen, in der Tasche. Am 2. Juni um 6 Uhr morgens wurde unser Gepäck an Bord der Walkürie gebracht. Der Kapitän führte uns zu unseren wirklich sehr kleinen Kabinen. Steht der Wind günstig? fragte mein Onkel. Sehr günstig, erwiderte der Kapitän Bjarne. Aus Südost. Wir werden mit vollen Segeln in die weite See stechen. Nach einer kleinen Weile segelte die Walkürie schon an der Küste entlang. Sie segelte schnell. Trotzdem kann man sich auf ein Segelschiff nie sehr verlassen. Es hatte für Reykjavik Kohlen, Haushaltungsgegenstände, Töpferwaren, wollene Kleidung und eine Ladung Getreide geladen. Die Besatzung bestand aus fünf Mann, alles Dänen. Wie lange wird die Überfahrt dauern? Fragte mein Onkel den Kapitän. Zehn Tage etwa, erwiderte der, wenn wir nicht bei den Fahrröhren zu viel Wind aus Nordwest gegen uns haben. Aber werden wir dadurch nicht viel zu viel Zeit verlieren? Nein, Herr Liedenbrock, seien Sie beruhigt, wir werden pünktlich ankommen. Gegen Abend erreichten wir die Nordspitze Dänemarks, segelten während der Nacht durch den Skagerag und von dort aus ging es an der Südspitze Norwegens vorüber und dann stachen wir in das Nordmeer. Zwei Tage später kam die schottische Küste in Sicht und die Valkyrie fuhr zwischen den Orkney- und den Shetland-Inseln auf die Fahrröer zu. Am 8. Juni erkannte der Kapitän Mygenes die östlichste Insel der Fahrröer und von nun an fuhren wir gerade auf die Südküste Islands zu. Es gab keine Vorkommnisse während der Fahrt. Ich war nur leicht seekrank und das ging auch schnell vorüber. Meinem Onkel ging es zu seinem großen Leidwesen die gesamte Überfahrt schlecht und er musste in seiner Kabine liegen. Deshalb konnte er den Kapitän Bjarne auch nicht über den Sneefelsjökull und die Möglichkeiten dorthin zu gelangen befragen. Er musste das bis zu unserer Ankunft verschieben. Am 11. Juni kam die Südküste Islands in Sicht. Das Wetter war gut und wir konnten den Myrdalsjökull einen riesigen Gletscher erkennen. Von hier segelten wir nach Westen um das Kap Reykjanes herum. Leider konnte mein Onkel durch den starken Seegang und seine Seekrankheit die zerklüfteten Küsten Islands nicht bewundern. Zwei Tage später, nachdem wir in einen Sturm geraten waren und glücklich die Gewässer vor Reykjavik erreicht hatten, auf einen hohen Berg mit zwei schneebedeckten Spitzen. Der Sneffelsjökull rief er aus. Der Sneffelsjökull schief er in das Landungsboot, Rangnahm und sehr freundlich war. Der Herr Pictorsson befand sich zur Zeit auf einer bischöflichen Rundreise im Norden des Landes, deshalb konnten wir ihm nicht vorgestellt werden. Aber der Professor der Naturwissenschaften an der Schule zu Reykjavik, Herr Friedriksson, ein sehr netter Mann, war uns in vielen Dingen behilflich. Er sprach nur Isländisch und Latein, und wir verständigten uns sehr leicht auf Latein. Er war in der Tat der einzige Mensch, mit dem ich mich während meines Aufenthalts auf Island unterhalten konnte. In seiner Wohnung stellte er uns zwei Zimmer zur Verfügung, und wir richteten uns schnell bei ihm ein. Über die Menge unseres Gepäcks waren die Bewohner von Reykjavik aber etwas erstaunt. »Nun, Axel«, sagte mein Onkel, »wir sollten keine Zeit verlieren. Ich gehe nun in die Bibliothek, da findet sich vielleicht ein Manuskript von Sagnussem, das ich sehr gerne zu Rat ziehen würde.« »Dann schaue ich mir unterdessen die Stadt an. Möchtest du nicht mitkommen?« »Die Stadt interessiert mich nicht. Das Besondere dieses Landes befindet sich nicht über, sondern unter der Erde.« Ich streifte ein paar Stunden durch die Stadt, und als ich in die Wohnung des Herrn Friedriksson zurückkam, war mein Onkel bereits zurück aus der Bibliothek. Professor Friedriksson Zuerst erkundigte sich Herr Friedriksson bei meinem Onkel nach seinem Aufenthalt in der Bibliothek und fragte, ob er erfolgreich gewesen sei. Ich sah meinen Onkel an, der mit der Antwort zögerte. Doch entschloss er sich, nach einiger Überlegung zu reden. »Herr Friedriksson«, sagte er, »ich habe mich nach Büchern von Arne Sagnussem umgeschaut.« »Arne Sagnussem«, erwiderte der Professor aus Reykjavik. »Sie meinen den Gelehrten des sechzehnten Jahrhunderts, der ein großer Naturkundiger, Alchemist und Reisender war?« »Den eben meine ich. Er ist eine der Zierden der Wissenschaft und Literatur Islands, ein weltberühmter Mann, sehr mutig, ein Genie. Mein Onkel war entzückt, den Professor so von seinem Helden sprechen zu hören. »Aber«, sagte er, »ich habe keines seiner Bücher in der Bibliothek gefunden.« »Seine Werke haben wir nicht.« »Wie?« »Nicht hier in Island. Sie existieren weder auf Island noch sonst irgendwo.« »Aber warum denn nicht?« »Weil Arne Sagnussem als Ketzer verfolgt wurde und seine Werke im Jahr 1573 in Kopenhagen verbrannt wurden.« »Großartig«, rief mein Onkel, sehr zum Ärger des Professors. »Wie bitte?« fragte dieser. »Ja, alles klärt sich auf. Nun verstehe und begreife ich, weshalb Sagnussem, als er verfolgt wurde, sein Geheimnis in unverständlicher Geheimschrift verschlüsseln musste. »Was für ein Geheimnis?« fragte Friedriksson jetzt neugierig. »Ein Geheimnis, das...« stotterte mein Onkel. »Sind Sie im Besitz eines Dokuments, das wir nicht kennen?« »Nein, das ist nur eine Vermutung.« »Gut«, antwortete Herr Friedriksson, der so freundlich war, nicht weiter nachzufragen, als er sah, dass es dem Onkel unangenehm war. »Ich hoffe«, fuhr er fort, »Sie werden viele mineralogische Schätze auf unserer Insel finden.« »Das hoffe ich auch«, erwiderte mein Onkel. »Aber ich komme wohl etwas spät für die Schätze. Es waren schon so viele andere Gelehrte hier.« »Ja, Herr Lidenbrock, das stimmt. Aber glauben Sie mir, es ist bestimmt noch etwas für Sie übrig. Es gibt noch viele Berge, Gletscher und Vulkane, die bisher nur wenig erforscht sind. Sehen Sie zum Beispiel diesen Berg dort am Horizont emporragen. Das ist der Sneffelsjökull, einer der merkwürdigsten Vulkane unserer Insel, dessen Krater selten besucht wird.« »Der Sneffelsjökull. So, so.« »Ist er erloschen?« »Seit fünfhundert Jahren.« »Nun denn«, erwiderte mein Onkel. »Dann werden wir den Sneffelsjökull ersteigen und vielleicht auch seinen Krater untersuchen.« »Ach, wie schade, dass ich Sie nicht begleiten kann. Aber ich habe dringende Geschäfte zu erledigen. Ich wäre sehr gern mit Ihnen gekommen.« »Oh nein, machen Sie sich keine Gedanken, Herr Friedrichsson. Wir verstehen vollkommen, dass Ihre Geschäfte vorgehen.«, antwortete mein Onkel hastig und fragte dann, »Sagen Sie, welcher ist der beste Weg zum Sneffelsjökull?« »Sie müssen entlang der Küste reisen. Das ist ein wirklich interessanter Weg.« »Gut, ich werde mir einen Führer dafür suchen. Ich kann Ihnen einen anbieten.« »Ist es ein zuverlässiger, verständiger Mann?« »Ja, er lebt in der Nähe und ist ein sehr geschickter Jäger, mit dem Sie zufrieden sein werden. Er spricht auch ein bisschen Dänisch.« »Wann kann ich ihn treffen?« »Morgen wird er zurück sein.« »Na gut, warten wir bis morgen.« Mein Onkel stieß einen kleinen Seufzer aus. Hans. Als ich am nächsten Morgen erwachte, hörte ich, dass mein Onkel im Nebenzimmer mit jemandem sprach. Ich stand schnell auf und beeilte mich, zu ihm zu kommen. Er sprach Dänisch mit einem großen, kräftigen Mann. Lange rote Haare fielen über seine breiten Schultern, und trotz seiner Stärke schien er sehr ruhig und ausgeglichen zu sein. Unbeweglich und mit gekreuzten Armen stand er während des ganzen Gespräches mit meinem Onkel da, und wenn er Ja oder Nein meinte, nickte er entweder oder schüttelte den Kopf. Wie sich herausstellte, hieß dieser ernste und schweigsame Mann Hans Bielke und würde unser Führer sein. Mein Onkel und Hans hatten sich auf einen Preis geeinigt, und Hans würde uns bis zu dem Dorf Stappi führen, das dicht am Fuß des Neffelsjökuls lag. Für den Weg würden wir sieben bis acht Tage brauchen. Wir hatten vier Pferde zur Verfügung, zwei zum Reiten für den Onkel und mich, die beiden anderen für das Gepäck. Hans würde zu Fuß gehen, so wie er es gewohnt war. Er kannte die Gegend sehr genau und versprach, den kürzesten Weg zu nehmen. Und Hans würde auch danach weiter in den Diensten des Onkels bleiben, solange die wissenschaftliche Reise dauern würde. Er wird uns also begleiten bis, fragte ich den Onkel, nachdem Hans gegangen war. Ja, Axel, bis zum Mittelpunkt der Erde. In zwei Tagen wollten wir abreisen, und bis dahin mussten die letzten Vorbereitungen getroffen werden. Wir prüften unsere gesamten Vorräte und wissenschaftlichen Instrumente und packten sie und die Waffen, die Werkzeuge und Lebensmittel in verschiedenen Paketen zusammen. Zu unseren Instrumenten gehörten erstens ein Thermometer mit einer Skala von 150 Grad, das mir zu hoch vorkam, denn wenn unsere Umgebung die 150 Grad Celsius erreichte, dann würden wir gebraten werden. Zweitens ein Luftdruckmesser, drittens ein Chronometer, viertens zwei Kompasse, fünftens ein Nachtfernrohr, sechstens zwei rümkowsche Apparate, die uns Licht verschaffen sollten. Die Waffen bestanden aus zwei Karabinern und zwei Revolvern. Wofür wir die Waffen brauchten? Ich wusste es nicht, denn wir hatten doch nichts zu befürchten. Doch der Onkel bestand darauf. An Werkzeugen hatten wir Folgendes verpackt. Zwei Spitzhauen, zwei Hacken, eine Strickleiter, drei mit Eisen beschlagene Stöcke, ein Beil, einen Hammer, ein Dutzend eiserne Keile und Ringschrauben und lange Stricke mit Knoten. Ein großes Paket enthielt die Lebensmittel, Fleisch und Zwieback für sechs Monate. Außerdem hatte mein Onkel Wacholderbrandwein eingepackt, kein Wasser, aber wir hatten Flaschen dabei und würden diese an Quellen auffüllen. Mein Onkel rechnete nämlich damit, dass unter der Erde viel Wasser zu finden sei. Ich war anderer Meinung. Doch er ließ sich nicht beirren. Zu guter Letzt verpackte ich noch eine Reiseapotheke mit Scheren, Schienen für einen Bruch, Garn, Binden und Kompressen, Heftpflaster und verschiedene Arzneifläschchen. Mein Onkel vergaß auch nicht seinen Tabak, Schießpulver und Zunder. An unserem letzten Abend in Reykjavik saßen wir noch lange mit dem Herrn Friedriksson zusammen und er machte dem Professor eine große Freude, indem er ihm eine Karte von Island schenkte. Zu dieser Zeit gab es noch nicht sehr viele genaue Aufzeichnungen. Umso kostbarer war diese Karte für meinen Onkel. Am Morgen weckte mich um fünf Uhr das Wiehern der vier Pferde, die unter meinem Fenster stampften. Ich zog mich hastig an und lief auf die Straße. Hans war bereits damit beschäftigt, unser Gepäck aufzuladen. Er sprach dabei kein Wort, war aber außergewöhnlich geschickt. Um sechs Uhr war alles fertig. Herr Friedriksson drückte uns zum Abschied die Hände. Mein Onkel dankte ihm auf Isländisch recht herzlich für seine Gastlichkeit. Ich sprach in meinem besten Lateinen einen herzlichen Gruß. Dann saßen wir auf und ritten davon. Nach Sneffelsjökulnes Als wir abreisten, war der Himmel bedeckt, doch das Wetter war beständig und es war weder zu heiß, noch regnete es. Mit dem Pferd durchs Land zu reiten gefiel mir sehr und lenkte mich von meinen Bedenken ab, die ich wegen unseres bevorstehenden Abenteuers hatte. Ich betrachtete die Sache mit anderen Augen. Was soll schon passieren, sagte ich mir, in einen erloschenen Krater eines Vulkans hinabzusteigen. Offenbar hat Sagnussem das auch getan. So ein Quatsch, das ein verborgener Gang von dort aus in das Erdinnere führt. Unmöglich. Also freuen wir uns auf den Ausflug und gut. Hans ging mit raschem, gleichmäßigem, ausdauerndem Schritt voran. Hinter ihm liefen die zwei Pferde mit unserem Gepäck und dann kamen der Onkel und ich. Island gehört zu den großen Inseln Europas. Sie ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen, doch leben dort nur 60.000 Einwohner. Wir ritten über mageres Weideland, das mehr gelb als grün aussah. Die Wolken hingen tief in den Bergen und mitunter sah man auf den Hängen Schnee liegen. Unsere Pferde liefen in ruhigem Trott durch diese Landschaft. Ich ritt eine Weile hinter dem Onkel und musste lachen, denn er, ein großer Mann, saß auf dem kleinen Islandpferd und seine langen Beine reichten bis zum Boden. Von hinten sah es so aus, als wären er und das Pferdchen ein sechsfüßiger Zentaur. In den folgenden Tagen übernachteten wir immer wieder bei isländischen Bauern, die sehr gastfreundlich zu uns waren. Wir durchwanderten mehrere Fjorde und erreichten am 20. Juni das Dörfchen Stappi. Im Dorf. Stappi, ein kleiner Flecken von etwa 30 Hütten, steht an einem kleinen Fjord auf erkaltetem Lavagrund vor dem Vulkan. Hans hatte uns sehr gut geleitet und ich war froh, dass er auch weiterhin bei uns sein würde. Als wir am Tor des Pfarrhauses ankamen, einer niedrigen Hütte, sah ich da einen Mann, der eine lederne Schürze trug und ein Pferd beschlug. »Sölvertu«, sprach der Jäger. »Guten Tag«, erwiderte der Hufschmied auf Dänisch. »Chirgoherde«, sagte Hans zu meinem Onkel. »Der Pfarrer«, übersetzte er, »es scheint, lieber Axel, dass dieser tapfere Mann da der Pfarrer ist.« Währenddessen sprach Hans mit dem Pfarrer. Das Gästezimmer, in das man uns führte, schien das schlechteste von allen Zimmern im Haus zu sein. Es war eng, schmutzig und rochübel. Doch wir wollten nicht undankbar sein, denn der Pfarrer war eher Schmied, Fischer, Jäger und Zimmermann und keineswegs solch ein geistlicher Herr, wie wir sonst die Pfarrer kennen. Ich möchte auch gar nichts gegen die armen Pfarrer sagen, die es nicht leicht haben, denn das Gehalt, das sie von der dänischen Regierung bekommen, ist äußerst gering. Daher müssen sie hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Gleich am nächsten Tag begannen die Vorbereitungen. Hans brachte uns drei Isländer, die statt der Pferde das Gepäck tragen sollten. Es wurde aber vereinbart, dass sie, sobald wir auf dem Boden des Kraters angekommen waren, zurückkehren sollten. Bei dieser Gelegenheit erklärte mein Onkel Hans, dass die Erforschung des Vulkans sehr umfassend werden würde. Hans nickte nur mit dem Kopf. Dahin oder sonst irgendwo hin, ob auf der Oberfläche oder ins Innere hinab, ihm war es egal. Aber mir ganz und gar nicht. Doch was sollte ich machen? Ich hätte mich schon in Hamburg wehren sollen und nicht erst hier am Fuß des Snefelsjökul. Ein Gedanke quälte mich besonders. Ein schrecklicher Gedanke, der auch dem mutigsten Angst eingejagt hätte. »Wir steigen«, sagte ich zu mir selbst, »auf den Snefelsjökul. Gut. Wir wollen in seinen Krater hinab. Andere haben das auch getan und haben dabei ihr Leben nicht verloren. Aber dabei wird es ja nicht bleiben. Wenn wir einen Weg in das Erdinnere finden, dann hat der unglückselige Sagnussem die Wahrheit gesagt und wir werden uns in den unterirdischen Gängen des Vulkans bestimmt verlaufen. Außerdem haben wir nicht einmal einen Beweis dafür, dass der Snefelsjökul wirklich erloschen ist. Keinen Beweis, dass nicht ein Ausbruch bevorsteht. Und was soll dann aus uns werden?« Ich entschloss mich, meinen Onkel darauf anzusprechen. Aber das musste ich geschickt anstellen. Ich ging zu ihm und erzählte ihm von meinen Bedenken. »Darüber habe ich auch schon nachgedacht«, erwiderte er nur. »Was bedeutete das? Würde er etwa Vernunft annehmen?« Nach einer kleinen Pause sagte er, »Seit unserer Ankunft hier in Stappi habe ich mich mit der Frage beschäftigt, denn wir dürfen nicht unvorsichtig sein. Der Snefelsjökul ist seit 600 Jahren stumm, aber die Sprache hat er trotzdem nicht verloren. Vor Ausbrüchen kommt es aber immer zu gewissen Erscheinungen, die genau bekannt sind. Ich habe die Bewohner befragt, den Boden studiert und ich kann dir sagen, Axel, es steht kein Ausbruch bevor.« Über diese Behauptung war ich bestürzt. »Glaubst du mir nicht?«, fragte mein Onkel. »Na, dann komm mal mit mir mit.« Ich folgte ihm. Wir verließen das Pfarrhaus und der Professor schlug einen Weg ein, der hinab Richtung Meer führte. Bald befanden wir uns auf einer großen Fläche, die ungeheuer viel Gestein vulkanischen Ursprungs enthielt. Außerdem sah man hier und da weißen Rauch aus dem Boden emporsteigen. Dieser wird Reikir im Isländischen genannt und stammt aus heißen Quellen. Der Rauch zeigt die vulkanische Tätigkeit des Bodens. Das schien meine Befürchtungen zu bestätigen. Wie überrascht war ich deshalb, als mein Onkel sagte, »Siehst du diese Rauchwirbel, Axel? Sie beweisen, dass wir vom Vulkan nichts zu befürchten haben.« »Wie kommst du darauf?« »Merke dir,« sprach der Professor. »Wenn ein Ausbruch bevorsteht, werden diese Dämpfe erst stärker und verschwinden dann völlig. Bei diesen Rauchwirbeln kann man mit Gewissheit sagen, dass kein Ausbruch in der nächsten Zeit bevorsteht. Aber genug jetzt. Wenn es keine weiteren wissenschaftlichen Argumente gibt, so sei still.« Ich ließ die Schultern hängen, als wir ins Pfarrhaus zurückgingen, denn mein Onkel hatte mich zum Schweigen gebracht. Doch eine Hoffnung blieb mir noch, nämlich, dass wir keinen Gang finden würden, wenn wir auf dem Grund des Kraters angekommen wären und es unmöglich sein würde, unter die Erde zu gehen. In der Nacht hatte ich schlimme Albträume. Ich befand mich mitten in einem Vulkan tief unter der Erde und wurde wie ein Stück Fels in die Luft emporgeschleudert. Am nächsten Morgen, den 23. Juni, erwartete Hans uns mit seinen Kameraden, die die Lebensmittel, die Werkzeuge und die Instrumente tragen sollten. Hans hatte sehr umsichtig zu unserem Gepäck einen vollen Schlauch Wasser gepackt, der uns für acht Tage mit Wasser versorgte. Es war neun Uhr morgens. Wir verabschiedeten uns von dem Pfarrer und der präsentierte uns eine hohe Rechnung für seine Gastfreundschaft. Doch mein Onkel zahlte ohne zu murren. Auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde kam es nicht auf ein paar Reichsthaler an. Als alles geregelt war, gab Hans das Zeichen zum Aufbruch und nach einigen Minuten hatten wir Stappi im Rücken. Auf dem Vulkan. Der Sneffelsjökul ist 1500 Meter hoch. Vom Dorf aus konnte man seine beiden Spitzen nicht sehen, denn die Wolken hingen tief. Ich erkannte aber, dass enorme Schneemassen auf diesem Riesen lagen. Wir gingen einer hinter dem anderen, der Jäger, voran auf so engen Pfaden, dass zwei Personen nicht nebeneinander gehen konnten. Eine Unterhaltung war dadurch fast unmöglich. Als echter Neffe des Professors Liedenbrock beobachtete ich mit Interesse die mineralogischen Besonderheiten dieser Insel, betrachtete die Felswände und erinnerte mich an die ganze geologische Geschichte Islands. Diese Insel war in der jüngeren Erdgeschichte vom Meeresgrund empor getaucht und wahrscheinlich erhebt sie sich noch weiter, denn man kann ihren Ursprung einem unterirdischen Vulkan zuschreiben. Und sollte das der Fall sein, dann würden die Theorie meines Onkels und das Dokument Sagnussems in Rauch aufgehen. Es war dumm zu glauben, dass die innere Masse der Erde nicht aus glühender Flüssigkeit bestünde, denn bei jedem Vulkanausbruch ergoss sich flüssige Lava aus dem Erdinneren. Es war Wahnsinn anzunehmen, man könne zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Der Weg wurde immer schwieriger. Er ging steiler bergan und man musste sehr aufpassen, um einen gefährlichen Sturz zu vermeiden. Hans ging ruhig voran, wie auf ebenem Boden. Manchmal verschwand er hinter großen Felsblöcken und wir verloren ihn kurz aus den Augen. Dann gab er mit hellem Pfeifen die Richtung an, in die wir ihm folgen sollten. Oft auch stand er still, nahm einige Felsstücke vom Boden und legte sie so zurecht, dass sie eine Richtschnur für die Rückkehr bildeten. Doch die Ereignisse, die eintreffen sollten, machten diese Vorkehrungen unnötig. Nach drei ermüdenden Wegstunden waren wir nur bis zum Fuß des Berges gekommen. Hans gab ein Zeichen, Halt zu machen und wir aßen ein leichtes Frühstück. Mein Onkel verschlang eine doppelte Portion, damit wir schneller weitergehen konnten. Doch da diese Pause auch zum Ausruhen bestimmt war, musste er sich nach dem Führer richten, der erst nach einer Stunde das Zeichen zum Aufbruch gab. Die drei Isländer waren genauso schweigsam wie Hans und sprachen kaum ein Wort. Wir stiegen jetzt die Hänge des Sneffels Jökul hinauf. Sein schneebedeckter Gipfel schien mir durch eine optische Täuschung, wie sie im Gebirge häufig vorkommt, sehr nah. Doch es dauerte noch viele Stunden, bis wir ihn erreichten. Und es war sehr beschwerlich. Steine lösten sich immer wieder unter unseren Füßen und rollten so schnell wie eine Lawine auf die Ebene hinab. An manchen Stellen lagen riesige Steinblöcke auf dem schmalen Pfad, über die man nicht herüberklettern konnte. Zudem führte der Pfad dicht an der Felskante entlang, sodass wir nur mit größter Schwierigkeit an den Blöcken vorbeikamen und immer darauf achten mussten, nicht in den Abgrund zu stürzen. Wir unterstützten uns dabei gegenseitig mit unseren Stöcken. Zum Glück stießen wir nach einer Stunde voller Strapazen mitten in der Schneedecke plötzlich auf eine Art Treppe, die uns das Steigen sehr erleichterte. Sie hatte sich aus Steinen gebildet, die bei dem letzten Ausbruch massenweise ausgeschleudert worden waren. Der Aufstieg über die Stufen ging so schnell, dass sich, als ich eine kleine Weile stehen blieb, meine Kameraden schon ein ganzes Stück von mir entfernt hatten. Ich beeilte mich, sie wieder einzuholen. Um sieben Uhr abends hatten wir die zweitausend Treppenstufen erklommen und befanden uns nun auf eine Art Unterlage des Berges, auf die sich der eigentliche Kegel des Kraters stützte. Wir hatten die Grenze des ewigen Schnees überschritten, die in Island infolge des stets feuchten Klimas nicht sehr hoch ist. Es war eisig kalt und ein starker Wind wehte. Ich war erschöpft. Der Professor sah, dass meine Beine mir den Dienst versagten und entschloss sich, trotz seiner Ungeduld eine Pause zu machen. Er gab dem Jäger ein Zeichen, doch der schüttelte den Kopf und sagte »Osvansor«. »Es sieht so aus«, sagte mein Onkel, »als müssten wir noch höher steigen.« Darauf fragte er Hans nach dem Grund. »Mistur«, war die Antwort. »Ja, Mistur«, wiederholte einer der Isländer etwas erschrocken. »Was bedeutet dieses Wort?«, fragte ich beunruhigt. »Sieh nur«, sagte mein Onkel. Ich richtete meine Blicke auf die Ebene. Eine ungeheure Säule aus gepulvertem Bimsstein, Sand und Staub erhob sich im Wirbel einer Windhose, und sie kam genau auf die Seite des Sneffels Jökull zu, auf der wir uns befanden. Und wenn diese Windhose uns traf, würde sie uns fraglos in ihren Wirbel hineinziehen. Diese Naturerscheinung, die, wenn der Wind von den Gletschern herunterweht, ziemlich häufig vorkommt, heißt im isländischen Mistur. »Hastig, hastig«, rief unser Führer. Ohne Dänisch zu verstehen, verstand ich sofort, dass wir Hans so schnell wie möglich folgen sollten. Wir liefen in Richtung des Kraters. Schon bald traf die Windhose auf den Berg, der erzitterte. Steine, die in den Wirbel gesogen wurden, flogen wie bei einem Vulkanausbruch durch die Luft und regneten wie Hagelkörner zurück auf die Erde. Zum Glück waren wir weit genug entfernt und dadurch in Sicherheit. Ohne die Vorsicht unseres Führers wären wir zerfetzt und zu Staub zermalmt worden. Hans hielt es für besser, die Nacht nicht auf der Außenseite des Vulkankegels zu verbringen. Wir setzten unseren Aufstieg fort und für die 460 Meter, die wir noch erklimmen mussten, brauchten wir fast fünf Stunden. Die Kälte, der Hunger und die dünne Luft hatten mich so erschöpft, dass ich kaum noch weiter konnte. Endlich, um elf Uhr abends, erreichten wir im Dunkeln den Gipfel des Neffelsjökull. In dem Krater Das Abendessen wurde rasch verzehrt. Unser Lager war nicht sehr bequem, hoch oben in 1500 Metern Höhe. Trotzdem schlief ich ruhig und gut wie schon lange nicht mehr. Ich schlief so tief, dass ich nicht einmal träumte. Am nächsten Morgen wachten wir im Sonnenaufgang bei Eiseskälte halb erfroren auf. Ich verließ mein Granitbett, um das prachtvolle Schauspiel zu genießen. Ich stand auf dem Gipfel der südlichen Spitze des Neffelsjökull und konnte von da über den größten Teil der Insel blicken. Ich sah direkt vor mir tiefe Täler, Abgründe, Seen und Flüsse. Zu meiner Rechten reihte sich Gletscher an Gletscher und zahlreiche Bergspitzen. Aus manchen stiegen dünne Rauchsäulen empor. Die wellenförmigen Erhebungen mit ihren Schneedecken erinnerten mich an die Oberfläche eines stürmischen Meeres. Im Westen breitete sich vor meinen Augen majestätisch der Ozean aus, und die Grenze zwischen Land und Meer war kaum zu erkennen. Ich genoss diesen Ausblick, und diesmal ohne Schwindelgefühl, denn ich hatte mich bereits an die Höhe gewöhnt. Berauscht von diesem Gefühl der Höhe dachte ich nicht an die Tiefen, in die wir bald hinabsteigen würden. Doch da kamen der Professor und Hans an meinen Aussichtspunkt und holten mich in die Wirklichkeit zurück. »Wir sind nun auf dem Gipfel des Sneffels, Jirkul, und sehen hier zwei Spitzen, eine südliche und eine nördliche«, sagte mein Onkel. »Hans wird uns sicher sagen, wie der heißt, auf dem wir gerade stehen.« »Skartaris«. Mein Onkel blickte mich triumphierend an. »Dann auf zum Krater!« Der Krater des Sneffels, Jirkul, sah aus wie ein Trichter, und seine Mündung mochte einen Durchmesser von fünf Kilometer haben. Seine Tiefe schätzte ich auf etwa 600 Meter. Der Trichter fiel nicht sehr steil ab, sodass man leicht hinuntergelangen konnte. Nun gab es kein Zurück mehr. Hans ging mit gleichgültiger Miene voran. Ich folgte schweigend. An manchen Stellen im Trichter befanden sich kleinere Gletscher. An diesen Stellen ging Hans nur sehr vorsichtig und untersuchte mit seinem beschlagenen Stock den Boden, falls es Gletscherspalten gäbe. An manchen bedenklichen Stellen mussten wir uns mit einem langen Tau aneinanderbinden, um uns gegenseitig zu sichern, falls einer von uns ins Rutschen geriet. Mittags zwölf Uhr kamen wir auf dem Boden des Trichters an. Ich blickte nach oben zum Rand des Kegels, und man konnte ein kleines Stückchen Himmel erkennen und die Spitze des Skartaris. Auf dem Boden des Kraters befanden sich drei offene Kamine, tiefe Löcher, aus denen zur Zeit der Ausbrüche des Neffels Jökul die Lava ausgeworfen wurde. Jeder dieser Kamine hatte ungefähr 30 Meter Durchmesser. Ich hatte nicht den Mut, hineinzublicken. Der Professor Lidenbrock hatte sie schnell untersucht. Er lief atemlos von einem zum anderen, gestikulierte wild und brabbelte unverständliche Worte vor sich hin. Hans und seine Kameraden saßen auf einem Lava-Block und schauten ihm dabei zu. Sie glaubten wohl, er sei übergeschnappt. Plötzlich stieß mein Onkel einen Schrei aus. Ich dachte, sein Fuß sei eingebrochen und er würde in einen der drei Schlünde fallen. Aber nein. Ich sah, wie er mit ausgebreiteten Armen und gespreizten Beinen vor einem Granitfelsen stand, der auf der Mitte des Kraters lag. »Axel! Axel!«, rief er. »Komm, komm schnell!« Ich eilte zu ihm. Hans und die Isländer rührten sich nicht. »Sieh nur!«, sagte der Professor. Und mit großem Erstaunen und Freude las ich auf dem Felsblock in Runenschrift, die schon sehr verwittert war, den tausendmal verwünschten Namen. »Arnis Sagnussim!«, rief mein Onkel. »Hast du jetzt immer noch Zweifel?« Ich konnte nichts sagen und ging schweigend zu dem Felsbrocken zurück, auf dem ich gesessen hatte. Wie lange ich so in Gedanken versunken war, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass ich meinen Onkel und Hans allein vor mir sah, als ich den Kopf wieder hob. Die Isländer waren bereits auf dem Heimwege nach Stapi. Hans schlief ruhig am Fuß eines Felsblocks, wo er sich ein Lager eingerichtet hatte, und mein Onkel lief auf dem Boden des Kraters umher. Ich hatte weder Lust noch Kraft aufzustehen, folgte dem Beispiel unseres Führers Hans und legte mich schlafen. So verging die erste Nacht im Innern des Kraters. Am folgenden Morgen war der Himmel grau, bewölkt, und die Wolken hingen tief auf der Spitze des Kegels. Mein Onkel war deshalb sehr zornig. Ich verstand sofort, warum, und es keimte wieder Hoffnung in mir auf. Denn nach Sagnussims Dokument musste der Schatten des Skartaris in den letzten Tagen des Junis den Kraterrand berühren. Man konnte tatsächlich denken, dass dieser spitze Gipfel wie der Zeiger einer riesigen Sonnenuhr aussah, dessen Schatten an einem bestimmten Tag den Weg zum Mittelpunkt der Erde zeigen werde. Doch wenn die Sonne nicht schien, gab es auch keinen Schatten, und damit fehlte der Hinweis zum Eingang. Es war der 25. Juni, und sollte der Himmel noch weitere sechs Tage lang bedeckt bleiben, so musste die Beobachtung auf ein anderes Jahr verschoben werden. Den ohnmächtigen Zorn des Professors Lidenbrock zu beschreiben, erspare ich mir. Der Tag verstrich, ohne dass ein Schatten in den Krater fiel. Hans rührte sich nicht vom Fleck, doch fragte er sich bestimmt, worauf wir warteten. Mein Onkel sprach nicht ein einziges Wort mit mir. Er starrte die ganze Zeit nur in den Himmel. Am 26. fiel den ganzen Tag Regen mit Schnee vermischt. Hans errichtete aus Lavastücken eine Hütte. Mein Onkel wurde immer unruhiger. Aber in solch einer Situation würde das selbst ein geduldigerer Mensch werden, denn es schien wirklich, als würden wir scheitern. Auch am folgenden Tag war der Himmel noch bedeckt. Aber Sonntag, den 28. Juni, wurde das Wetter besser. Die Sonne schien in den Krater. Der kleinste Berg, jeder Felsen, jeder Stein und jede Erhöhung warf sofort seinen Schatten auf den Boden. Der des Gartaris zeichnete sich deutlich ab und wanderte mit der Sonne über den Boden des Kraters. Und mein Onkel wanderte mit. Um zwölf Uhr, als der Schatten am kürzesten war, berührte er sanft den Rand des mittleren Kamins. »Hier ist es!« rief der Professor aus. »Hier geht es zum Mittelpunkt der Erde!« fügte er auf dänisch hinzu. Ich blickte zu Hans. »Ford«, sagte dieser ruhig. »Vorwärts«, erwiderte mein Onkel. Es war 1.13 Uhr am Nachmittag. In den Schlund hinab. Nun begann die Reise erst wirklich. Ich hatte bisher noch nicht in diesen unergründlichen Schlund gesehen, in den ich mich hinabwagen sollte. Jetzt war der Moment gekommen, an dem ich mich entscheiden musste. Entweder ging ich mit oder verweigerte. Aber ich schämte mich, denn Hans begab sich sofort und trotzdem so ruhig und so unbekümmert in dieses gefährliche Abenteuer, dass ich mich wirklich schämte, weniger tapfer zu sein als er. Deshalb sagte ich nichts, dachte noch einmal an mein hübsches Gretchen und trat an den mittleren Kamin heran. Dieser hatte, wie schon erwähnte, einen Durchmesser von 30 Metern. Ich beugte mich über einen Felsblock und blickte hinein. Die Haare sträubten sich mir. Es wurde mir schwindelig. Der Boden wankte unter meinen Füßen und ich fühlte mich wie ein Betrunkener. Es war, als würde der Abgrund mich hinunterziehen und ich drohte, in den Kamin zu stürzen. Doch da packte mich Hans mit starker Hand. Vielleicht hätte ich in Kopenhagen noch mehr Schwindelübungen machen sollen. So kurz der Blick auch war, den ich in den Schlund geworfen hatte, so war mir doch aufgefallen, dass sich an den fast senkrecht abfallenden Wänden zahlreiche Vorsprünge befanden, die uns das Hinabsteigen erleichtern würden. Als alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, verpackten wir nach Anweisung meines Onkels unser Gepäck in drei Pakete. Jeder von uns sollte eins auf den Rücken nehmen. Hans, sagte er, wird die Werkzeuge und einen Teil der Lebensmittel nehmen. Du, Axel, ein zweites Drittel des Proviants und die Waffen. Ich, den Rest und die feineren Instrumente. Aber, fragte ich, die Kleider, die Tauer und Leitern, wer soll die schleppen? Die kommen schon von selbst hinab. Wie das? fragte ich. Du wirst's gleich sehen. Und zugleich packte Hans aus allen nicht zerbrechlichen Gegenständen ein einziges Paket, verschnürte es gut und dann wurde es ohne weiteres in den Abgrund geworfen. Ich vernahm ein lautes Getöse, mit dem das Paket hinabpolterte. Mein Onkel beugte sich vor und beobachtete das rollende Gepäck, solange er es sehen konnte. Gut, sagte er, jetzt kommen wir an die Reihe. Ich fragte mich wirklich, ob es einen Menschen gibt, der bei diesen Worten nicht geschaudert hätte. Der Professor nahm den Pack mit den Instrumenten auf seinen Rücken, Hans den Pack mit den Geräten, ich die Waffen. Hans stieg als Erster hinab. Dann kam mein Onkel und zuletzt ich. Wir waren dabei sehr still. Man hörte nur ab und zu Felsstücke, die wir locker traten und die in den Abgrund rollten. Ich rutschte langsam hinab, indem ich mit der einen Hand krampfhaft das doppelte Tau fasste, das wir um einen großen Felsen am Eingang gewickelt hatten und mit der anderen mich auf meinen Stock stützte. Ich hatte große Sorge, dass das Tau uns nicht halten würde, schließlich musste es drei Personen tragen. Nach einer halben Stunde hatten wir einen Felsen erreicht, der fest in der Wand des Schlundes steckte. Hans zog an einem Ende des Taues, während das andere in die Höhe glitt, und nachdem es oben über den Felsen, um den es geschlungen war, gezogen wurde, fiel es mit einem Regen aus Steinen und Laberstücken hinab. Von unserem schmalen Ruheplatz aus konnte ich den Boden des Schachtes noch nicht sehen. Wir schlangen das Tau um einen weiteren Felsen, und nach einer halben Stunde waren wir wieder gut sechzig Meter weitergekommen. Ich für meinen Teil kümmerte mich wenig um die Bodenbeschaffenheit, aber der Professor stellte Beobachtungen an und machte sich Notizen. Nach drei Stunden konnte ich noch immer nicht den Boden des Schlundes erkennen. Und allmählich wurde es dunkler. Als ich nach oben blickte, sah ich, dass die Mündung des Kamins schon sehr viel kleiner geworden war. Während wir weiter hinabstiegen, hörte sich das Aufprallen der losgelösten Steine schon matter und dumpfer an, als wäre der Grund nicht mehr sehr weit entfernt. Da ich mir genau gemerkt hatte, wie oft wir das Tau neu angebracht hatten, konnte ich die Tiefe berechnen. Wir hatten nun vierzehnmal das Seil um einen Felsen geschlungen, was mit vierzehnmal sechzig Metern zu berechnen war, und hieß, dass wir bereits achthundertvierzig Meter in die Tiefe gestiegen waren. In diesem Augenblick rief Hans »Halt«. Mein Onkel hielt so plötzlich an, dass ich ihm fast auf den Kopf getreten wäre. »Wir sind am Ziel«, sagte er. »Aber ist das dort nicht ein anderer Ausgang?«, fragte ich den Onkel und zeigte auf einen Gang, in dem es nicht völlig dunkel war. »Ja, das scheint so«, sagte er. »Doch das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir etwas essen und danach schlafen.« Wir öffneten den Proviantsack und aßen. Dann legte sich jeder so gut er konnte auf ein Lager von Steinen und Lavabrocken. Und als ich auf dem Rücken lag und die Augen aufschlug, bemerkte ich am Ende des über achthundertsechzig Meter langen Tunnels, der wie ein riesiges Fernrohr schien, einen glänzenden Punkt. Es war ein Stern, der hoch am Himmel stand. Darauf schlief ich ein und fiel in einen tiefen Schlaf. Weiter abwärts. Um acht Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die Lavawände fingen das Sonnenlicht auf und es schimmerte wie ein Funkenregen in unserer Höhle. Dieser Schimmer reichte aus, um die Umgebung etwas erkennen zu können. »Nun, Axel, was sagst du dazu?« rief mein Onkel, indem er sich die Hände rieb. »Hast du je zu Hause in der Königstraße eine so ruhige Nacht verbracht? Hier gibt es kein Wagengerassel, Geschrei der Kaufleute oder Rufen der Bootsleute.« »Trotzdem liegt in dieser Ruhe doch etwas Erschreckendes.« »Aber«, rief mein Onkel, »wenn du dich jetzt schon fürchtest, wie soll es da erst später werden? Wir sind noch keinen Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen.« »Wie meinst du das?« »Ich meine damit, dass wir erst auf dem Boden der Insel angelangt sind. Diese lange senkrechte Röhre, die im Krater des Sneffels Jökul beginnt, endet etwa auf Höhe des Meeresspiegels.« »Bist du dir das sicher?« »Ganz sicher. Sieh es dir auf dem Barometer an.« Er hatte recht. Das Quecksilber zeigte den Druck an, der genau auf Höhe des Meeresspiegels vorherrschte. »Aber«, sagte ich, »müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn der Druck jetzt stetig zunimmt?« »Nein. Denn wir gehen nur langsam abwärts, und unsere Lungen gewöhnen sich daran. Je weiter man in die Höhe steigt, desto dünner wird die Luft und man bekommt weniger Sauerstoff. Und wenn wir jetzt tiefer hinabsteigen, bekommen wir vielleicht sogar zu viel. Aber das ist besser als zu wenig. Verlieren wir also keine Zeit. Wo ist der Pack, den wir gestern hinabgeworfen haben?« Wir schauten uns um. Hans sah mit seinen geübten Jägeraugen umher und entdeckte ihn. Der Pack war an einem Felsvorsprung etwa 30 Meter über unseren Köpfen hängen geblieben. Rasch kletterte der Isländer wie eine Katze hinauf und holte ihn herunter. »Jetzt«, sagte mein Onkel, »wollen wir frühstücken.« Zum Zwieback und getrocknetem Fleisch tranken wir einige Schlucke Wasser mit Wacholder-Brandwein. Als das Frühstück zu Ende war, zog mein Onkel sein Notizbüchlein aus der Tasche, nahm nacheinander die verschiedenen Instrumente und schrieb deren Werte auf. »Und jetzt, Axel«, rief der Professor begeistert, »jetzt werden wir ins Innere der Erde gehen. Nun endlich beginnt unsere Reise.« Und schon griff mein Onkel mit der einen Hand nach einem an seinem Hals hängenden rümkaufschen Apparat, verband ihn mit der Laterne und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Der zweite Apparat, den Hans trug, wurde ebenfalls angeschaltet. Diese große Erfindung, mit der man die Elektrizität in einer Batterie speichern konnte, ermöglichte uns, unter der Erde bei künstlichem Tageslicht zu gehen. »Marsch«, sagte mein Onkel. Jeder nahm wieder seinen Pack, Hans übernahm auch den mit den Kleidern und Stricken, und wir traten alle drei in die Lava-Galerie. Ein letztes Mal blickte ich durch die lange Röhre in den Himmel Islands, den ich nicht wiedersehen sollte. Die Lava hatte sich bei ihrem Ausbruch im Jahr 1229 einen Weg durch diesen Tunnel gebrochen. Sie überzog das Innere mit einem dichten, glänzenden Teppich, von dem das elektrische Licht mit hundertfacher Stärke reflektiert wurde. Die Schwierigkeit des Weges bestand hauptsächlich darin, dass man über eine Fläche, die sich im Winkel von 45 Grad neigte, nicht zu schnell herunterrutschte. Zum Glück gab es einige Stellen, auf denen Groll lag, das uns dann als Stufen diente. An den Wänden sahen wir oft Tropfsteine. An manchen Stellen war die Lava löchrig und bildete kleine, runde Blasen. Es waren Kristalle aus dunklem Quarz mit klaren Glastropfen verziert, die wie Leuchter von der Decke herabhingen. Es schien, als hätten unterirdische Geister sie für uns angezündet, und nun erstrahlte ihr Palast, um die Gäste aus der Oberwelt zu empfangen. »Wie prachtvoll ist das!«, rief ich. »Welch ein wunderschöner Anblick!« »Ach, jetzt fängt's wohl an, dir zu gefallen, was, Axel?«, erwiderte mein Onkel. »Du hältst das hier für prächtig, lieber Junge? Wart's ab! Du wirst noch ganz andere Dinge zu sehen bekommen. Nur vorwärts! Vorwärts!« Der Kompass, auf den ich oft sah, zeigte unveränderlich immer die Richtung Südost an. Der Lavastrom war in gerader Linie vorwärts geflossen. Es war bisher nicht sehr viel wärmer geworden, und ich blickte immer wieder auf das Thermometer und wunderte mich. Zwei Stunden nach unserer Abreise zeigte es nur zehn Grad Celsius, das heißt eine Steigerung von vier Grad Celsius. Deshalb vermutete ich, dass wir uns nur sehr langsam in die Tiefe bewegten. Wie tief wir gekommen waren, konnten wir leicht bestimmen. Der Professor maß die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtung des Weges, doch verriet er mir das Ergebnis nicht. Abends um acht Uhr gab er das Zeichen zum Anhalten. Hans setzte sich sogleich auf den Boden. Die Lampen wurden an einem Lavavorsprung befestigt. In der Höhle, in der wir uns jetzt befanden, gab es genug Luft. Wir spürten sogar einen Luftzug. Woher kam er? Die Antwort auf diese Frage musste warten, denn wegen des Hungers und der Müdigkeit konnte ich nicht mehr richtig denken. Wir waren sieben Stunden lang in die Tiefe gestiegen, und das hatte meine Kräfte erschöpft. Wir aßen alle mit großem Appetit, doch beunruhigte mich, dass unser Wasservorrat schon zur Hälfte aufgebraucht war. Mein Onkel hatte damit gerechnet, dass wir unsere Vorräte aus unterirdischen Quellen wieder auffüllen konnten, aber bisher waren wir auf keine einzige Quelle gestoßen. »Wir haben nur noch auf fünf Tage Wasser, lieber Onkel«, sagte ich. »Sei unbesorgt, Axel. Ich garantiere dir, dass wir Wasser finden werden, und zwar mehr als uns lieb sein wird.« »Wann?« »Wenn wir durch diese Lavaschichten hindurch sind?« Wie soll denn Wasser durch diese Wände dringen? Auf dem Irrweg. Am folgenden Tag, Dienstag, 30. Juni, setzten wir die Reise fort. Wir folgten der Lavagalerie, die immer weiter abwärts führte. So ging's bis zwölf Uhr siebzehn Minuten, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten. »Ah!« rief mein Onkel aus. »Wir haben das Ende des Gangs erreicht!« Ich sah mich um. Vor uns zeigten sich zwei Wege, beide düster und eng. Welchen sollten wir einschlagen? Mein Onkel entschied sich für den rechten Tunnel, und so gingen wir in ihn hinein. Diese neue Galerie fiel kaum merklich ab, und auch die Wärme war erträglich. Unwillkürlich musste ich daran denken, wie heiß es je gewesen sein musste, als die vom Sneffelsjökul ausgeworfenen Lavaströme auf diesem jetzt so ruhigen Weg entlang geflossen waren. Ich stellte mir vor, wie sich an den Ecken der Galerie die Feuerströme trafen und diese engen Räume mit heißen Dämpfen füllten. Wenn es nur dem alten Vulkan nicht wieder einfällt, auszubrechen, dachte ich bei mir. Dem Onkel erzählte ich von diesen Gedanken aber nichts. Er hätte meine Sorge nicht verstanden. Sein einziger Gedanke war, vorwärts zu gehen. Er ging, rutschte, purzelte mit einem Willen, den man bewundern musste. Um sechs Uhr abends waren wir drei Kilometer südlich vorwärts gekommen, aber nur vierhundert Meter in die Tiefe. Mein Onkel gab das Zeichen zum Ausruhen. Wir aßen ohne viel zu reden und schliefen bald in unsere Decken gerollt ein. Am anderen Morgen setzten wir frisch und munter die Reise fort. Der Tunnel ging nicht mehr tiefer hinab, sondern verlief ganz horizontal. Ja, fast glaubte ich, dass er wieder aufwärts führte, zur Erdoberfläche. Gegen zehn Uhr vormittags wurde das offensichtlich. Die Schritte wurden immer anstrengender und ich musste langsamer laufen. Was ist denn, Axel? fragte der Professor ungeduldig. Ich kann nicht schneller. Wie? Nach gerade drei Stunden auf einem so einfachen Weg? Einfach mag er ja sein, aber doch anstrengend. Weshalb? Wir gehen doch nur abwärts. Aufwärts. Onkel, aufwärts. Der Onkel zuckte die Achseln. Allerdings. Seit einer halben Stunde führt der Weg nach oben. Und wenn's so weitergeht, kommen wir sicherlich wieder an die Oberfläche. Der Professor schüttelte den Kopf. Er war nicht überzeugt. Doch ich konnte sehen, dass seine Laune sich verschlechterte. Inzwischen hatte ich mein Bündel wieder auf den Rücken genommen und lief schnell Hans nach, der vor meinem Onkel herging. Ich wollte nicht zurückbleiben und meine Gefährten nicht aus den Augen verlieren. Ein Schauder durchlief mich bei dem Gedanken, dass ich mich in den Tiefen dieses Labyrinths verirren könne. Einen tröstlichen Gedanken hatte der aufwärtsführende Weg, auch wenn er anstrengender war. Er würde uns der Erdoberfläche näher bringen. Darin lag meine Hoffnung. Jeder Schritt bestätigte sie, und ich freute mich schon bei dem Gedanken, mein liebes Gretchen wiederzusehen. Zur Mittagszeit veränderten sich die Wände. Ich merkte es an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts. Anstelle der Lava konnte man jetzt Gestein erkennen. Man kann es klar sehen, rief ich. Hier ist der Schiefer, der Kalk und der Sandstein. Wir kehren jetzt dem Granitkern den Rücken. Sieh nur, Onkel. Und ich zeigte ihm die abwechselnden Schichten des Sand- und Kalksteins und die ersten Spuren des Schieferbodens. Der Professor hielt seine Lampe an die Wände, sagte aber kein Wort und ging nach einer Weile schweigend den Weg weiter. Wollte er zugeben, dass er sich geirrt hatte, als er den östlichen Tunnel wählte, oder hatte er sich vorgenommen, diesen Gang bis an sein Ende zu verfolgen? Es war eindeutig, dass wir den Weg, den die Lava nahm, verlassen hatten, und dass dieser Weg, auf dem wir uns jetzt befanden, unmöglich zum Herd des Neffelsjirkul führen konnte. Doch fragte ich mich auch, ob ich mich trotz der Bodenveränderung vielleicht geirrt hatte. Lagen diese Schichten von Gestein, durch die wir wanderten, wirklich über dem Granit? Habe ich recht, dachte ich, so müssten sich Reste von Urpflanzen finden lassen, denn die Schieferkalk- und Sandsteinböden hatten sich abgelagert, als die ersten Arten von Tieren und Pflanzen auf der Erde entstanden waren. Noch bevor ich hundert Schritte gemacht hatte, sah ich vor meinen Augen die Beweise. Meine Füße, die bisher harten Lavaboden unter sich gehabt hatten, traten nun plötzlich auf einen Staub aus Pflanzenresten und Muscheln. An den Wänden sah man deutlich Abdrücke von Meergräsern und Lykopodien, den Urzeitfahnen. Der Professor Lidenbrock konnte es nun nicht mehr abstreiten, aber er wollte es einfach nicht sehen und ging immer weiter. Das war seine Sturheit. Doch ich wollte nicht länger still sein, hob eine vollkommen erhaltene Muschel vom Boden auf, die von einem Krebstier stammen musste, ging zu meinem Onkel und sagte, sieh nur. Ja, erwiderte er ruhig. Das ist die Muschel eines Tieres der ausgestorbenen Gattung der Trilobiten, einer Wasserkrebsart, die einst im Meer lebte weiter nichts. Aber ziehst du denn daraus keinen Schluss? Doch, wir sind aus der Schicht des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, dass ich irre. Aber bevor wir nicht ans Ende dieses Tunnels gelangt sind, glaube ich nicht, dass ich mich geirrt habe. Das ist schon richtig so, lieber Onkel. Und ich würde dir zustimmen, gäbe es da nicht eine immer größer werdende Gefahr. Und welche soll das sein? Wassermangel. Nun, dann müssen wir uns das Wasser ab jetzt rationieren, Axel. Wir mussten wirklich sehr sparsam sein. Denn unser Vorrat würde nur noch für drei Tage reichen. Das entdeckte ich abends beim Essen. Und die Aussicht, in dieser Übergangsschicht auf eine Wasserquelle zu stoßen, war sehr gering. Wir liefen den ganzen folgenden Tag schweigend durch die Gewölbe. Der Weg schien nicht mehr aufwärts zu führen. Manchmal neigte er sich sogar wieder abwärts. Der Schiefer, der Kalkboden und der alte rote Sandstein der Wände schimmerten glänzend im elektrischen Licht. Aber der Professor Liedenbrock schien darauf nicht zu achten. Er wartete auf zwei Dinge. Entweder, dass sich ein senkrechter Schacht vor seinen Füßen öffnete, damit wir wieder abwärts steigen konnten, oder dass ein Hindernis ihn daran hinderte, den Weg, auf dem wir gingen, fortzusetzen. Doch der Abend kam, ohne dass sich diese Hoffnungen erfüllt hätten. Am Freitag, nachdem ich eine erste Nacht quälenden Durst ausstehen musste, irrten wir weiter in den Gängen der Galerie. Nachdem wir zwei Stunden gegangen waren, bemerkte ich, dass der Widerschein unserer Lampen an den Wänden bedeutend schwächer wurde. Anstelle des Schiefers, Kalk oder Sandsteins blickte man nun auf eine dunkle, glanzlose Wand. Ich berührte sie einmal mit der Hand. Und als ich sie zurückzog, war sie ganz schwarz. Wir befanden uns mitten in einer Kohlengrube. »Eine Kohlenmine!« rief ich. »Eine Grube ohne Gruben, Leute«, erwiderte mein Onkel. »Nun, wer weiß.« »Ich bin fest davon überzeugt«, antwortete der Professor Kurz, »dass dieser Gang, der sich durch die Kohlenschicht windet nicht, das Werk von Menschenhand ist. Aber wie dem auch sei. Nun ist es Zeit zum Abendessen.« Hans bereitete einige Speisen zu. Ich aß nicht viel und trank die wenigen Tropfen meiner Ration. Nur noch die Flasche von Hans war halb voll. Das war alles, was wir noch hatten, um den Durst von drei Menschen zu stillen. Nach dem Essen streckten sich meine beiden Gefährten auf ihren Decken aus und erholten sich von ihren Strapazen. Ich aber konnte nicht schlafen und zählte die Stunden bis zum Morgen. Am Samstag um sechs Uhr gingen wir weiter. Nach zwanzig Minuten kamen wir in eine große Höhle voller Kohleschätze. Doch wir verbrachten keine Zeit in der Höhle und liefen weiter. Mir fiel auf, dass es nun sehr stark nach Wasserstoffgas roch, von dem ich wusste, dass es oft durch Explosion schreckliche Katastrophen ausgelöst hatte. Doch zum Glück hatten wir die rümkaufschen Apparate und brauchten so kein offenes Feuer, was unweigerlich zu einer fürchterlichen Explosion geführt und unserer Reise ein vernichtendes Ende gesetzt hätte. Wir gingen bis zum Abend durch die Kohlenmine. Mein Onkel wurde wegen des geraden Weges immer ungeduldiger. Wegen der Dunkelheit konnten wir die Länge des Weges nicht abschätzen und ich fing schon an zu glauben, dass er unendlich lang sei, als wir uns plötzlich um sechs Uhr abends vor einer Wand befanden. Rechts und links, oben und unten kein Ausweg. Wir waren in eine Sackgasse geraten. »Nun, umso besser«, rief mein Onkel. »Jetzt weiß ich wenigstens, dass wir nicht auf Sacknussems Weg sind. Es bleibt uns nichts übrig, als umzukehren. Wir wollen eine Nacht ausruhen und in drei Tagen werden wir wieder an der Stelle sein, wo die beiden Wege abgingen.« »Ja«, sagte ich, »wenn unsere Kräfte bis dahin ausreichen.« »Und warum sollten Sie das nicht?« »Weil morgen unser Wasser alle ist.« »Und der Mut auch«, fragte der Professor mit einem strengen Blick. Ich gab ihm keine Antwort. Wassermangel. Am folgenden Tage brachen wir in aller Frühe auf. Eile war nötig. Wie bereits erwähnt, ging uns das Wasser bereits am Ende des ersten Tages gänzlich aus. Wir mussten nun gegen den Durst den Wacholder-Brandwein trinken, aber der brannte höllisch in der Kehle, und ich konnte ihn nicht einmal riechen. Der Rückweg war schlimm. Die Luft war mir zu warm. Ich fühlte mich oft, als müsste ich ersticken. Ich war durstig. Meine Kräfte waren gelähmt, und ich fühlte mich manchmal fast, als müsste ich gleich umfallen und regungslos liegen bleiben. Dann wurden Pausen eingelegt. Mein Onkel und der Isländer stärkten mich immer wieder, so gut sie konnten. Endlich am Dienstag, den 8. Juli, erreichten wir auf Händen und Knien kriechend halbtot die Kreuzung. Hier blieb ich wie eine träge Masse auf dem Lavaboden ausgestreckt liegen. Es war zehn Uhr vormittags. Hans und mein Onkel versuchten, mich mit einigen Brocken Zwieback zu füttern. Lange Säufzer entfuhren meinen aufgeschwollenen Lippen. Ich fiel in tiefen Schlaf. Nach einer Weile kam mein Onkel heran und nahm mich in seine Arme. Armer Junge, murmelte er voll Mitleid. Diese Worte berührten mich, da ich bei dem harten Professor solch Zuneigung nicht gewöhnt war. Ich nahm seine zitternden Hände in die meinen. Er blickte mich aus feuchten Augen an. Darauf nahm er seine Flasche, die ihm an der Seite hing, und zu meinem Erstaunen hielt er sie an meine Lippen. Trink, sprach er. Konnte ich meinen Ohren trauen? War mein Onkel nicht bei Verstand? Ich starrte ihn nur an. Trink, wiederholte er. Und er nahm seine Flasche und schüttete den Inhalt in meinen Mund. Ein Schluck Wasser. Nur ein einziger. Doch er reichte aus, um mich wieder lebendig zu machen. Ich dankte meinem Onkel mit gefalteten Händen. Ja, sagte er. Das war der letzte Tropfen. Der allerletzte. Ich hatte ihn sorgfältig in meiner Flasche aufbewacht. Zwanzigmal, hundertmal musste ich meinem schrecklichen Durst widerstehen. Für dich, mein Axel, habe ich ihn aufgehoben. Lieber Onkel, stammelte ich, und Tränen quollen aus meinen Augen. Hab vielen Dank. Vielen Dank. So wenig mein Durst auch gestillt war, so hatte ich doch ein bisschen Kraft wiedergefunden. Ich konnte widersprechen. Jetzt haben wir keine andere Wahl mehr, sagte ich. Wir haben kein Wasser mehr. Müssen also denselben Weg zurück. Während ich sprach, sah mein Onkel mich nicht an. Wir müssen zurück und wieder den Weg zum Sniffelsjökul einschlagen. Wenn wir nur genug Kraft haben, den Krater hinaufzusteigen. Umkehren? rief mein Onkel. Nicht mit mir. Doch, wir müssen zurück und dürfen nicht einen Augenblick verlieren. Es entstand eine ziemlich lange Pause. Axel, ich kann nicht aufgeben. Nicht in dem Augenblick, in dem das Abenteuer gelingen kann. Niemals. Also werden wir sterben. Nein, Axel, nein. Geh du nur zurück. Für deinen Tod will ich nicht verantwortlich sein. Hans soll dich begleiten. Lass mich allein. Ich soll dich zurücklassen? Ja, sag ich dir. Ich wollte diese Reise machen und werde sie bis zum Ende führen. Oder ich kehre nicht zurück. Geh nur, Axel. Axel, geh. Mein Onkel war sehr aufgeregt. Seine Stimme war wieder hart und drohend geworden, ganz anders als noch zuvor. Ich wollte ihn nicht in der Tiefe dieses Abgrunds zurücklassen. Doch musste ich mich selbst retten. Hans begriff, was zwischen uns vorging, aber er zeigte wenig Interesse. Für ihn war nur wichtig, was sein Herr tat, egal ob er weiterging oder blieb. Mein Onkel sagte, Axel, das fehlende Wasser ist das einzige Hindernis unserer Reise. In dem rechten Tunnel, der aus Lava, Schiefer und Kohlen besteht, haben wir nicht einen Tropfen gefunden. Aber möglicherweise haben wir im linken Tunnel mehr Glück. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Höre mir bitte zu. Während du regungslos dargelegen hast, habe ich den linken Gang untersucht. Er führt direkt ins Innere und in wenigen Stunden mitten in den Kern des Granits. Da müssen wir reichlich Wasser finden. Das hat der Granit so an sich und außerdem sagt mir das auch mein Instinkt. Ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Kolumbus hat von seiner Schiffsmannschaft drei Tage verlangt, um Amerika zu entdecken. Ich möchte von dir nur noch einen Tag. Finden wir in dieser Zeit kein Wasser, so schwöre ich dir, dass wir an die Oberfläche zurückkehren werden. Die Worte meines Onkels berührten mich. Und deshalb rief ich, nun denn, Gott möge uns schützen. Es sind nur wenige Stunden. Vorwärts. Wir gingen also durch den neuen Gang wieder abwärts, Hans wie gewöhnlich voran. Wir waren noch keine hundert Schritte weit gekommen, als der Professor mit der Lampe an der Wand ausrief, hier ist Felsgestein. Wir sind auf dem rechten Weg. Vorwärts, vorwärts. Der Gang bestand aus Granit und er wand sich wie ein verworrenes Labyrinth durch den Boden. Wir liefen merklich abwärts und um acht Uhr abends hatten wir immer noch kein Wasser gefunden. Ich litt fürchterlich. Mein Onkel ging immer weiter, wollte nicht stehen bleiben. Und wenn, dann lauschte er in den Gang, ob er nicht das Rauschen einer Quelle hörte. Vergebens. Irgendwann verließen mich meine Kräfte und ich stürzte mit einem Schrei zu Boden. Hilfe! Ich sterbe! Mein Onkel kam zu mir gelaufen, sah mich an und murmelte dumpf. Es ist alles aus. Das Letzte, was ich sah, bevor ich die Augen schloss, war eine zornige Bewegung. Als ich die Augen wieder öffnete, lagen meine Gefährten unbeweglich neben mir in ihre Decken gewickelt. Schliefen sie? Um uns herrschte tiefe Stille, Grabesstille. Kein Laut war zu hören. Ich musste wieder eingeschlafen sein, denn ich glaubte plötzlich ein Geräusch zu hören. Und als ich mich umblickte, war mir, als sähe ich Hans mit der Lampe in der Hand verschwinden. Wieso ging er fort? Wollte Hans uns verlassen? Mein Onkel schlief. Ich wollte schreien, doch mein Hals war so ausgetrocknet, dass mir die Stimme versagte. Es war wieder völlig dunkel geworden und kein Geräusch mehr zu hören. Wohin wollte Hans nur? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er fliehen wollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er fliehen wollte. Er war ein braver und treuer Mensch. Außerdem war er abwärts gelaufen, nicht nach oben. Ich beruhigte mich ein wenig. Denn hätte er böse Absichten gehabt, wäre er zurück zur Erdoberfläche gelaufen. Hans, dieser friedliche Mann, musste einen wichtigen Grund haben, dass er uns verließ. Ging er vielleicht, um eine Quelle zu finden? Hatte er in der Stille der Nacht ein Rauschen gehört, das nicht bis zu meinem Ohr gedrungen war? Der Hansbach Eine Stunde lang dachte ich über alle möglichen Gründe nach, die Hans gehabt haben konnte. Die abenteuerlichsten Ideen schossen mir durch den Kopf. Ich glaubte schon verrückt zu werden, als ich aus der Tiefe des Ganges Schritte hörte. Hans kam zurück. Das Licht schimmerte an den Wänden. Dann kam es an der Mündung des Tunnels zum Vorschein. Hans trat nahe zu meinem Onkel, legte ihm die Hand auf die Schulter und weckte ihn sanft. Er richtete sich auf und rief, was gibt es? Warten, erwiderte der Jäger. Manchmal gibt es Worte, die jeder Mensch in der größten Not versteht, egal in welcher Sprache sie gesprochen sind. Ich verstand nicht ein einziges Wort Dänisch und doch wusste ich, was unser Führer gesagt hatte. Wasser! Wasser! rief ich, klatschte in die Hände und tanzte wie ein Wahnsinniger. Wasser? wiederholte mein Onkel. War? fragte er den Isländer. Nedert, antwortete Hans. Wo? Unten? Ich ergriff Hans' Hand und drückte sie zum Dank. Er nickte nur ruhig. Schnell machten wir uns auf den Weg und nach einer Stunde hörte ich seitwärts in der Granitwand eine Art dumpfes Brausen, das sich wie fernes Donnern anhörte. Während der ersten halben Stunde unseres Wegs, als wir das Rauschen noch nicht deutlich hören konnten, überkam mich immer wieder die Angst, dass Hans sich verhört hatte. Nun aber sagte mein Onkel, Hans hat sich nicht geirrt. Was du da hörst, ist das Rauschen eines Baches. Ein Bach? Ohne jeden Zweifel. Ein unterirdischer Fluss fließt in unserer Nähe. Wir liefen voller Hoffnung schneller. Meine Müdigkeit war verschwunden. Schon das Rauschen des Wassers belebte mich. Es wurde immer stärker. Der Bach floss jetzt brausend und sprudelnd in der Felswand. Ich hielt öfters meine Hand an den Felsen, in der Hoffnung, Spuren von durchsickernder Feuchtigkeit zu finden, aber vergebens. Wir liefen noch eine halbe Stunde. Und jetzt zeigte sich, dass Hans bei seiner Suche nicht auf das Wasser gestoßen war und seinen Durst hatte löschen können. Als wir noch weiter gingen, wurde das Rauschen schwächer. Wir entfernten uns vom Wasser und gingen deshalb wieder zurück. Hans blieb genau an der Stelle stehen, wo der Bach am nächsten zu sein schien. Nur eine Granitwand trennte uns noch. Hans hielt sein Ohr ganz nah an den Felsen und lauschte sorgfältig. Ich begriff, dass er genau die Stelle suchte, wo man den Bach am lautesten rauschen hörte. Diese Stelle fand er, neunzig Zentimeter über dem Boden. Ich war sehr aufgeregt. Und als ich sah, dass Hans nach der Spitzhacke griff, um sich an dem Felsen zu schaffen zu machen, dankte ich ihm voller Freude. Trotzdem machte ich mir ein wenig Sorgen. Denn war es nicht höchst gefährlich, mit der Hacke die Felswand zu zerschlagen? Es konnte ein Einsturz erfolgen, der uns zermalmte. Der Bach, nachdem er aus dem Fels gesprudelt kam, würde uns vielleicht verschlingen. Diese Gefahren waren nicht zu unterschätzen. Doch unser Durst war so stark, dass wir keine Rücksicht darauf nehmen konnten. Hans machte sich an die Arbeit. Weder mein Onkel noch ich hätten es geschafft, den Felsen zu zertrümmern. Doch Hans arbeitete ruhig und gleichmäßig, schlug den Felsen immer wieder mit kleinen Schlägen an und so entstand bald ein 15 Zentimeter breites und 60 Zentimeter tiefes Loch. Die Arbeit dauerte über eine Stunde. Ich zappelte vor Ungeduld, als plötzlich ein Zischen zu hören war. Und da brach auch schon ein Wasserstrahl hervor und traf die Wand der gegenüberliegenden Seite. Hans, den der Strahl fast umgeworfen hätte, konnte einen Schmerzensschrei nicht unterdrücken. Ich verstand, weshalb er geschrien hatte. Denn als ich meine Hände in den Strahl tauchte, schrie ich ebenfalls. Das Wasser war kochend heiß. Das Wasser ist 100 Grad heiß, rief ich. Nun, es wird schon abkühlen, erwiderte mein Onkel. Der Gang füllte sich mit Wasserdampf und es entstand ein Bach, der sich über den Boden ergoss. Und bald konnten wir daraus trinken. Was für eine Erfrischung. Ich trank, so viel ich konnte, ohne auch nur einmal innezuhalten. Erst nach mehr als einer Minute machte ich eine Pause und rief, aber das Wasser ist eisenhaltig. Ich hatte nämlich vorher gar nicht gekostet, nur meinen Durst gestillt und schmeckte erst jetzt das Wasser. Das ist für den Magen sehr gesund, antwortete mein Onkel. Und es hat einen hohen Mineralgehalt. Und wie gut es schmeckt. Wir haben Hans diese frische Quelle zu verdanken. Darum schlage ich vor, dem heilsamen Bach seinen Namen zu geben, sagte mein Onkel. Gut, rief ich. Und damit erhielt der Bach den Namen Hansbach. Hans war dadurch nicht stolzer. Nachdem er sich ein wenig erfrischt hatte, setzte er sich mit gewohnter Ruhe in eine Ecke und ruhte sich aus. Wir sollten dieses Wasser nicht verschwenden, sagte ich. Keine Sorge, erwiderte mein Onkel. Ich vermute, die Quelle ist unerschöpflich. Trotzdem, füllen wir unseren Schlauch und die Flaschen und dann sollten wir versuchen, die Öffnung zu verstopfen. Mein Rat wurde befolgt. Hans versuchte mit Granitsplittern die Öffnung zu verstopfen. Das war nicht leicht, weil man sich die Hände an dem heißen Wasser verbrannte. Der Druck war zu stark und die Versuche missglückten. Wir lassen das Wasser am besten fließen. Es wird seinen natürlichen Lauf abwärts nehmen, uns den Weg zeigen und zugleich erfrischen. Das ist ein guter Gedanke, rief ich. Mit dem Bach wird uns unser Vorhaben sicher gelingen. Ich sehe, lieber Junge, dass dein Mut zurückgekehrt ist, sagte der Professor lachend. Ruhen wir uns noch ein paar Stunden aus und machen uns dann auf den Weg. Ich hatte fast vergessen, dass es Nacht war. Bald fielen wir, gestärkt und erfrischt, in einen tiefen Schlummer. Weiter hinab Am folgenden Morgen hatten wir unsere Qualen schon längst vergessen und der erfrischende Bach floss unter meinen Füßen. Wir frühstückten und tranken dieses köstliche Wasser. Ich fühlte mich wieder ganz gekräftigt und bereit zur weiteren Reise. Ich freute mich sogar darauf. Und hätte man mir jetzt den Vorschlag gemacht, zum Sneffels Jökul zurückzukehren, so hätte ich abgewunken. Also vorwärts, rief ich. Und am Freitag um acht Uhr morgens setzten wir die Reise fort. Der Granitgang zog sich in vielen Windungen labyrinthartig hin, immer Richtung Südost. Mein Onkel kontrollierte immer wieder den Kompass, um genau zu wissen, welchen Weg wir zurücklegten. Der Gang verlief fast gerade und der Bach floss gemächlich murmelnd voran. Das erfreute meinen Onkel gar nicht. Aber wir hatten keine andere Wahl. Und solange man, wenn auch langsam, dem Zentrum näher kam, durfte man sich nicht beklagen. Am 10. Juli, einem Freitag, mussten wir uns unserer Schätzung nach 48 Kilometer südöstlich von Reykjavik und in einer Tiefe von vier Kilometern befinden. An diesem Tag öffnete sich vor unseren Füßen ein etwas beängstigender Schacht. Mein Onkel klatschte vor Freude in die Hände, als er die steilen Wände sah. »Dieser Schacht wird uns weit in die Tiefe führen«, rief er. »Und es wird auch nicht schwer, dort hinabzusteigen, denn die Felsvorsprünge bilden eine Leiter.« Wir banden uns trotzdem mit den Seilen fest, wie wir es auch schon bei unserem ersten Abstieg in die Tiefe getan hatten, damit es keinen Unfall gab. Dieser Schacht war eine enge Spalte und wir stiegen auf eine Art Wendeltreppe hinab, die man für das Werk menschlicher Hände hätte halten können. Von Zeit zu Zeit mussten wir anhalten, um uns auszuruhen, denn uns wurden immer wieder die Knie weich. Dann setzten wir uns auf einen Vorsprung und ließen die Beine hängen. Wir plauderten beim Essen und tranken dazu aus dem Bach. Der Hansbach war bei diesem steilen Weg abwärts zum Wasserfall geworden, doch wir konnten immer noch unseren Durst stillen. Am Mittwoch, den 15. Juli, befanden wir uns elf Kilometer unter der Erde und etwa 80 Kilometer vom Sneffelsjökul entfernt. Mein Onkel notierte weiterhin regelmäßig die Angaben des Kompasses, des Chronometers, Manometers und Thermometers. Er konnte daher immer genau sagen, wo wir uns befanden. Als er mir mitteilte, wir befanden uns 80 Kilometer von Island entfernt, konnte ich nur staunen. Ja, wir befinden uns bereits unter dem Meer, sagte mein Onkel und rieb sich die Hände. Also, rief ich, haben wir den Ozean über unserem Kopf? Dem Professor schien das nichts auszumachen, aber der Gedanke, dass ich unter den Wassermassen des Meeres herumlief, machte mir doch etwas Sorgen. Doch war es wohl kein großer Unterschied, ob die Ebenen und Gebirge Islands über unserem Kopf waren oder die Wogen des Atlantischen Meeres, solange nur der Granit fest war. In den folgenden drei Tagen liefen wir weiter abdarts in Richtung Südost und kamen am Samstagabend, dem 18. Juli, in einer geräumigen Grotte an und es wurde beschlossen, morgen einen Tag Pause zu machen und auszuruhen. Pausentag Ich wachte am Sonntagmorgen mit dem gewohnten Gedanken auf, sofort weiterzugehen, aber heute konnten wir ausruhen. Hier unten, im tiefsten Abgrund zu sein, war gar nicht mehr so schlimm wie zu Beginn, und ich dachte kaum noch an den Sonnenschein, das Mondlicht, die Häuser, Bäume, Städte und all die unnützen Dinge, die man an der Erdoberfläche benutzte. Die Grotte bildete einen geräumigen Saal. Auf seinem Granitboden floss der treue Bach gemütlich entlang. So weit von seiner Quelle entfernt war sein Wasser nicht mehr so heiß, sodass man es leicht trinken konnte. Nach dem Frühstück arbeitete der Professor einige Stunden an seinen Notizen. Ich möchte nach unserer Rückkehr eine Karte von unserer Reise entwerfen, eine Art senkrechten Erddurchschnitt, der das Profil der Expedition zeigen wird. Sind denn deine Aufzeichnungen dafür genau genug, lieber Onkel? Ja. Ich habe die Neigungen und Winkel sorgfältig gemessen. Sehen wir uns doch einmal an, wo wir uns gerade befinden. Nimm den Kompass und sage mir, welche Richtung er angibt. Ich betrachtete das Instrument. Ost-Süd-Ost. Sehr gut, sagte der Professor, indem er die Angabe aufschrieb und schnell etwas berechnete. Ich konnte lesen, dass wir bisher 134 Kilometer zurückgelegt hatten. Also laufen wir gerade unter dem Atlantik? Ganz richtig. Vielleicht stürmt es in diesem Augenblick über unseren Köpfen und Schiffe werden von Sturm und Wellen gerüttelt? Schon möglich. Aber kehren wir zu unseren Berechnungen zurück. Wir befinden uns im Südosten, 134 Kilometer vom Sneffelsjökul entfernt und meinen Notizen nach in einer Tiefe von 26 Kilometern. 26 Kilometern? Rief ich aus. Allerdings. Aber das ist ja genau die Tiefe, die die Wissenschaft für die Dicke der Erdrinde annimmt. Und es sollte nach dem Gesetz für die steigende Temperatur hier fast 900 Grad heiß sein. Es sollte. Lieber Junge, du siehst, dass es nicht so ist und dass damit die Theorie widerlegt ist. Da hast du recht. Und doch bin ich sehr erstaunt darüber. Was zeigt das Thermometer an? 27 Grad. Dann fehlen ja nur noch 863 Grad zur Theorie der Gelehrten. Was schließen wir daraus? Das verhältnismäßige Ansteigen der Temperatur ist ein Irrtum. Verirrt. Einige Tage lang führte uns ein sehr abschüssiger Weg, der teilweise fast senkrecht abfiel, tief ins Innere des Erdkerns. An manchen Tagen kamen wir dem Zentrum drei bis vier Kilometer näher. Am 7. August waren wir bis zu einer Tiefe von 48 Kilometern gekommen. Das heißt, über unserem Kopf waren 48.000 Meter Felsen, Ozean, Festland und Städte. Wir mussten mittlerweile 320 Kilometer von Island entfernt sein. An diesem Tag führte der Tunnel nur leicht abwärts. Ich ging voran. Mein Onkel trug einen der beiden rümkaufschen Apparate, ich den anderen. Ich betrachtete sehr interessiert die Granitschichten. Auf einmal bemerkte ich, dass ich allein war. Na, dachte ich, da bin ich wohl zu schnell gegangen. Oder Hans und mein Onkel sind stehen geblieben. Ich gehe ihnen entgegen. Zum Glück geht der Weg nicht steil aufwärts. Ich ging also den Weg zurück, eine Viertelstunde lang. Doch kein Mensch war zu sehen. Ich rief, bekam aber keine Antwort. Meine Stimme verhallte unter einer Menge Echos. Ich wurde unruhig und ein Schauder durchlief meinen ganzen Körper. Bleib ruhig, sagte ich laut zu mir. Sicherlich werde ich meine Gefährten wiederfinden. Es gibt ja nur einen Weg. Da ich vor ihnen gelaufen bin, muss ich wieder zurück. Eine halbe Stunde lang ging ich in dieser Richtung und hielt immer wieder an, um zu horchen, ob jemand nach mir riefe. Doch in diesem unermesslichen Gang herrschte eine Grabesstille. Ich konnte nicht glauben, dass ich plötzlich ganz allein war. Ich konnte mich nur verirrt haben. Verirrt war schlimm, aber da konnte man doch wiedergefunden werden. Verirrt war nicht verloren. Ich sagte mir immer wieder, da es nur einen Weg gibt und da sie diesen gehen, so werde ich wieder zu ihnen finden. Ich brauche nur rückwärts zu gehen. Es sei denn, dass sie dachten, ich sei hinter ihnen, als sie mich nicht sahen und deshalb zurückgegangen sind. Aber selbst in diesem Fall werde ich sie wiederfinden, wenn ich mich beeile. Das ist klar. Ich sagte mir diese Worte immer wieder, wie es jemand macht, der nicht wirklich überzeugt ist. Da kam mir ein Gedanke. Ich habe doch ein sicheres Mittel, mich nicht zu verirren. Mein treuer Bach, der mir in dem Labyrinth den Weg weisen kann. Ich brauche nur an ihm entlang zurück nach oben zu gehen. So werde ich auf die Spur meiner Gefährten kommen. Diese Gedanken gaben mir wieder Mut, mich auf den Weg zu machen. Bevor ich losging, wollte ich mich noch etwas erfrischen und bückte mich, um meine Hände in den Hansbach zu halten. Doch man stelle sich meine Bestürzung vor, denn ich berührte nur rauen Granit. Der Bach floss nicht mehr zu meinen Füßen. Im dunklen Labyrinth. Meine Verzweiflung war unbeschreiblich. Kein Wort könnte meine Gefühle ausdrücken. Ich fühlte mich lebendig begraben und würde elendig verhungern und verdursten. Mit meinen Händen berührte ich noch einmal den Boden. Wie trocken dieser Fels doch war. Wie konnte ich nur den Lauf des Baches verlieren? Wieso war mir das nicht aufgefallen? Ich hatte nicht bemerkt, dass der Bach nicht mehr da war. Offenbar hatte sich der Weg vor mir geteilt und ich schlug die eine Richtung ein, während der Hansbach zusammen mit meinem Gefährten der anderen Richtung folgte. Wie sollte ich zurückfinden? Fußspuren hatte ich auf diesem harten Granit nicht hinterlassen. Ich zerbrach mir den Kopf, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Doch ich war verloren. Verloren in einer Tiefe von 48 Kilometern. Ich fühlte mich wie zermalmt. Ich versuchte, meine Gedanken auf die Oberwelt zu richten. Doch ich schaffte es kaum. Hamburg. Das Haus der Königsstraße. Mein armes Gretchen. Diese ganze Welt zog an mir vorüber. Die Überfahrt, die Reise. Island. Herr Friedrichsson. Der Sneffelsjöckull. »Oh, Onkel!« rief ich verzweifelt. Ich hatte noch Lebensmittel für drei Tage und eine gefüllte Flasche Wasser. Ich musste losgehen, um zu überleben. Doch sollte ich auf oder abwärts laufen? Aufwärts, ohne Zweifel. Immer aufwärts. So würde ich zu der Stelle gelangen, wo ich den Bach verloren hatte, zu der unseligen Gabelung des Weges. Dort, wenn ich erst wieder auf den Bach gestoßen war, konnte ich immer weiter nach oben, bis zur Höhe des Sneffelsjöckull gelangen. Wieso hatte ich nicht früher daran gedacht? Das war meine Rettung. Ich musste dringend den Hansbach wiederfinden. Auf meinen Stock gestürzt, stieg ich den Gang hinauf. Eine halbe Stunde lang stieß ich auf kein Hindernis. Ich versuchte, meinen Weg an der Form des Tunnels oder an gewissen Felsvorsprüngen wiederzuerkennen. Aber nichts fiel mir auf, und ich erkannte bald, dass mich dieser Tunnel nicht zu jener Weggabelung führen konnte. Ich stieß gegen eine undurchdringliche Wand und fiel auf den Felsboden. Eine Sackgasse. Welch schreckliche Verzweiflung mich da ergriff, kann ich nicht beschreiben. Ich war verloren. Meine letzte Hoffnung zerbrach an dieser Granitwand. Da bemerkte ich etwas, das mir in dieser großen Angst noch einen Schrecken bereitete. Als ich gestürzt war, fiel auch meine Lampe auf den Boden und wurde dabei beschädigt. Ich war nicht in der Lage, sie zu reparieren. Ihr Licht wurde schwächer, und sie drohte auszugehen. Dunkle Nacht würde mich dann einhüllen. Das Licht der Lampe flackerte ein letztes Mal, und dann war es stockfinster. Ich schrie fürchterlich und war wie von Sinnen. Ich stand auf und streckte die Hände aus, versuchte umherzutasten. Ich fing an zu laufen, rannte in dem wirren Labyrinth herum, rief, schrie, heulte, fiel und stand blutend wieder auf. So lief ich ohne Sinn, ohne zu wissen, wohin. Und nach einigen Stunden fiel ich erschöpft in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Ein Wunder? Als ich wieder zu mir kam, war mein Gesicht nass von Tränen. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen war. Nach meinem Sturz hatte ich viel Blut verloren. Ich wünschte, ich wäre gestorben und nicht mehr aufgewacht. Vor Jammer wälzte ich mich auf dem Boden. Ich wurde fast schon wieder ohnmächtig, als ich plötzlich ein lautes Getöse hörte. Es klang wie ein anhaltendes Donnern, und ich konnte hören, dass sich die Geräusche allmählich in fernen Tiefen verloren. Woher kam dieses Getöse? Ich lauschte, ob sich das Getöse wiederholte. Eine Viertelstunde wartete ich in völliger Stille. Ich hörte nicht einmal mehr mein Herz klopfen. Plötzlich glaubte ich, als ich mein Ohr zufällig an die Wand legte, undeutliche Worte in weiter Ferne zu hören. Ich zitterte. Eine Sinnestäuschung, dachte ich. Doch nein. Als ich aufmerksamer lauschte, hörte ich wirklich Stimmengemurmel. Aber was gesagt wurde, konnte ich nicht verstehen. Doch es sprach jemand, ganz sicher. Eine Weile dachte ich, es wäre das Echo meiner Worte. Hatte ich ohne es zu merken geschrien? Ich presste meine Lippen fest zusammen und legte mein Ohr noch einmal an die Wand. Ja, bestimmt. Da spricht jemand. Als ich ein paar Schritte an der Wand weiterging, hörte ich deutlicher. Ich konnte jetzt etwas besser verstehen und hörte immer wieder das traurig klingelnde Wort. Förlorat. Wer sprach da? Hans oder mein Onkel? Aber wenn ich sie hörte, konnten sie mich auch hören. Hilfe! Zu Hilfe! schrie ich aus Leibeskräften. Doch da war nichts. Vielleicht war meine Stimme zu schwach, um bis zu meinen Gefährten zu dringen. Ich bewegte mich noch ein Stück vorwärts und hörte abermals das Wort Verlorat. Und dann wieder das Donnergrollen. Nein, sagte ich mir, nein. Durch das Gestein kann man diese Stimme nicht hören. Selbst der lauteste Ton konnte den Granit nicht durchdringen. Die Töne kamen aus dem Tunnelsystem. Es muss dabei eine ganz besondere Akustik im Spiel sein. Ich horchte abermals. Und dieses Mal hörte ich meinen Namen deutlich. Mein Onkel rief. Jetzt begriff ich. Damit sie mich hörten, musste ich direkt neben der Wand sprechen, die meine Stimme wie ein elektrischer Draht weiterleitete. Ich trat also nah an die Wand und rief so deutlich wie möglich, Onkel Liedenbrock. Angespannt wartete ich und nach ein paar Sekunden hörte ich, Axel, Axel, bist du's? Ja, ja, erwiderte ich. Mein Kind, wo bist du? Ich weiß es nicht. Es ist alles dunkel. Was ist mit deiner Lampe? Ausgegangen. Und der Bach? Verschwunden. Axel, armer Axel, verliere nicht den Mut. Wir haben dich überall in den Tunneln gesucht, konnten dich aber nicht finden. Ich habe sehr um dich geweint, mein Kind. Dann sind wir in der Hoffnung, du seist noch in der Nähe des Hansbachs wieder abwärts gegangen und haben unsere Flinten abgefeuert. Jetzt können wir uns zwar noch nicht sehen, aber wenigstens schon hören. Onkel, muss ich auf oder abwärts, um zu euch zu gelangen? Abwärts. Und zwar deshalb. Wir sind hier in einem großen Raum, in dem eine Menge Tunnel münden. Ohne Zweifel wird der, in den du gelaufen bist, dich hierher führen. Mache dich auf den Weg. Schleppe dich her, wenn es sein muss, auch auf allen Vieren. Auf, mein Kind. Mach dich auf den Weg zu uns. Diese Worte gaben mir Kraft. Onkel, rief ich. Ich gehe nun los. Aber sobald ich diese Stelle hier verlassen habe, werden wir uns nicht mehr hören und miteinander sprechen können. Auf Wiedersehen also. Auf Wiedersehen, Axel. Auf Wiedersehen. Das waren die letzten Worte, die ich hörte. Ich richtete mich auf und schleppte mich fort. Der Abhang war ziemlich steil und ich ließ mich einfach hinabgleiten. Doch bald wurde ich immer schneller und konnte mich nirgends festhalten. Plötzlich verschwand der Boden unter meinen Füßen und ich fühlte, dass ich in einen fast senkrechten Schacht gefallen war. Mein Kopf schlug gegen einen spitzen Felsen und ich verlor das Bewusstsein. Rettung Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem halbdunkeln Raum auf dicken Decken. Mein Onkel saß neben mir und bei meinem ersten Aufatmen griff er nach meiner Hand und als ich ihn ansah, rief er vor Freude, »Erlebt! Erlebt!«, antwortete ich mit schwacher Stimme. »Mein Junge«, sagte mein Onkel und drückte mich an sich. »Du bist gerettet!« Er sprach diese Worte so warmherzig und voller Liebe, dass ich sehr gerührt war. Doch mussten erst solche Unfälle geschehen, um den Professor zu erweichen? In dem Augenblick kam Hans. Er sah meine Hand in der meines Onkels und man konnte in seinen Augen sehen, dass er sich freute. »Gottag«, sagte er. »Guten Tag, Hans. Guten Tag«, murmelte ich. »Und jetzt, lieber Onkel, sag mir, wo wir uns gerade befinden.« »Ich erzähle dir alles morgen, Axel. Heute bist du noch zu schwach. Ich habe deinen Kopf verbunden.« »Jetzt schlaf, lieber Junge. Morgen werde ich dir alles erzählen.« »Sag mir doch wenigstens, welcher Tag heute ist.« »Heute ist Sonntag, der 9. August, und jetzt ist es 11 Uhr abends.« Ich war wirklich sehr schwach und meine Augen fielen von ganz allein zu. Doch bevor ich einschlief, rechnete ich aus, dass mein Irrweg durch das Labyrinth ganze vier Tage gedauert hatte. Nachdem ich am nächsten Morgen erwacht war, blickte ich mich um. Mein Lager aus allen Reisedecken bereitet, befand sich in einer prächtigen Grotte voller Tropfsteinen und feinem Sand auf dem Boden. Es herrschte halbdunkel, und obwohl keine Lampe oder Fackel brannte, kam von irgendwoher eine unerklärliche Helligkeit. Ich hörte auch ein leises Murmeln, das wie der Wellenschlag an einem Ufer klang, und manchmal auch wie das Sausen des Windes. Ich fragte mich, ob ich das nur träumte, oder ob nicht mein Kopf durch den Sturz mehr Schaden gelitten hatte als gedacht und ich mir das alles nur einbildete. Aber ich sah es doch klar vor meinen Augen. Es war hell wie Tageslicht, das durch eine Felsspalte drang. Doch wie sollte ich den Wellenschlag und das Wehen des Windes erklären? War mein Onkel vielleicht wieder an die Erdoberfläche zurückgekehrt und hatte sein Vorhaben aufgegeben? Oder war er vielleicht schon an sein Ziel gelangt? Ich stellte mir gerade diese vielen Fragen, als der Professor zu mir kam. Guten Morgen, Axel. Ich hoffe, es geht dir besser. Oh ja, sagte ich. Das freut mich. Du hast ja auch ruhig geschlafen. Hans und ich haben abwechselnd bei dir gesessen und auf dich aufgepasst. Ich fühle mich wirklich wieder besser und habe großen Hunger. Du sollst zu essen haben, lieber Junge. Du hast auch kein Fieber mehr. Hans hat deine Wunden mit einer isländischen Salbe eingerieben und sie sind auffallend rasch vernarrt. Er ist doch ein guter Mensch, unser Jäger. Während er redete, bereitete mir mein Onkel ein Frühstück zu, das ich gierig verschlang. Ich stellte ihm währenddessen viele Fragen, die er mir alle beantwortete. Er berichtete, dass ich durch ein großes Glück den Sturz in den Schacht gut überstanden hatte, denn dort, wo ich gefallen war, befand sich das Ende des Schachts. Ich hatte einen Hagel von Steinen mit mir herabgerissen und diese hätten mich fast zerquetscht. Diese Steinmasse, mit der ich gerutscht war, ergoss sich zu Füßen meines Onkels und er fand mich bewusstlos und mit Blut bedeckt. Es ist unglaublich, sagte er, dass du nicht hundertmal ums Leben gekommen bist. Dem Himmel sei Dank. Aber jetzt müssen wir gut aufpassen, dass wir uns nicht wieder verlieren, denn wer weiß, ob ein zweites Mal so glücklich ausginge. Wir werden uns nicht mehr verlieren. Also war die Reise noch nicht zu Ende. Ich machte große Augen und mein Onkel fragte sofort, Was hast du denn, Axel? Eine Frage. Du hast gesagt, ich bin gesund und munter. Und meine Knochen alle heil? Ganz genau. Und mein Kopf? Dein Kopf sitzt, abgesehen von ein paar Beulen und Kratzern, ganz so, wie es sich gehört, zwischen deinen Schultern. Ich mache mir Sorgen, dass er Schaden genommen hat. Schaden? Ja. Sind wir denn nicht wieder auf der Erdoberfläche? Nein, gewiss nicht. Dann muss ich verrückt sein, denn ich sehe Tageslicht. Ich höre den Wind wehen und Wellenschlag. Kannst du mir das erklären? Nein, das kann ich nicht. Aber du kannst es dir selbst ansehen. Dann lass uns gehen, rief ich und wollte aufstehen. Nein, Axel. Die frische Luft würde dir schaden. Die frische Luft. Ja. Der Wind ist ziemlich stark. Du darfst dich ihm noch nicht aussetzen. Aber es geht mir gut. Ein wenig Geduld, lieber Junge. Ein Rückfall würde uns aufhalten und wir haben keine Zeit zu verlieren, denn die Überfahrt wird lange dauern. Die Überfahrt? Ja. Ruh dich heute noch aus. Und morgen können wir auf das Schiff gehen. Auf das Schiff? Wie? Auf das Schiff gehen? Gab es hier denn ein Fluss, See oder ein Meer? Lag in einem Hafen ein Schiff vor Anker? Ich war sehr neugierig und mein Onkel konnte mich nicht zurückhalten. Zur Sicherheit hüllte ich mich in eine der Decken und ging aus der Grotte heraus. Das Meer Liedenbrock. Anfangs konnte ich nichts erkennen. Ich musste wegen des blendenden Lichts immer wieder meine Augen schließen. Als sie sich endlich daran gewöhnt hatten, war ich mehr erschrocken als überrascht. Ein Meer? rief ich aus. Ja, erwiderte mein Onkel. Das Meer Liedenbrock. Und kein Seefahrer wird mir die Ehre der Entdeckung streitig machen und das Recht, ihm meinen Namen zu geben. Eine große Wasserfläche, der Anfang eines Sees oder Meeres breitete sich vor uns aus. Das Ufer bestand aus vielen kleinen Buchten mit feinem Sand voll kleiner Muscheln. Die Wellen brachen sich in den Buchten mit dem lauten Gemurmel, das ich gehört hatte. Durch das Wehen des Windes flog ein leichter Schaum auf und feine Tröpfchen trafen mein Gesicht. Hinter dem flachen Ufer erhoben sich mächtige Felsen in eine unmessbare Höhe. Meine Blicke schweiften über dieses Meer, das genauso aussah wie die Meere an der Oberfläche. Das Licht, woher es auch kam, erleuchtete das Meer auf ganz besondere Weise. Das Gewölbe über meinem Kopf, der Himmel, wenn man es so nennen will, schien aus großen Wolken zu bestehen, die so schwer aussahen, dass es sicher in einigen Tagen einen heftigen Regen geben würde. Ich hatte nicht geglaubt, dass unter der Erde eine Wolkenbildung möglich war. Doch aus einem mir noch unbekannten physikalischen Grund bildeten sie sich. Aber jetzt war alles in das helle Licht getaucht und sah freundlich aus. Aber es war kein Sonnenlicht, denn es wärmte nicht. Ich bereute nicht, dass ich aus meiner dunklen Grotte herausgekommen war, und mein Onkel fragte mich, »Fühlst du dich stark genug für einen kleinen Spaziergang?« »Ja, natürlich. Das würde mir sehr gut tun.« »Dann wollen wir ein Stück am Ufer laufen.« Wir gingen an der Küste entlang, und ich erkannte in einem Bach, der in das Meer floss, unseren treuen Reisegefährten, den Hansbach. »Er wird uns fehlen«, sagte ich seufzend. »Ach was«, erwiderte der Professor. »Ob dieser oder ein anderer. Ganz egal.« Das erschien mir etwas undankbar, aber in dem Augenblick sah ich etwas Unerwartetes. Etwa hundert Schritt entfernt lag vor unseren Augen ein hoher, dichter Wald. Dieser bestand aus Bäumen, die wie Sonnenschirme aussahen und kein Laub hatten. Sie bewegten sich auch nicht im Wind, als wären sie versteinert. Schnell lief ich auf den Wald zu, und mein Onkel folgte mir. Als wir nah davor standen, erkannten wir, dass es sich um riesige Pilze handelte. »Das ist nur ein Wald aus Champignons«, sagte mein Onkel. Und er hatte recht. Es waren weiße Champignons. Zehn bis zwölf Meter hoch. Sie standen da, zu Tausenden. Kein Lichtstrahl konnte ihre dichten Schatten durchdringen, und es herrschte völlige Dunkelheit unter diesen Schirmen. Trotzdem wollte ich in den Wald hinein, in dem es eisig kalt war. Eine halbe Stunde lang schweiften wir in diesem feuchten Dunkel umher und waren froh, als wir wieder an das Meeresufer zurückkehrten. Außer den Champignons gab es aber auch noch andere Pflanzen und Bäume. Einige waren leicht zu erkennen. An der Erdoberfläche kannte man sie als niedrige Sträucher, und hier wuchsen sie in außerordentliche Höhen. Farne so hoch wie Tannenbäume oder Moose, die in den Himmel ragten. »Erstaunlich! Prachtvoll!« rief mein Onkel. »Das ist ja die ganze Flora der Urzeit. Da sehen wir unsere kleinen Gartengewächse als Bäume. Sieh doch nur, Axel! Eine wahre Freude für jeden Pflanzenforscher. Und schau, in dem Staub unter unseren Füßen. Knochen!« »Ja, die Knochen von Urzeittieren.« Ich stürzte mich auf die Knochen und wusste sofort, zu welchen Tieren diese riesigen Knochen gehörten. »Hier ist der Unterkiefer des Mastodon. Hier die Backenzähne des Deinotherium, des Riesenelefanten. Und dieser Hüftknochen kann nur von dem Riesenfaultier stammen.« »Es muss ein Tierpark gewesen sein.« »Die Tiere haben hier an den Ufern dieses unterirdischen Meeres unter dem Schatten dieser Riesenpflanzen gelebt. Sieh! Das sind ja ganze Skelette. Aber sag...« »Was denn?« fragte mein Onkel. »Wenn Urzeittiere in diesen unterirdischen Regionen gelebt haben, wer sagt uns dann, dass nicht eins von diesen Ungeheuern auch jetzt noch in diesem dunklen Wald oder hinter diesen steilen Felsen umherstreift?« Bei diesem Gedanken blickte ich mich ängstlich in alle Richtungen um. Aber ich entdeckte kein Leben des Wesen. Wir waren wohl die einzigen lebendigen Geschöpfe dieser unterirdischen Welt. Ich setzte mich auf einen Felsbrocken, starrte auf das Meer und fragte mich, wo es endete und wohin es führte. Und würden wir jemals das andere Ufer erreichen? Auf dem Schiff. Nach einer weiteren erholsamen Nacht dachte ich am Morgen, als ich aufwachte, dass mir ein Bad sehr wohl tun würde, und tauchte ein paar Minuten in unserem unterirdischen Meer. Als ich zurückkam, hatte Hans schon ein Frühstück bereitet, und wir tranken sogar ein paar Tassen Kaffee, den er über einem Feuer gekocht hatte. Er schmeckte köstlich. »Jetzt«, sagte mein Onkel, »ist die Zeit der Ebbe und Flut. Wir sollten es uns nicht entgehen lassen, diese Erscheinung zu studieren.« »Aber wie kann es hier Ebbe und Flut geben? Reicht der Einfluss des Mondes so weit hinab? Warum nicht? Sind nicht alle Körper der allgemeinen Anziehungskraft unterworfen?« Diese Wassermasse kann sich also nicht dem allgemeinen Gesetz entziehen. In diesem Augenblick sahen wir, wie die Wellen nach und nach auf dem flachen Boden vordrangen. »Da, die Flut kommt«, rief ich. »Wunderbar. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Der hätte jemals gedacht, dass sich hier unter der Erde ein wirkliches Meer befindet, mit Ebbe und Flut, Seewind und Stürmen. Warum auch nicht? Spricht ein Grund, der Physik dagegen, dass es Meere oder Landschaften im Innern der Erde gibt? Und vielleicht schwimmen in diesem Meer sogar Fische einer noch unbekannten Art? Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen gesehen. Doch könnten wir es einmal mit Angeln versuchen, denn wir wollen ja alle Geheimnisse dieser neuen Gegend erforschen. Wo genau sind wir denn eigentlich gerade, lieber Onkel? 540 Kilometer von Island entfernt. So weit. Und wie tief sind wir? 56 Kilometer. »Also«, sagte ich mit einem Blick auf die Karte, »ist das schottische Hochland direkt über unseren Köpfen?« »Ja«, erwiderte der Professor lachend. »Und wie sieht dein Plan jetzt aus, lieber Onkel? Willst du nicht an die Erdoberfläche zurückkehren? Zurückkehren? So weit kommt es noch. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden die Reise fortsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nach dem Meer noch tiefer kommen. Oh, keine Sorge. Ich werde mich schon nicht hineinstürzen. Aber wenn dieser Ozean nur ein See sein sollte, dann ist anzunehmen, dass er von Granit umgeben ist, und ich bin sicher, dass wir am gegenüberliegenden Ufer neue Ausgänge finden. Was glaubst du, wie groß dieses Meer ist? 40 bis 50 Kilometer, wir werden es herausfinden, denn gleich morgen stechen wir in See. Unwillkürlich sah ich mich nach einem Fahrzeug um, das uns hinüberschaffen sollte. Mit welchem Boot stechen wir denn in See? Wir brauchen kein Boot, lieber Junge. Ein gutes und solides Floß wird ausreichen. Ein Floß, rief ich. Ein Floß ist genauso schwer zu bauen, und ich sehe nicht wie. Du siehst zwar noch nichts, Axel, aber du könntest etwas hören, wenn du wolltest. Hören? Ja. Hörst du die Hammerschläge? Hans ist schon bei der Arbeit. Er baut ein Floß? Hat er schon Bäume gefällt? Die Bäume waren schon alle gefällt. Komm, lass uns zu ihm gehen. Nachdem wir eine Viertelstunde weit gegangen waren, konnte ich Hans sehen. Zu meiner großen Überraschung lag ein halbfertiges Floß im Sand, das aus einer ganz besonderen Holzart gefertigt war. Onkel, was ist das für ein Holz? Fichten, Tannen, Birken, Bäume des Nordens, die durch das Seewasser mineralisiert wurden. Man nennt dieses fossile Holz Surtarbrandur. Aber wenn es versteinertes Holz ist, dann ist es hart wie Stein und wird im Wasser untergehen. Ja, das passiert manchmal. Vor allem dann, wenn sich das Holz schon vollständig verwandelt hat. Unseres befindet sich aber erst am Anfang der Umwandlung. Sieh nur, fuhr mein Onkel fort und warf eins dieser kostbaren Stücke ins Meer. Das Stück kam, nachdem es untergegangen war, wieder an die Oberfläche und schwankte in den Wellen. Hat dich das überzeugt? Fragte mein Onkel. Ja, obwohl es unglaublich ist. Am folgenden Abend war dank der Geschicklichkeit des guten Hans das Floß fertig. Es war drei Meter lang und zwei Meter breit. Die mit starken Stricken zusammengeschnürten Balken aus Surtarbrandur bildeten eine stabile Fläche. Und als dieses improvisierte Fahrzeug ins Wasser gelassen wurde, schwamm es ruhig auf den Wogen des Meeres Lidenbrock. Eine Siegelpartie. Am 13. August standen wir zeitig auf, denn wir wollten unser neues Transportmittel einweihen. Wir brachten unser Gepäck, die Lebensmittel, die Instrumente, die Waffen und einen ansehnlichen Vorrat Süßwasser an Bord. Hans hatte einen Mast aufgebaut, an dem wir unsere Decken wie ein Segel hängten und ein Steuerruder eingerichtet, mit dem er sein schwimmendes Gefährt manövrieren konnte. Ich machte das Ankertau los, mit dem wir am Ufer befestigt waren. Das Segel wurde gerichtet und wir stießen rasch vom Ufer ab. In dem Moment, als wir den Hafen verließen, wollte mein Onkel ihm einen Namen geben, zum Beispiel meinen. Das ist sehr nett von dir, Onkel. Aber ich würde gern einen anderen vorschlagen. Welchen? Den Gretchens. Hafengretchen. Hört sich gut auf der Karte machen. Gut, dann heißt er jetzt Hafengretchen. Das war ein schönes Andenken an mein hübsches Mädchen. Der Wind wehte aus Nordost. Er trieb uns schnell über das Wasser. Wenn es so weitergeht, sagte mein Onkel, machen wir in 24 Stunden mindestens 40 Kilometer und werden bald das andere Ufer sehen. Ich erwiderte nichts und setzte mich vorn auf das Floß. Vor mir erstreckte sich ein unermessliches Meer. Große Wolken breiteten ihre grauen Schatten über ihm aus. Bald konnte ich kein Land um uns herum mehr erkennen. Wir segelten den ganzen Tag. Als der Abend kam, veränderte sich die Helligkeit nicht. Es schien eine dauernde Naturerscheinung zu sein. Nach dem Abendessen legte ich mich am Fuße des Masts nieder und fiel sogleich in einen sorglosen Schlaf. Hans saß unbeweglich am Steuer. Der nächste Tag, Freitag, der 14. August, begann mit starkem Wind, der das Floß weiter auf dem Meer vorwärts trieb. Gegen Mittag warf Hans eine Angel mit einem Bröckchen Fleisch als Köder ins Wasser. Zwei Stunden lang biss kein Fisch an und wir fragten uns schon, ob wirklich kein Wesen in diesen Wassern lebte. Bis wir plötzlich eine Erschütterung spürten und Hans die Angel aus dem Wasser zog. An der Schnur hing ein gewaltig zappelnder Fisch. Ein Fisch? rief mein Onkel. Es ist ein Stör. Ein kleiner Stör. Der Professor betrachtete das Tier aufmerksam und war nicht meiner Meinung. Dieser Fisch hatte einen platten, gerundeten Kopf. Der vordere Teil seines Körpers war mit knochenartigen Plättchen besetzt und er hatte keine Zähne. Dieser Fisch gehört zu einer seit Jahrhunderten ausgestorbenen Art, von der man bisher nur fossile Reste gefunden hat. Was meinst du damit? sagte ich. Willst du sagen, dass wir gerade einen urzeitlichen Meeresbewohner gefangen haben? Genau, erwiderte der Professor. Einem solchen Wesen lebend zu begegnen ist für einen Naturforscher ein wahres Glück. Wir warfen die Angeln erneut aus und innerhalb von zwei Stunden hatten wir jede Menge Urzeitfische gefangen, die unseren Lebensmittelvorrat reichlich ergänzten. In diesem Meer schienen nur fossile Fischarten zu leben und vielleicht würden wir auch auf einige lebendige Exemplare der Saurier stoßen, deren Knochen wir gefunden hatten. Ich stellte mir vor, wie es hier ausgesehen haben musste, wie ein Riesenelefant an den Ufern entlang lief. Ein Riesentapir sich hinter den Felsen versteckte, bereit, dem Anoplotherium seine Beute abzujagen. Dieses seltsame Tier hatte Ähnlichkeit mit dem Rhinozeros und einem Flusspferd. Oben klettert das Urbild des Affen, der Protopitheke, die steilen Gipfel hinauf. Und in den höchsten Schichten breiteten ungeheure Vögel, stärker als der Kasuar, größer als der Strauß, ihre weiten Flügel aus, um mit dem Kopf gegen das Granitgewölbe zu stoßen. Diese ganze fossile Welt sah ich in meiner Fantasie. »Was ist denn mit dir los?« fragte mein Onkel. Ich starrte ihn mit offenen Augen an, ohne ihn zu sehen. »Pass auf, Axel! Du fällst gleich ins Meer!« Da packte mich Hans mit kräftiger Hand, sonst wäre ich in die Wellen hinabgestürzt. »Bist du verrückt geworden?« schrie der Professor. »Bist du krank?« Nein, ich habe nur einen Augenblick geträumt. Es ist alles gut. Ein Riesenkampf. Am Samstag, den 15. August, war das Meer eintönig und mein Onkel übler Laune. Er blickte mit seinem Fernrohr in alle Richtungen und kreuzte die Arme vor der Brust. »Du bist ungeduldig, lieber Onkel. Obwohl wir doch so schnell fahren. Ihr sind nicht zu langsam, sondern das Meer ist zu groß.« Mir fiel ein, dass der Professor vor unserer Abfahrt die Länge dieses unterirdischen Meeres auf 50 Kilometer geschätzt hatte. Aber wir waren bereits einen dreimal so langen Weg gesegelt, und das Ufer war noch nicht zu sehen. »Wir kommen damit nicht weiter abwärts,« fuhr der Professor fort. »Das ist nur Zeitverschwendung, und außerdem bin ich nicht so weit hergekommen, um eine Vergnügungsfahrt auf einem Teich zu machen.« Er nannte also diese Überfahrt eine Vergnügungsreise und das Meer einen Teich. »Aber«, sagte ich, »da wir den von Sagnussem angegebenen Weg eingeschlagen haben, das ist die Frage. Sind wir auf diesem Weg geblieben? Ist Sagnussem über dieses Wasser gefahren? Hat uns der Hansbach vielleicht in die Irre geführt?« Ich erwiderte darauf nichts und kümmerte mich auch nicht darum, dass der Professor sich vor Ungeduld die Lippen zerbiss. Am Sonntag wehte der Wind etwas frischer, und ich blickte über das Meer. Es war wahrhaftig unendlich groß. Mein Onkel maß soeben die Tiefe aus. Dafür hatte er eine der schwersten Spitzhauen ans Ende eines Strickes gebunden und diesen 360 Meter in die Tiefe gelassen. Kein Grund. Es kostete viel Mühe, die Spitzhaue wieder heraufzubekommen. Als wir sie auf dem Floß hatten, machte Hans mich darauf aufmerksam, dass sich auf ihr stark eingedrückte Stellen befanden. Es schien, als wäre das Stück Eisen zwischen zwei harten Körpern eingeklemmt gewesen. Ich sah den Jäger an. »Tender«, sprach er. Ich verstand ihn nicht und blickte zu meinem Onkel, der ganz in Beobachtungen versunken war. Ich wollte ihn nicht stören, wand mich daher wieder zu dem Isländer. Dieser machte mir durch wiederholtes Öffnen und Schließen seines Mundes begreiflich, was er meinte. »Zähne«, sagte ich mit Bestürzung, als ich das Stück Eisen genauer betrachtete. Es waren die Spuren von Zähnen. Tief dort unten musste sich wohl ein Ungeheuer herumtreiben, mit riesigen Zähnen, gefräßiger als ein Hai. Ich konnte den Blick von dem halb zerfressenen Stück Eisen nicht abwenden. Sollten sich meine Fantasien von den lebenden Urzeitungeheuern bewahrheiten? Diese Gedanken quälten mich den ganzen Tag, und in der Nacht schlief ich sehr unruhig. Auch am Morgen waren meine Gedanken bei den vorsintflutlichen Tieren. Kein Mensch hat sie je lebend gesehen. Sie lebten tausend Jahrhunderte vor dem Menschen auf der Erde. Ich habe im Hamburger Museum das Skelett eines dieser Saurier gesehen, das neun Meter lang war. Sollte ich wirklich auf ein so riesenhaftes Lebewesen treffen? Nein, unmöglich. Mit Schrecken waren meine Augen auf das Meer gerichtet, denn ich hatte Angst, ein Bewohner der unterseeischen Höhlen könnte aus dem Meer auftauchen. Ich glaube, dass der Professor Liedenbrock sich darüber auch Gedanken machte, denn nachdem er die Haue untersucht hatte, schweifte sein Blick über den Ozean. Verflucht, sagte ich zu mir selbst, dass er den Gedanken hatte, die Tiefe bestimmen zu wollen. Er hat bestimmt das Tier in seiner Ruhestätte aufgestört, wenn wir bloß nicht während der Fahrt angegriffen werden. Mit einem Blick auf die Waffen versicherte ich mich, dass sie kampfbereit waren. Mein Onkel blickte mich an und nickte. Den restlichen Montag und auch den Dienstag blieb alles ruhig. Trotzdem beobachteten wir die ganze Zeit das Wasser. Am Abend des Dienstags, ich hatte mich schon zum Schlafen gelegt und Hans hielt Wache, da weckte mich eine furchtbare Erschütterung. Das Floß wurde mit unbeschreiblicher Gewalt emporgehoben und dreißig Meter weit geschleudert. »Was ist passiert?« rief mein Onkel. »Sind wir aufgefahren?« Hans wies mit dem Finger auf eine schwärzliche Masse, die dreihundert Meter entfernt auf- und abtauchte. Ich schrie auf. »Es ist ein riesiges Meerschwein!« »Ja«, versetzte mein Onkel. »Und dort eine Meereidechse von unglaublicher Größe. Und dort vorn ein ungeheuerliches Krokodil. Sieh nur seine Zähne. Es verschwindet.« »Ein Wal! Ein Wal!« rief darauf der Professor. »Ich sehe seine Flossen und den Strahl von Wasser und Luft, den er ausstößt.« Bestürzung und Entsetzen ergriffen uns beim Anblick dieser Herde Seeungeheuer. Sie waren übernatürlich groß, und das Kleinste von ihnen würde mit einem Biss das ganze Floß zertrümmern. Hans versuchte, das Segel zu setzen. Aber da sah er auf der anderen Seite weitere furchtbare Feinde. Eine zwölf Meter große Schildkröte und eine neun Meter lange Schlange, die den Kopf aus den Wogen emporstreckte. An Flucht war nicht zu denken. Die Ungetüme kamen immer näher und umkreisten das Floß. Ich ergriff meine Waffe. Doch was könnte eine Kugel ausrichten? Wir waren stumm vor Schrecken. Sie waren so nah an unserem Floß. Auf der einen Seite das Krokodil, auf der anderen die Schlange. Die übrigen Ungeheuer verschwanden plötzlich. Ich wollte schon Feuer geben, als Hans mich durch ein Zeichen zurückhielt. Und dann sahen wir, dass sich die beiden Ungeheuer aufeinander stürzten und uns in ihrem Kampf gar nicht wahrnahmen. Hundert Meter vom Floß entfernt brach der Kampflos. Mein Onkel, der alles mit dem Fernrohr beobachtete, rief, das erste dieser beiden Ungeheuer hat die Schnauze eines Meerschweins, den Kopf einer Eidechse und die Zähne eines Krokodils. Es ist das fürchterlichste der vorsintflutlichen Reptilien, der Istiosaurus. Und das andere? Das ist sein furchtbarster Feind, der Plesiosaurus. Diese beiden Tiere bekämpften sich mit unbeschreiblicher Wut. Sie wühlten das Wasser auf und berghohe Wellen schlugen auf unser Floß. Die beiden Tiere hatten sich nun ineinander verwickelt und zischten und brüllten laut. Sie kämpften beinah zwei Stunden lang und verschwanden dann ganz plötzlich in den Wellen. Schon dachten wir, der Kampf sei beendet, als mit einem Mal ein riesiger Kopf aus dem Wasser nach oben schoss. Der Kopf des Plesiosaurus. Das Ungeheuer war tödlich verwundet. Sein langer Hals krümmte und wand sich wie ein zerschnittener Wurm. Das Wasser spritzte weit und wir konnten kaum etwas erkennen. Doch das Tier in seinem Todeskampf wurde immer schwächer. Seine krampfhaften Verdrehungen hörten auf und die verstümmelte Schlange lag wie eine träge Masse auf dem nun ruhigen Wasser. Hatte sich der Ictiosaurus wieder in seine Höhle in der Tiefe zurückgezogen oder würde er wieder an die Oberfläche des Meeres zurückkommen? Das war die Frage, die wir uns stellten, auf die wir aber keine Antwort bekamen. Ein Geysir. Am nächsten Tag wehte der Wind kräftig und wir segelten rasch von dem Kriegsschauplatz fort. Hans stand wie immer am Steuer. Mein Onkel, den der Kampf für kurze Zeit aus seinen Gedanken geholt hatte, war wieder in seine ungeduldige Betrachtung des Meeres gesunken. Gegen Mittag des nächsten Tages hörten wir aus weiter Entfernung ein Getöse, ein anhaltendes Rauschen. Es scheint in der Ferne einen Felsen oder eine kleine Insel zu geben, woran sich das Meer zerbricht, sagte der Professor. Hans kletterte auf den Mast, konnte aber keine Klippe sehen, obwohl der Ozean bis zur Linie des Horizonts eben war. Konnte das Rauschen von einem fernen Wasserfall herrühren? Das hatte ich meinen Onkel gefragt, aber er schüttelte nur mit dem Kopf. Wir kamen dem Getöse immer näher und das Rauschen wurde immer lauter. Kam es vom Himmel oder vom Ozean? Der Himmel war ruhig und die Wolken unbeweglich, also musste die Ursache woanders zu finden sein. Ich suchte den Horizont ab, aber auch dort war nichts zu erkennen. Falls das Getöse von einem Wasserfall stammte, wenn dieses ganze Meer in ein tieferes Becken hinabstürzte, dann hätte die Strömung zunehmen müssen. Doch es gab keine. Gegen vier Uhr kletterte Hans noch einmal auf den Mast, suchte mit seinen Blicken den ganzen Ozean ab und hielt plötzlich inne. Sein Gesicht zeigte keine Überraschung. Doch er beobachtete einen Punkt. Er hat etwas gesehen, sagte mein Onkel. Hans stieg wieder herab, streckte seinen Arm südlich und sagte, der Nere. Dort unten, wiederholte mein Onkel. Und er nahm sein Fernrohr, blickte eine Minute lang hindurch und rief dann, »Ja, ja. Was siehst du? Einen ungeheuren Wasserstrahl, der aus dem Wasser aufsteigt. Noch ein Seeungeheuer? Vielleicht.« Es musste sich wohl um ein gewaltiges Tier handeln, wenn man seinen Wasserstrahl aus zwanzig Kilometern Entfernung sehen konnte. Es wäre besser gewesen zu fliehen. Doch wir waren auf einer Abenteuerfahrt und nicht gekommen, um vorsichtig zu sein. Je näher wir kamen, desto größer wurde der Strahl. Was für ein Ungeheuer musste das sein, dass solche Mengen Wasser in sich aufnehmen und wieder ausstoßen konnte. Um acht Uhr abends hatten wir uns bis auf wenige Kilometer genähert. Sein riesiger, schwarzer, bergähnlicher Körper streckte sich wie eine kleine Insel im Meer aus. War das möglich? Es schien fast zweitausend Meter lang zu sein. Was für eine Gattung von Walen war das? Unbeweglich wie schlafend lag es da, und die Wellen schlugen an seine Seiten. Die 150 Meter hohe Wassersäule fiel mit ohrenbetäubendem Getöse in einem Regenschauer nieder. Ich war vor Schreck ganz erstarrt. Wir durften nicht noch näher an dieses Untier heranfahren. Da stand Hans plötzlich auf und sagte Holme. Eine Insel, rief mein Onkel und lachte laut auf. Aber diese Wassersäule! Geysir, sprach Hans. Jawohl, Geysir, erwiderte mein Onkel. Ein Geysir gleich denen, wie sie auf Island vorkommen. Ich wollte erst nicht glauben, dass ich mich sehr getäuscht hatte, eine Insel für ein Seeungeheuer zu halten. Doch es war eindeutig, dass es nur eine Naturerscheinung war. Der Geysir erhob sich majestätisch an einem Ende der Insel. Von Zeit zu Zeit hörte man dumpfes Getöse, und dann brach der enorme Wasserstrahl in einer hohen Dunstwolke bis in die Wolken empor. Landen wir auf der Insel, sagte der Professor. Hans steuerte das Floß auf die gegenüberliegende Seite des Geysirs, und ich sprang auf den Felsen. Mein Onkel folgte mir. Wir liefen über einen mit Kieseltuff vermischten Granit und gelangten zu einem kleinen Becken, aus dem sich der Geysir erhob. Ich hielt das Thermometer in das siedend heiße Wasser, und es zeigte 143 Grad Celsius an. Dieses Wasser musste aus einem gluth heißen Inneren kommen, und mir schien es klar, dass wir früher oder später in solche Regionen kommen werden, wo die Wärme so hoch ansteigt, dass sie mit unserem Thermometer nicht mehr zu messen sein würde. Das teilte ich dem Onkel mit. Nun, wir werden sehen, sprach der Professor. Er benannte das vulkanische Inselchen nach seinem Neffen. Dann gab er das Zeichen zum Aufbruch. Ein Gewitter. Am Freitag, den 21. August, konnten wir den prachtvollen Geysir schon nicht mehr sehen. Der frische Wind hatte uns vom Inselchen Axel weggetrieben. Wie es schien, würde sich das Wetter bald ändern. Die Luft war dunstig, die Wolken hatten sich merklich abgesenkt und einen olivfarbigen Ton angenommen. Durch diese Wolken schien kaum noch Licht zu dringen, und es sah, wie auf der Erde, bei einem bevorstehenden Gewitter aus. Die Luft war schwül, das Meer ruhig. Der Wind wurde stärker, und es schien, als wäre die Atmosphäre in der Höhle elektrisch geladen, denn mir standen die Haare vom Kopf ab. Und ich glaube, ich hätte einen starken Schlag bekommen, wenn ich einen meiner Gefährten in diesem Moment berührt hätte. Der Professor war angesichts des drohenden Unwetters sehr übel gelaunt und blickte weiter missmutig auf den Ozean. Da legte sich der Wind. Kein Lüftchen wehte mehr. Das Segel am Mast fiel in Falten herab. »Nehmen wir es herab«, sagte ich, »denn beim ersten Stoß des Sturms könnte es uns ins Verderben stürzen.« »Nein zum Teufel«, schrie mein Onkel, »hundertmal nein! Soll uns der Sturm doch fortreißen! Ich will endlich an das Ufer kommen, auch wenn unser Schiff in tausend Splitter zerschellen sollte!« Da veränderte sich der Horizont im Süden. Er wurde immer dunkler, und ein Orkan kam auf uns zu. Das Floß hüpfte auf den höher werdenden Wellen. Mein Onkel wurde zu Boden geworfen und klammerte sich nun an einem Stück Tau fest, um dem Naturschauspiel zuzusehen. Hans stand unbeweglich am Steuer, und der Sturm zauste heftig an ihm. Das Segel spannte sich, und das Floß trieb mit einer hohen Geschwindigkeit vorwärts. »Das Segel! Das Segel!«, rief ich und wollte es abnehmen. »Nein«, erwiderte mein Onkel. »Nein«, sagte Hans und schüttelte sanft den Kopf. Der Regen prasselte nun auf das Meer, unzählige Blitze durchkreuzten sich, und der Donner folgte Schlag auf Schlag. Ich musste mich am Mast festhalten, um nicht ins Meer gerissen zu werden. Es war eine fürchterliche Nacht. Der Sturm wollte sich einfach nicht legen, und wir wussten nicht mehr, wo wir uns befanden, wo wir hingetrieben wurden. Zwei Tage trieben wir durch das Unwetter, und es nahm kein Ende. Wir waren von den Strapazen erschöpft. Zu Mittag verdoppelte sich die Gewalt des Sturmes noch einmal. Wir banden unsere gesamte Ladung fest und dann uns selbst. Die Wellen schlugen über unseren Köpfen zusammen. Das Tosen des Sturmes war so gewaltig, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Mein Onkel versuchte mir durch Zeichen zu verstehen, zu geben, dass wir verloren waren. Doch ich bedeutete ihm, weg mit unserem Segel. Er nickte. Und schon wollte ich mich an die Arbeit machen, als eine feurige Kugel auf unser Floß fiel. Wir erstarrten vor Schreck. Die Kugel, halb weiß, halb blau, rollte langsam hier und dorthin, sprang auf den Lebensmittelsack und glitt langsam wieder herunter, streifte die Pulverkiste. Uns gefrohr das Blut in den Adern. Wir würden alle in die Luft fliegen. Die schreckliche Kugel entfernte sich wieder von der Kiste, rollte auf Hans zu, der sie fest anstarrte, dann kreiselte sie neben meinem Fuß. Ich wollte ihn zurückziehen, doch es ging nicht. Ein Geruch von Salpetergas erfüllte die Luft, drang in unsere Kehle, in die Lungen, und zwar zum Ersticken. Doch weshalb konnte ich meinen Fuß nicht zurückziehen? Die Kugel war elektrisch geladen und hatte alles Eisen an Bord magnetisiert. Die Instrumente, Geräte und Waffen gerieten in Bewegung und prallten aneinander. Und die Nägel an meinen Schuhsohlen hingen fest an einer Eisenplatte, die Hans beim Bau in das Holz eingelassen hatte. Da zersprang die Kugel plötzlich mit einem hellen Blitz, und wir wurden von einem Flammenstrom übergossen. Ich sah Hans am Steuer, umgeben von Elektrizität, und meinen Onkel, der lang ausgestreckt auf dem Floß lag. Dann erlosch alles. Als ich aus einer langen Ohnmacht erwachte, war das Gewitter noch in vollem Gange. Es blitzte und donnerte immerfort. Waren wir noch immer auf dem Meer? Ja, fortgerissen mit unglaublicher Schnelligkeit. Vermutlich waren wir unter England hergefahren, unter dem Kanal, dann Frankreich, vielleicht unter ganz Europa hindurch. Da hörte ich wieder ein Getöse. Offenbar brach sich das Meer an einem Felsen, und dann... Was genau geschah, als das Floß auf den Felsen der Küste prallte, kann ich nicht sagen. Ich stürzte in die Wogen, und dass mein Körper nicht an den spitzen Felsen zerrissen wurde und ich dem Tod entkam, verdanke ich Hans. Er hatte mich festgepackt und trug mich aus dem Meer an das Ufer, wo ich an der Seite meines Onkels wieder zu mir kam. Hans lief noch einmal zu den Felsen, in die tobenden Wellen, um unsere Habe zu retten. Inzwischen regnete es immer weiter, wie bei der Sintflut. Wir waren unter ein paar überhängende Felsen gekrochen, die uns Schutz boten. Hans bereitete ein Essen, das ich nicht anrühren konnte. Dann fielen wir alle, erschöpft von den Strapazen der letzten drei Tage und Nächte, in einen traumlosen Schlaf. Am folgenden Tag war prachtvolles Wetter. Himmel und Meer hatten sich beruhigt. Jede Spur des Gewitters war verschwunden. Der Professor begrüßte mich beim Erwachen. Nun, lieber Junge, hast du gut geschlafen? Sehr gut, erwiderte ich. Doch ich bin trotzdem noch erschöpft. Aber dir scheint es sehr gut, heute Morgen zu gehen, lieber Onkel. Ja, ich freue mich sehr, mein Junge. Wir sind angekommen. Am Ziel unserer Reise? Nein, aber am Ende dieses Meeres. Jetzt werden wir wieder den Landweg nehmen, damit wir wirklich ins Innere der Erde kommen. Aber lieber Onkel, was ist mit der Rückreise? Mit der Rückreise? Du denkst an die Rückkehr, bevor wir angekommen sind? Nein, ich will nur fragen, wie sie ablaufen soll. Ganz einfach. Wenn wir im Zentrum unseres Erdballs angekommen sind, dann finden wir entweder einen neuen Weg, um an die Oberfläche zurückzukehren, oder wir gehen den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurück. Ich glaube kaum, dass man hinter uns die Tore verschließt. Dann müssen wir das Floß wieder in guten Stand setzen. Das wird notwendig sein. Aber werden unsere Lebensmittel noch ausreichen? Ja, das werden sie. Hans hat den größten Teil der Ladung gerettet. Schauen wir es uns doch an. Als wir am Ufer ankamen, sahen wir Hans mitten in einem Haufen von Gegenständen, die er sortiert hatte. Mein Onkel drückte ihm dankbar die Hand. Dieser gute Mensch, wie man einen zweiten nicht so schnell findet, hatte während wir schliefen gearbeitet und unter Lebensgefahr die wertvollsten Gegenstände gerettet. Trotzdem hatten wir erhebliche Verluste erlitten. Zum Beispiel waren unsere Waffen verloren. Aber wir brauchten sie nicht dringend. Der Pulvervorrat war unversehrt, nachdem wir während des Gewitters fast in die Luft gesprengt worden wären. Unsere Geräte waren alle gerettet. Auch die Werkzeuge sah ich neben den Leitern und Stricken im Sand ausgebreitet liegen. Und unser Proviant? Fragte ich. Sehen wir nach, erwiderte mein Onkel. Die Kisten, in denen die Lebensmittel verstaut waren, befanden sich in einem guten Zustand. Das Meer hatte sie zum größten Teil verschont und wir hatten noch Zwieback, Fleisch, Brandwein und Fisch für vier Monate. Vier Monate, rief der Professor. So haben wir genug Zeit, um hin und wieder zurückzukommen und mit dem Rest will ich für meine Kollegen am Johanneum ein großes Festessen geben. Ich kannte meinen Onkel schon sehr lange und trotzdem versetzte er mich immer wieder mit seinen Äußerungen in Erstaunen. Jetzt wollen wir unseren Wasservorrat mit dem Regenwasser auffüllen, damit wir nicht wieder Durst leiden müssen. Hans wird das Floß reparieren, aber ich glaube nicht, dass wir es noch einmal brauchen werden. Wieso nicht? rief ich aus, weil ich nicht vorhabe, auf demselben Weg, den wir gekommen sind, zurückzukehren. Ich betrachtete den Professor misstrauisch und fragte mich, ob er nicht ein bisschen verrückt geworden war. Jetzt wollen wir frühstücken, fuhr er fort. Während des Frühstücks fragte ich meinen Onkel, wo wir uns eben befänden. Es wird nicht möglich sein, das genau zu berechnen, erwiderte er, weil ich während der drei Gewittertage nicht die Schnelligkeit und die Richtung unseres Floßes notieren konnte. Aber vielleicht können wir es trotzdem herausfinden. Auf dem Eiland Axel hatten wir mit dem Floß schon 430 Kilometer zurückgelegt und befanden uns über 960 Kilometer von Island entfernt. Wenn wir rechnen, dass wir ab der Insel vier Tage im Sturm unterwegs waren mit einer Geschwindigkeit, die nicht weniger als fünf Kilometer in der Stunde betrug, dann wären wir 500 Kilometer weitergekommen. Ja, und das Meer Liedenbrock hätte dann von einem Ufer zum anderen eine Länge von ungefähr 930 Kilometern. Und man kann es daher mit dem Mittelmeer vergleichen, Axel. Und wenn unsere Berechnungen stimmen, dann müsste dieses Mittelmeer jetzt genau über unseren Köpfen sein, was ein merkwürdiger Zufall wäre. Dann sind wir fast 1400 Kilometer von Reykjavik entfernt. Das ist ein gutes Stück Weg, lieber Junge. Aber ob wir uns mehr unter dem Mittelmeer befinden als unter der Türkei, müsste uns der Kompass zeigen. Denn dann sehen wir, in welche Richtung wir getrieben sind. Mein Onkel nahm den Kompass, legte ihn auf den Boden und beobachtete die Nadel, die nach einigem Schwanken stillstand. Mein Onkel schaute, dann rieb er sich die Augen und schaute von Neuem. Endlich blickte er mich voll Erstaunen an. Was ist los? Er bedeutete mir selbst zu schauen. Ich war sehr überrascht, denn die Nadel zeigte den Norden dort an, wo wir den Süden vermuteten. Sie drehte sich zum Ufer, statt auf das Meer zu zeigen. Ich schüttelte den Kompass, untersuchte ihn, doch er war intakt. Wohin man ihn auch drehte, die Nadel zeigte hartnäckig in die unerwartete Richtung. Also gab es keinen Zweifel mehr. Während des Sturms hatte der Wind gedreht, ohne dass wir es bemerkten, und hatte das Floß an das Ufer zurückgetrieben, welches wir hinter uns lassen wollten. Ein Knochenfeld Auch wenn mein Onkel darüber sehr aufgebracht war, so verlor er doch nicht seinen Mut und rief, »Ah, was für einen Streich hat mir das Schicksal da gespielt. Die Elemente haben sich gegen mich verschworen. Luft, Feuer und Wasser haben sich vereint, um mich an der Fahrt zu hindern. Nun gut, dann sollen sie erfahren, dass ich einen starken Willen habe und nicht nachgeben werde, nicht einen Schritt zurückweichen werde. Dann sehen wir ja, wer die Oberhand gewinnt. Der Mensch oder die Natur?« Dabei stand er auf einem Felsen und schüttelte drohend die Fäuste. Als er heruntergeklettert war, rief er mir zu, »Auf zum Floß!« Vergeblich versuchte ich, ihn davon abzubringen, das Meer noch einmal zu überqueren. Sein Wille war härter als Granit. Hans war eben mit der Ausbesserung des Floßes fertig geworden. Ein Segel war schon wieder aufgezogen und wedelte im Wind, der aus Nordwest kam. Der Professor sprach einige Worte mit Hans, der sogleich unser Gepäck an Bord brachte und alles zur Abfahrt vorbereitete. Was konnte ich machen? Mich allein gegen zwei durchsetzen? Unmöglich. Wäre Hans nur auf meiner Seite gewesen. Aber nein. Es schien, als hätte er keinen eigenen Willen, war nur ein Diener seines Herrn. So konnte ich nichts erreichen und musste mich meinem Schicksal fügen und wieder auf das Floß steigen. Ich war schon im Begriff, mich auf meinen gewohnten Platz auf dem Floß zu setzen, als mein Onkel mich zurückhielt. »Wir fahren erst morgen ab. Ich möchte erst noch diese Küste untersuchen, ehe ich sie verlasse.« Da wir nicht an die gleiche Stelle der Nordküste zurückgekommen waren, die wir verlassen hatten, war das sehr verständlich. Wir mussten uns weiter westlich von Gretchenshafen befinden. Wir ließen Hans bei seiner Arbeit zurück und machten uns auf den Weg. Wir sahen unzählige Muscheln von allen Formen und Größen im Sand liegen. Ich bemerkte auch riesige Schildkrötenpanzer, deren Durchmesser oft über vier Meter betrug. Außerdem war der Boden mit großen Mengen von Steintrümmern bedeckt, eine Art Steinkiesel, die von den Wellen abgerundet und reihenweise am Ufer aufgeschichtet waren. Das Meer musste einstmals dieses Ufer bedeckt haben. Auch auf den umstehenden Felsen sah man deutliche Spuren des einstigen Meeres. Daraus konnte man wohl schließen, wie es dazu gekommen war, dass sich hier so viele Kilometer unter der Erde ein Meer befand. Meiner Ansicht nach kamen die Wassermassen offenbar aus den Gewässern des Ozeans und waren durch irgendeine Spalte in das Erdinnere gedrungen. Vermutlich war diese Spalte gegenwärtig verstopft, denn sonst würde diese Höhle voller Wasser sein. Vielleicht war auch ein Teil dieses Wassers durch die unterirdische Hitze verdunstet. Diese Theorie schien mir sehr einleuchtend. Wir waren eine Meile am Ufer des Meeres Lidenbrock entlang gegangen, als ein Feld oder vielmehr eine Ebene Vollknochen vor uns lag. Es war wie ein ungeheurer Friedhof, wo die Generationen von 20 Jahrhunderten auf ewig liegen würden. Wir traten näher und entdeckten so viele seltene und interessante Reste dieser vorhistorischen Tiere und Fossilien, dass sich die Museen darum gerissen hätten. Ich war bestürzt beim Anblick dieses Totenfeldes. Mein Onkel stand kopfschüttelnd mit geöffnetem Mund da und war grenzenlos erstaunt über diese Sammlung von Leptotherium, Merikotherium, Mastodon, Megatherium, Lophodion und wie all die urweltlichen Ungeheuer hießen. Doch wurde sein Erstaunen noch viel größer, als er unter all den Knochen einen Schädel fand. Mit zitternder Stimme rief er, Axel, Axel, ein Menschenkopf. Es schien sich um einen fossilen Menschen zu handeln, dessen Erforschung die Wissenschaft sehr viel Aufmerksamkeit widmete und mein Onkel hatte in Hamburg großes Interesse daran gezeigt und viele Vorträge darüber gehört. Umso mehr war die Freude meines Onkels begreiflich, zumal er zwanzig Schritte weiter auf ein weiteres Exemplar des Urzeitmenschen stieß. Mein Onkel betrachtete den gut erhaltenen Körper lange, Maß, notierte, skizzierte, so viel er nur konnte. Wir fanden auf dem ganzen Knochenfeld noch weitere fossile Menschenkörper und dabei stellte sich uns die Frage, wie diese Menschen hierher unter die Erde gelangt waren. Ob diese Menschen durch eine gewaltsame Erschütterung des Bodens hinabgerutscht waren oder lebten sie in dieser unterirdischen Welt, unter diesem künstlichen Himmel? Bis jetzt hatten wir nur Seeungeheuer und Fische lebendig angetroffen. Ob wir auch auf einen lebenden Menschen in dieser öden Unterwelt treffen würden? Wir gingen schweigend weiter und kamen nach einigen hundert Schritten an den Rand eines ungeheuren Waldes. Es waren aber keine Champignons, wie bei Gretchenshafen. Hier standen Palmbäume, Fichten, Eiben, Zypressen und Thujas, die netzartig mit Lianen durchflochten waren. Nur waren alle diese Bäume, Gebüsche und Pflanzen farblos, da ihnen das Sonnenlicht fehlte. Alles war bräunlich gefärbt und sah wie verblichen aus. Die Blätter ohne Grün und selbst die Blumen sahen aus, als wären sie aus Papier gemacht. Mein Onkel Lidenbrock wagte sich in dieses rissige Gehölz, und ich folgte ihm ein wenig ängstlich, denn ich fürchtete, dass ich in diesem Dickicht Getier versteckt haben könnte. Und da sah ich plötzlich durch das zerstreute Licht in den Tiefen des Waldes etwas. Ich glaubte, nein, ich sah sie wirklich. Ungeheure Gestalten bewegten sich unter den Bäumen. Und wirklich, es war eine Herde Mastodone, riesenhafte Elefantentiere, nicht fossil, nein, lebendige. Die Zweige krachten, wenn sie mit ihren Rüsseln das Laub der Bäume herabrissen, welches dann in den weiten Rachen dieser Ungeheuer verschwand. Mein Onkel beobachtete sie eine Weile und sagte auf einmal, während er mich am Arm packte, auf, vorwärts, vorwärts. Nein, rief ich, nein, wir haben keine Waffen. Was sollen wir mitten in einer Herde von Riesentieren? Kommen Sie, Onkel, kommen Sie, gehen wir weiter. Ich zog meinen Onkel mit mir, welcher zum ersten Mal nachgab. Als wir den Wald verlassen hatten, liefen wir zurück zum Meer Liedenbrock, und ein Gedanke kam mir in den Sinn. Obwohl ich sicher war, dass wir uns auf völlig neuem Boden befanden, so bemerkte ich mitunter Felsgruppen, deren Form an die von Gretchens Hafen erinnerte. Durch die Angaben des Kompasses und unsere unfreiwillige Rückkehr auf die Nordseite des Meeres wäre das nicht unmöglich gewesen. Es sah Gretchens Hafen wirklich täuschend ähnlich. Bäche und Wasserfälle stürzten zahlreich aus den Felsvorsprüngen. Ich glaubte, das Lager des Surtabrandur, unseren treuen Hansbach und die Grotte, in der ich wieder zur Besinnung kam, zu erkennen. Doch etwas später zweifelte ich, denn ich erkannte einige Felsen und einen Bach nicht wieder. Ich sprach mit meinem Onkel darüber, und auch er war sich nicht sicher. Ich glaube, sagte ich, dass wir etwas oberhalb unseres Abfahrtspunkts gelandet sind, und wenn wir weiter an diesem Ufer entlanglaufen, werden wir zu Gretchens Hafen gelangen. In dem Falle, erwiderte mein Onkel, brauchen wir hier keine weiteren Forschungen anzustellen, und es wäre das Beste, zu unserem Floß zurückzukehren. Aber sag, Axel, bist du dir sicher? Es ist schwer, sicher zu sein, lieber Onkel, denn die Felsen sehen sich alle ähnlich. Ich glaube jedoch, dass ich das Vorgebirge wiedererkenne, an dessen Fuß Hans das Floß gebaut hat. Wir müssen ganz nah bei dem kleinen Hafen sein, wenn er das hier nicht schon ist. Nein, Axel, dann würden wir doch unsere eigenen Spuren finden. Und ich sehe nichts. Aber ich sehe etwas, rief ich und lief auf einen Gegenstand zu, der im Sande glänzte. Was ist es? Das! Und ich zeigte meinem Onkel einen verrosteten Dolch, den ich aufgehoben hatte. Aha, sagte er, du hattest also doch eine Waffe mitgenommen? Ich? Nein, aber du! Nein, das wüsste ich doch, versetzte der Professor. Dieser Dolch gehört mir nicht. Das ist aber eigenartig. Nein, es ist ganz einfach, Axel. Die Isländer besitzen oft Waffen dieser Art, und der Dolch gehört bestimmt Hans, der ihn verloren haben wird. Ich schüttelte den Kopf. Hans gehörte der Dolch nicht. Vielleicht ist es eine Waffe eines urweltlichen Kriegers. Aber das kann auch nicht sein. Diese Klinge ist aus Stahl. Mein Onkel unterbrach mich. Axel, dieser Dolch ist eine Waffe aus dem 16. Jahrhundert. Ein Dolch, wie ihn die Edelleute am Gürtel trugen. Er ist spanischen Ursprungs. Diese Klinge liegt hier schon seit hundert, zweihundert, dreihundert Jahren. Aber wie ist sie hierher gekommen? Von allein bestimmt nicht. Jemand ist vor uns hier gewesen. Ja. Ein Mann. Und dieser Mann hat mit diesem Dolch seinen Namen hinterlassen. Dieser Mann hat den Weg zum Mittelpunkt zeigen wollen. Suchen wir nur. Und mit großem Eifer liefen wir an der hohen Felswand entlang und suchten nach den kleinsten Spalten, die zu einem Tunnel werden konnten. So kamen wir zu einer Stelle, wo das Ufer schmaler wurde. Das Meer drang fast bis an den Fuß der Felsen und ließ nur vier Meter als Weg frei. Zwischen zwei Felsenvorsprüngen konnte man den Eingang zu einem dunklen Tunnel erkennen. Hier erkannten wir auf einer Granitfläche zweihalb verwitterte Buchstaben. Die beiden Anfangsbuchstaben des kühnen und abenteuerlichen Reisenden. A.S. rief mein Onkel. Arne Sagnussem. Stets Arne Sagnussem. Fahrt durch den Vulkan. Seit Anfang der Reise habe ich viel Erstaunliches erlebt und glaubte nun vor Überraschungen sicher zu sein. Doch der Anblick dieser beiden 300 Jahre alten Buchstaben erstaunte mich überallermaßen. Nicht nur die Initialen des gelehrten Alchemisten standen vor uns. Ich hielt auch noch den Dolch, mit dem er sie in den Fels geritzt hatte, in der Hand. Das war der Beweis. Er hatte wirklich gelebt und diese Reise vor uns unternommen. Während mir diese Gedanken durch den Kopf schwirrten, gab der Professor Lidenbrock vor Begeisterung dem kleinen Vorgebirge, vor dem wir standen, und Arne Sagnussems Initialen entdeckt hatten den Namen Kap Sagnussem. Diese Begeisterung sprang auf mich über, und ich vergaß alle Gefahren der Reise und der Rückkehr und rief, vorwärts, vorwärts. Ich stürzte schon auf den dunklen Gang zu, als der Professor mich zurückhielt und mich zur Geduld mahnte. Erst wollen wir zu Hans zurück und das Floß holen. Du hast recht. Ich schlüpfte rasch zwischen den Felsen zum Ufer hin. Weißt du, Onkel, wir haben bisher ziemlich viel Glück gehabt. So, meinst du? Allerdings. Und sogar der Sturm war ein Glück. Denn bei gutem Wetter wären wir nicht zurückgetrieben und dann hätten wir Sagnussems Namen nicht zu Gesicht bekommen und wären jetzt ganz verlassen, ohne einen Ausweg. Ja, Axel, du hast recht. Das alles ist gut so gekommen. Und jetzt werden wir abwärts steigen. Immer weiter abwärts. Alles war zur sofortigen Abfahrt vorbereitet. Wir bestiegen das Floß, das Segel wurde gehisst und Hans steuerte an der Küste entlang zum Kap Sagnussem. Gegen sechs Uhr abends kamen wir an und ich sprang ans Land, hinter mir mein Onkel und der Isländer. Lasst uns sofort losgehen, rief ich. Ja, lieber Junge, aber vorher müssen wir diesen neuen Tunnel untersuchen, um zu wissen, ob wir unsere Leitern bereit machen müssen. Mein Onkel schaltete seinen rühmkaufschen Apparat an und wir begaben uns, ich voran, in den Tunnel. Doch schon nach sechs Schritten war der Weg durch einen ungeheuren Felsblock versperrt. Ach, verdammter Block, rief ich zornig. Wir versuchten vorbeizukommen, doch weder rechts noch links, oben noch unten, es fand sich kein Zugang, kein Spalt. Hans leuchtete mit der Lampe die gesamte Wand ab, aber sie zeigte nirgends eine Lücke. An dieser Stelle kamen wir nicht weiter. Ich hatte mich auf den Boden gesetzt und mein Onkel ging mit großen Schritten auf und ab. Aber wie hat es denn Sagnussem geschafft, rief ich. Die Frage ist, sagte mein Onkel, ob der Felsen auch schon zu seiner Zeit hier lag. Bestimmt nicht. Er ist sicher durch ein Erdbeben herabgestürzt und hat den Gang versperrt. Sieh doch, dort oben an der Granitdecke sieht man die Spalten, aus denen diese riesigen Blöcke gebrochen sind. Wir müssen das Hindernis beseitigen, sonst werden wir den Mittelpunkt nie erreichen. Der Forscherdrang des Professors hatte nun auch mich angesteckt. Ich vergaß alles um mich herum. Die Erdoberfläche existierte nicht mehr. Städte und Land, Hamburg und die Königsstraße zogen mich nicht mehr an. Und mein armes Gretchen war vergessen. Dann lasst uns mit Spitzhauer und Steinbrecher die Wand sprengen, sagte mein Onkel. Sie ist doch zu hart dafür und zu dick. Aber wir haben hier Pulver. Zersprengen wir den Block einfach. Ja, das wollen wir tun. Hans ans Werk, rief mein Onkel. Der Isländer holte eine Spitzhaue vom Floß, womit er das Loch für das Pulver schlagen konnte. Das war keine leichte Arbeit. Es musste ein Loch werden, das 50 Pfund Schießbaumwolle fassen konnte, die viermal so stark wie Kanonenpulver ist. Ich war sehr aufgeregt. Während Hans die Arbeit verrichtete, half ich meinem Onkel, eine lange Lunte zu fertigen. Wir werden es schaffen, sagte ich. Ja, das werden wir. Wir werden hindurchkommen, wiederholte mein Onkel. Um Mitternacht waren wir bereit. Die Ladung mit Baumwolle war in die Höhlung gebracht und die Lunte durch den Tunnel bis nach draußen gelegt. Ein unbedachter Funke hätte alles zum Explodieren gebracht. Auf morgen, sagte der Professor. Ich musste mich wohl oder übel fügen und noch fünf volle Stunden warten. Eine Explosion. Der folgende Tag, der 27. August, war einer der wichtigsten dieser unterirdischen Reise. Ich kann nicht an ihn zurückdenken, ohne dass mir vor Entsetzen das Herz bebt. Denn von diesem Moment an sollten wir ein Spielball der Naturkräfte sein. Um sechs Uhr war der Moment gekommen, uns mittels Pulver einen Weg durch den Granit zu bahnen. Ich bat darum, die Lunte anzünden zu dürfen. Darauf sollte ich zu meinen Gefährten auf das Floß laufen, mit dem wir dann das Weite suchen wollten. So wollten wir den Gefahren der Explosion ausweichen, deren Wirkungen sich auch außerhalb des Felsens zeigen würden. Die Lunte war so lang, dass sie zehn Minuten brannte, bevor das Feuer das Pulver erreichte. Ich hatte also Zeit genug, um wieder auf das Floß zu kommen. Geh, lieber Junge, sagte mein Onkel, und komme gleich wieder zu uns. Keine Sorge. Mit einer brennenden Laterne ging ich zum Tunnel und griff das Ende der Lunte. Der Professor hielt den Chronometer in der Hand und rief mir zu. Fertig? Fertig, war die Antwort. Nun denn. Feuer, mein Junge. Schnell zündete ich die Lunte an und rannte zum Ufer. Einsteigen, rief mein Onkel. Und abfahren. Hans stieß uns mit einem kräftigen Druck vom Ufer ab und wir waren schnell vierzig Meter entfernt. Es waren angstvolle Minuten. Der Professor verfolgte den Zeiger des Chronometers mit den Augen. Noch fünf Minuten, sagte er. Noch vier. Drei. Mein Puls raste. Noch zwei. Eine. Aber das erwartete Donnergetöse hörte ich gar nicht. Doch die Form der Felsen änderte sich plötzlich vor meinen Augen. Sie gingen wie ein Vorhang auseinander. Ich erkannte eine unergründliche Schlucht, die jetzt am Ufer klaffte. Das Meer türmte sich zu einer ungeheuren Welle auf, die das Floß fast umkippte. Wir stürzten alle drei auf den Boden und krallten uns am Floß fest. Ich hatte große Angst, es werde sinken. Doch dazu kam es nicht. Denn trotz des Getöses und der Aufregung begriff ich, was geschah. Unter dem Felsen, den wir zersprengt hatten, befand sich ein Abgrund. Die Explosion hatte in diesem zerklüfteten Boden ein Erdbeben verursacht. Der Abgrund hatte sich geöffnet. Das Meer war zu einem reißenden Strom geworden und riss uns mit sich in die Tiefe des Abgrunds. Ich glaubte, wir seien verloren. Eine, zwei Stunden, ich weiß es nicht genau, wurden wir abwärts gerissen. Wir hielten uns fest an den Händen, um nicht von dem Floß geworfen zu werden. Wenn das Floß an die Wand stieß, wurde es stark erschüttert und wir fürchteten jedes Mal um unser Leben. Doch waren diese Stöße selten, woraus ich schloss, dass der Tunnel, durch den wir stürzten, riesig sein musste. Ohne Zweifel war das hier Sagnus Sams Weg. Aber statt ihn allein hinabzusteigen, hatten wir aus Unvorsichtigkeit ein ganzes Meer mitgenommen. Nach dem Wind, der mir ins Gesicht blies, mussten wir schneller als eine Eisenbahn sein. Daher konnten wir auch keine Fackel anzünden und unser letzter elektrische Apparat war bei der Explosion zerbrochen. Ich war deshalb ganz überrascht, als ich in meiner Nähe plötzlich ein Licht sah. Es leuchtete auf das Gesicht von Hans. Und da erkannte ich, dass es dem geschickten Jäger gelungen war, die Laterne anzuzünden. Und obwohl die Flamme stark flackerte, warf sie doch einige Lichtstrahlen in diese fürchterliche Dunkelheit. Der Tunnel war breit. Ich hatte richtig geschätzt. Die Strömung des Wassers, auf dem wir so reißend fuhren, übertraf die Geschwindigkeit der größten Ströme Amerikas. Wenn wir einer Wand nahe kamen, hielt ich die Laterne daran und konnte unsere Geschwindigkeit daraus ablesen, dass die Vorsprünge wie fortlaufende Linien aussahen. Ich schätzte sie auf 50 Kilometer in der Stunde. Inzwischen waren wir schon Stunden unterwegs. Mir war aufgefallen, dass uns ein großer Teil unserer Ausrüstung fehlte. Er musste bei der Explosion und dem aufgewirbelten Meer abhandengekommen sein. Von den Instrumenten waren nur noch ein Kompass und der Chronometer vorhanden, ein kleines Stück Tau, das um den Mast gewickelt war, kein Werkzeug mehr und Lebensmittel hatten wir nur noch für einen Tag, ein Stück getrocknetes Fleisch und Zwieback. Ich starrte vor mich hin und konnte es nicht glauben. Selbst wenn die Lebensmittel noch für Monate gereicht hätten, wie wären wir aus den Abgründen, in die uns das reißende Wasser trug, herausgekommen? Doch nun hatten wir auch keine Vorräte mehr. Wie sollten wir überleben? Ich hätte es gern dem Onkel gesagt, doch wir konnten bei dem Rauschen und Tosen einander nicht verstehen. Das Licht in der Laterne wurde allmählich schwächer und verlosch dann ganz, da der Docht völlig heruntergebrannt war. Es war wieder stockfinster. Zwar hatten wir noch eine Fackel, aber die konnten wir ja nicht anzünden. Ich schloss die Augen und ergab mich unserem Schicksal. Irgendwann verdoppelte sich die Geschwindigkeit unserer Fahrt, wie ich durch den starken Luftzug in meinem Gesicht spürte. Wir glitten nicht mehr auf dem Wasser nach unten. Es fühlte sich eher an, als fielen wir hinab. Plötzlich spürte ich einen Stoß. Das Floß war nicht gegen einen harten Gegenstand gestoßen, sondern stand auf einmal still und ein Wasserwirbel brach über uns herein. Ich bekam keine Luft mehr, war unter Wasser. Doch diese plötzliche Überflutung dauerte nicht lange. Nach einigen Sekunden war alles vorbei und ich konnte wieder atmen. Mein Onkel und Hans hielten mich am Arm fest und ich sah, dass wir alle drei noch auf dem Floß waren. Uns fiel auf, wie still es nach diesem letzten gewaltigen Wasserstoß im Tunnel war. Kein Tosen und Brausen mehr. Nun geht's aufwärts, sagte da mein Onkel. Was meinst du damit? rief ich. Es geht aufwärts. Wir fahren nach oben. Ich streckte den Arm aus, um die Wand zu berühren und mein Onkel hatte recht. Wir fuhren sehr schnell bergan. Die Fackel, die Fackel, rief der Professor. Es war nicht einfach, doch Hans schaffte es, sie anzuzünden und die Flamme reichte aus, die Szene zu beleuchten. Das dachte ich mir schon, sagte mein Onkel. Wir befinden uns in einem engen Schacht von kaum sechs Meter Durchmesser. Das Wasser hat einen hohen Druck. Und wo es ankommt, wird es nach oben schießen und uns mit sich emporheben. Wo wird es ankommen? Ich weiß nicht. Aber wir müssen uns auf alles gefasst machen. Die Geschwindigkeit, mit der wir aufwärts kommen, schätze ich auf drei Meter in der Sekunde, also 180 in der Minute, was mehr als zehn Kilometer in der Stunde macht. Auf diese Weise kommen wir vorwärts. Ja, wenn wir nicht aufgehalten werden, wenn dieser Schacht offen ist. Aber wenn er verschlossen ist, dann werden wir irgendwann zerdrückt. Axel, erwiderte der Professor sehr ruhig. In unserer Lage könnten wir fast verzweifeln. Aber es gibt noch einige Aussicht auf Rettung und daran klammere ich mich. Wenn wir jeden Augenblick zugrunde gehen können, so können wir auch jeden Augenblick gerettet werden. Aber was sollen wir jetzt machen? Wir werden etwas essen und uns stärken. Ich erstarrte. Wusste doch der Onkel nichts davon, dass wir nur noch Lebensmittel für eine Mahlzeit hatten. Ich würde es ihm sagen müssen. Essen? fragte ich. Aber ja, rief mein Onkel und sprach mit Hans ein paar Worte auf Dänisch. Doch der schüttelte nur den Kopf. Wie? Wir haben die Lebensmittel verloren? Der Onkel sah mich ungläubig an. Glaubst du immer noch, dass wir gerettet werden können? fragte ich. Der Onkel wandte sich ab und sprach kein Wort mehr. Einige Zeit verstrich und inzwischen wurden wir schneller aufwärts gehoben. Manchmal konnten wir kaum atmen, wie die Luftschiffer, wenn sie zu schnell auffahren. Diese haben, je weiter sie in die höheren Luftschichten kommen, mit Kälte zu kämpfen. Doch wir mussten das Gegenteil erleiden. Die Wärme nahm beunruhigend schnell zu. Es war in diesem Moment bestimmt 40 Grad heiß. Was hatte diese Veränderung zu bedeuten? Sollten wir nun in eine Umgebung kommen, wo die Theorie der ansteigenden Hitze tatsächlich zutraf und die Felsen durch die Hitze zerschmolzen? Ich befürchtete es und sagte zum Professor, sind wir nicht ertrunken oder zerquetscht? Sterben wir nicht hungers? So bleibt uns noch immer die Aussicht, lebendig zu verbrennen. Er zuckte nur die Achseln und sank in seine Betrachtungen zurück. Eine weitere Stunde verging und endlich brach mein Onkel das Schweigen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen? fragte ich. Ja, wir müssen zu Kräften kommen. Wenn wir jetzt versuchen, uns den Rest unserer Lebensmittel aufzuheben, werden wir bis zu unserem Ende schwach sein. Ja, bis zum Ende, das nicht auf sich warten lassen wird. Aber wenn sich nun eine Gelegenheit zur Rettung ergibt, wo wir schnell handeln müssen, woher sollen wir dann die Kraft dafür nehmen, wenn wir durch den Hunger geschwächt sind? Verlierst du nie die Hoffnung? rief ich gereizt. Nein, entgegnete der Professor fest. Wie? Du glaubst wirklich noch daran, dass wir gerettet werden? Ja, natürlich. Und ich kann nicht akzeptieren, dass ein Geschöpf mit einem eigenen Willen, solange sein Herz noch schlägt und sein Fleisch noch zuckt, aufgibt. Welch große Worte. Aber was willst du jetzt tun? Wir werden alles bis zum letzten Krümel aufessen, damit wir wieder zu Kräften kommen. Wenn dieses Essen unser letztes sein wird, dann ist das so. Aber wenigstens sind wir wieder satt und gestärkt. Also gut, rief ich. Dann essen wir. Mein Onkel nahm das Stück Fleisch und den Zwieback und teilte es in drei gleiche Portionen auf. Der Professor schlang sein Essen herunter. Ich aß meine Portion ohne Appetit und trotz meines Hungers fast widerwillig. Und Hans kaute ruhig und langsam kleine Stückchen, als gäbe es keine Sorgen. Er hatte noch eine halbe Flasche Wacholder-Brandwein gefunden und wir tranken ihn. Der Brandwein belebte mich wieder etwas. Vortrefflich, sagte Hans, als er getrunken hatte. Vortrefflich, stimmte mein Onkel zu. Ich hatte wieder ein bisschen Hoffnung gefasst. Doch unsere letzte Mahlzeit war nun zu Ende. Es war fünf Uhr morgens. Nach dem Essen versank ich in Gedanken. Ich erinnerte mich an das Haus der Königsstraße. An mein armes Gretchen. An die gute Martha. Mein Onkel untersuchte währenddessen mit der Fackel die Erdarten, an denen wir vorbeifuhren. Ich hörte ihn geologische Worte murmeln. Ausgeworfener Granit, sagte er. Wir befinden uns noch in der Uhrzeit. Aber es geht aufwärts. Er betastete die senkrechte Wand und nach einigen Augenblicken fuhr er fort. Hier ist Gneis. Hier Glimmerschiefer. Gut. Bald wird das Erdreich aus der Übergangsepoche kommen. Und dann … Was wollte der Professor damit sagen? Indessen wurde es immer wärmer und wir schwitzten in dieser glühend heißen Umgebung sehr. Hans, mein Onkel und ich hatten bereits den Großteil unserer Kleider ausgezogen. Fahren wir auf einen glühenden Herd zu? rief ich. Nein, erwiderte mein Onkel. Das ist unmöglich. Aber, sagte ich, während ich mit der Hand die Wand berührte, die Wand ist brennend heiß. In dem Augenblick fasste ich mit der Hand ins Wasser und musste sie schnell herausziehen. Das Wasser kocht auch, rief ich aus. Diesmal antwortete der Professor nur mit einer zornigen Bewegung. Ich griff nach dem Kompass, um zu sehen, wo wir uns befanden und einen Grund für die Hitze auszumachen. Doch er spielte verrückt. Aus dem Krater geworfen. Völlig verrückt. Die Nadel sprang von einem Pol zum anderen. Drehte sich vorwärts und rückwärts. Da vernahm ich ein erschreckendes Getöse. Es klang wie ununterbrochenes Donnergrollen. Ich fürchtete, dass das ein Erdbeben sei und der Granit zusammenstürzen, die Spalte sich schließen und wir jämmerlich zerdrückt werden würden. Onkel, lieber Onkel, wir sind verloren, rief ich. Was hast du denn? Sieh doch nur, die Wände wanken, die glühende Hitze, das kochende Wasser, die irre Kompassnadel, alles Anzeichen für ein Erdbeben. Mein Onkel schüttelte sanft den Kopf. Ein Erdbeben, sagte er. Lieber Junge, ich glaube, da irrst du dich. Aber siehst du denn nicht die Anzeichen? Eines Erdbebens? Nein, das wird etwas viel Besseres. Was meinst du damit? Es wird einen Ausbruch geben, Axel. Einen Ausbruch? Willst du damit sagen, dass wir uns in einem tätigen Vulkan befinden? Ja, und ich glaube, sagte der Professor lächelnd, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Das Beste? War mein Onkel verrückt geworden? Was sollte das bedeuten? Und wieso blieb er dabei so ruhig und lächelte? Wie, rief ich aus. Wir stehen vor einem Ausbruch? Wir werden hinausgestoßen, in die Luft geschleudert, werden mit der brennenden Lava, den Felsblöcken und dem Ascheregen und dieses das Beste, was uns passieren kann? Ja, antwortete der Professor und sah mich durch seine Brille an. Denn es ist unsere einzige Möglichkeit, wieder an die Erdoberfläche zu kommen. Inzwischen kamen wir immer weiter aufwärts. Die ganze Nacht über fuhren wir nach oben und das Getöse um uns wurde stetig lauter. An einem Ausbruch war nicht mehr zu zweifeln. Offenbar befand sich unter dem kochenden Wasser unter unserem Floß eine große Masse Lava mit vielen Felsbrocken, die aus dem Kratergipfel in alle Richtungen gespuckt werden würden. Ich fragte mich, was das für ein Berg sein könne und an welcher Stelle auf der Erde wir ausgeworfen werden würden. Sicherlich irgendwo im Norden. Befanden wir uns wieder unter Island? Würden wir durch einen der sieben feuerspeienden Berge der Insel ausgeworfen werden? Oder durch einen anderen Vulkan in einem Umkreis von 800 Kilometern an der Nordwestküste von Amerika? Ostwärts auf der Insel Mayen unweit Spitzbergens? Gegen Morgen beschleunigte sich unser Aufstieg nochmal. Eine ungeheure Gewalt drängte uns an die Erdoberfläche. Bald bemerkte ich rechts und links tiefe Gänge in der Wand, wie große Tunnel, aus denen Dunstwolken und Flammen züngelten. Sieh doch, Onkel, rief ich. Das sind Schwefelflammen. Das ist bei einem Ausbruch ganz natürlich. Aber werden sie uns nicht verbrennen oder ersticken? Wir werden nicht ersticken. Sieh mal, der Tunnel wird nach oben hin weiter. Aber das Wasser, es steigt doch an. Da ist kein Wasser mehr, Axel. Nur noch die Lava, die uns bis zur Mündung des Kraters emporschiebt. Es um uns. Die Temperatur war jetzt unerträglich und ein Thermometer hätte wohl über 70 Grad gezeigt, denn der Schweiß rann mir aus allen Poren. Nur das schnelle Aufwärtsfahren bewahrte uns vor dem Ersticken. Gegen 8 Uhr morgens stoppte die aufsteigende Bewegung plötzlich. Das Floß hielt einfach an. Was ist das? Gibt es doch keinen Ausbruch? Ich versuchte, mich umzuschauen. Vielleicht steckte das Floß an einem Felsvorsprung fest und stoppte so die ausbrechende Masse. In diesem Falle mussten wir uns beeilen, es so schnell wie möglich frei zu machen. Doch das war nicht der Grund. Die Masse aus Asche, Lava und Steingeroll hatte selbst aufgehört zu steigen. Beruhige dich, Junge. Diese Pause wird nicht lange dauern. Es sind schon fünf Minuten vergangen und es wird bald weitergehen. Während er sprach, beobachtete der Professor unablässig seinen Chronometer und er sollte mit seinen Vermutungen Recht behalten. Bald setzte sich das Floß wieder in Bewegung, die etwa zwei Minuten anhielt. Gut, sagte mein Onkel und sah dabei auf die Uhr. In zehn Minuten geht es weiter. In zehn Minuten? Ja, wir haben es mit einem Vulkan zu tun, dessen Ausbrüche mit Unterbrechungen vor sich gehen. Auf die Minute wurden wir von Neuem mit äußerster Schnelligkeit nach oben gestoßen. Wir mussten uns am Mast festklammern, um nicht vom Floß geschleudert zu werden. Dann stoppten wir wieder. Wie oft sich das noch wiederholte, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir bei jeder neuen Bewegung mit zunehmender Gewalt emporgeschoben wurden. Während der Pausen wären wir fast erstickt und allmählich verlor ich die Besinnung. Ohne Hans starke Arme hätte ich mir mehr als einmal den Schädel an der Granitwand zerschmettert. Ich kann mich daher an die folgenden Stunden nicht so genau erinnern. Mir stehen Bilder von unaufhörlichem, donnerartigem Getöse, von der Erschütterung des Felsens, von einer kreiselartigen Bewegung, die das Floß ergriff vor Augen. Wir schaukelten über Lavawellen inmitten eines Aschenregens, umgeben von züngelnden Flammen. Ein Orkan, als käme er aus einem unterirdischen Blasebalg, fachte die Feuer an. Zum letzten Male sah ich Hans Gesicht im Schein des Feuers. Und dann war es, als hätte man uns vor die Mündung einer Kanone gebunden und einen Schuss abgefeuert. Stromboli Als ich die Augen aufschlug, spürte ich, wie eine kräftige Hand mich hielt. Es war Hans Hand. Mit der anderen stützte er meinen Onkel. Ich war nicht schwer verwundet, doch ganz schwach. Ich lag am Abhang eines Berges, zwei Schritte von einem Abgrund entfernt. Hans hatte mich gerettet, bevor ich über die Seitenwand des Kraters gerollt war. Wo sind wir? fragte mein Onkel, der mir sehr aufgeregt schien, dass er wieder auf die Erde zurückgekommen war. Der Jäger zuckte mit den Achseln. In Island? sagte ich. Nee, erwiderte Hans. Wie? Nein? rief der Professor. Hans irrt sich, sagte ich und stand auf. Ich erwartete einen schneebedeckten Kegel zu sehen, mitten in kahlen Bergen und Gletschern der nördlichen Gegenden. Doch das Gegenteil zeigte sich. Wir lagen am Abhange eines Berges, der von der Sonne ausgetrocknet war. Der Professor sprach als erster. Wirklich, das sieht nicht aus wie Island. Vielleicht ist es die Insel Mayen, fragte ich. Auch die nicht, lieber Junge. Es ist kein Vulkan des Nordens. Schau, Axel. Höchstens 150 Meter über unseren Köpfen befand sich der Krater eines Vulkans, aus dem im Viertelstundentakt eine hohe Flammensäule, vermischt mit Bimsstein, Asche und Lava mit lautem Getöse hervordrang. Über den steilen Abhang des Vulkans ergoss ich die Lava mehrere hundert Meter in die Tiefe. An seinem Fuß konnte ich grüne Bäume, darunter Feigen, Oliven und Reben voll roter Trauben erkennen. So sehen keine nordischen Länder aus. Das musste ich zugeben. Die grünen Wälder waren von einem wunderschönen Meer umgeben, und im Osten sah man hinter einigen Häusern einen kleinen Hafen, in dem Schiffe auf azurblauen Wellen schaukelten. Weiter draußen ragten Inselgruppen aus dem Meer hervor. Nördlich schimmerte eine unendlich weite Wasserfläche in der Sonne. Wo sind wir? fragte ich leise, noch ganz ergriffen von diesem wunderschönen Ausblick. Mein Onkel hatte keinen Sinn dafür. Wie auch dieser Berg heißen mag, es ist hier ein bisschen heiß. Der Ausbruch ist doch nicht zu Ende und wir sollten nicht riskieren, einen Felsblock auf den Kopf zu bekommen, wo wir gerade eben erst einen Ausbruch überlebt haben. Wir wollen hinabsteigen. Dort werden wir erfahren, wo wir sind. Außerdem habe ich Hunger und Durst. Der Abhang des Vulkans war sehr steil. Wir rutschten in Schluchten voll Asche, indem wir den Lavaströmen auswichen, die wie feurige Schlangen den Berg hinabflossen. Wir sind in Asien, rief ich aus. An der Küste Indiens. Wir sind einmal durch den Erdball gefahren. Aber die Magnetnadel, sagte mein Onkel. Wenn wir ihr glauben, sagte ich verlegen, dann wären wir die ganze Zeit in den Norden gefahren. Also hat sie etwas Falsches angezeigt? Ja, sofern nicht hier der Nordpol ist. Währenddessen näherten wir uns der grünen Ebene. Hunger und Durst quälten mich. Zum Glück erreichten wir nach zwei Stunden Fußmarsch ein Feld voller Oliven und Granatapfelbäume und Weinreben. Es sah aus, als gehörten sie niemandem, und wir aßen so viele der saftigen Früchte und der roten Trauben, bis wir satt waren. Nicht weit entfernt unter einem Baum, fanden wir eine kalte, sprudelnde Quelle, an der wir uns erfrischten. Als wir uns im Schatten des Baumes ein wenig ausruhten, tauchte ein Junge zwischen den Olivenbäumen auf. Es war ein ärmlich gekleideter Junge, der sich bei unserem Anblick sehr erschreckte. Und wirklich, wir mussten furchtbar aussehen mit unseren wilden Bärten, nur halb bekleidet und schmutzig. Der Junge wollte schon schreiend davonlaufen, doch Hans hielt ihn fest. Mein Onkel versuchte ihn zu beruhigen und sprach ihn auf Deutsch an. Wie heißt dieser Berg, Kleiner? Keine Antwort. Gut, sagte mein Onkel, in Deutschland sind wir nicht. Er stellte dieselbe Frage auf Englisch. Der Knabe antwortete auch darauf nicht. Ist er vielleicht stumm? rief der Professor und stellte ihm dieselbe Frage auf Französisch. Wieder keine Antwort. Versuchen wir es mit Italienisch, fuhr mein Onkel fort. Wo sind wir? Da sagte der Junge, Stromboli, machte sich von Hans los und lief durch den Olivengarten davon. Stromboli. Wir befanden uns also am Mittelmeer. Stromboli, Stromboli, rief ich, hinabgestiegen durch einen Vulkan in die Erde und durch einen anderen wieder heraus und der über 1900 Kilometer vom Sneefelsjökul entfernt ist. Von den Regionen des ewigen Schnees durch die Felsen in die des ewigen Grüns unter den Himmel Siziliens. Nach einer weiteren Stärkung aus Obst und frischem Wasser machten wir uns auf den Weg zum Hafen von Stromboli. Es schien uns klüger, niemandem zu sagen, wie wir auf die Insel gekommen waren. Abergläubische Seelen hätten uns für Teufel gehalten, die der Hölle entstiegen waren. Deshalb gaben wir uns für Schiffbrüchige aus. Unterwegs hörte ich meinen Onkel murmeln, aber die Magnetnadel, die Magnetnadel hat auf Norden gezeigt. Wie ist das zu erklären? Ende Eine Stunde, nachdem wir das Olivenwäldchen verlassen hatten, kamen wir im Hafen Santo Vincenzo an. Die Fischer nahmen uns sehr fürsorglich auf, so wie man es mit Schiffbrüchigen tut. Sie schenkten uns Kleidung und Lebensmittel. Und nachdem wir 48 Stunden gewartet hatten, brachte uns ein kleines Boot nach Messina, wo wir uns einige Tage ausruhten und erholten. Am Freitag, den 4. September, bestiegen wir ein Postboot und erreichten nach drei Tagen Marseille, ohne weitere Sorgen zu haben als die verdammte Magnetnadel. Am 9. September erreichten wir am Abend Hamburg. Martha und Gretchen freuten sich und jubelten. Du bist nun ein Held, sagte meine liebe Braut, und brauchst mich nicht mehr zu verlassen, Axel. Dass die Rückkehr des Professors Liedenbrock nach Hamburg aufsehen erregte, versteht sich doch von selbst. Durch Marthas Rätseligkeit hatte sich die Nachricht von seiner Abreise zum Mittelpunkt der Erde überall verbreitet. Daran geglaubt hatte niemand. Und als man ihn jetzt wieder sah, glaubte man es noch viel weniger. Jedoch durch die Anwesenheit unseres Hans und einige Nachrichten, die aus Island eintrafen, änderte sich allmählich die öffentliche Meinung. Hamburg gab uns zu Ehren ein Fest. Im Johanneum fand eine öffentliche Sitzung statt, in der der Professor von unserer Reise berichtete. Und noch am selben Tag brachte er Sagnus Sams Dokument in das Stadtarchiv und erklärte bedauernd, dass ihm die Umstände nicht erlaubt hätten, die Spuren des isländischen Reisenden bis zum Mittelpunkt der Erde weiter zu verfolgen. Die glückliche Zeit der großen Ehren wurde dennoch getrübt, denn Hans hatte großes Heimweh und verließ Hamburg. Farol, sagte er eines Tages, und nach diesem einfachen Abschied reiste er zurück nach Reykjavik. Wir waren darüber sehr traurig, denn wir hatten ihm unser Leben zu verdanken. Wir würden ihn für immer in Erinnerung behalten. Zum Schluss möchte ich noch berichten, dass diese Reise zum Mittelpunkt der Erde ungeheures Aufsehen in der ganzen Welt erregte. Der Bericht darüber wurde in alle Sprachen übersetzt und gedruckt. Mein Onkel hatte das seltene Vergnügen, noch zu seinen Lebzeiten Ruhm zu ernten. Doch trotz der vielen Ehrungen quälte ihn eine Sache immer noch. Die unerklärliche Magnetnadel. Eines Tages, als ich eine Sammlung Mineralien in seinem Arbeitszimmer ordnete, fiel mein Blick auf diesen merkwürdigen Kompass, den wir seit sechs Monaten nicht mehr benutzt hatten, und ich beobachtete ihn. Unglaublich, was ich sah. Ich schrie laut auf. Der Professor kam herbeigelaufen. »Was ist los?«, fragte er. »Der Kompass. Seine Nadel weist auf Süden und nicht auf Norden.« »Was sagst du? Sieh doch! Die Pole sind umgekehrt!« »Umgekehrt?« Mein Onkel untersuchte den Kompass und sprang vor Aufregung durch das Zimmer. »Also«, rief er aus, sobald er sich beruhigt hatte und widersprechen konnte, »hat die verdammte Nadel seit unserer Ankunft im Kap Sagnussem auf Süden statt auf Norden gezeigt.« »Offenbar.« »Das erklärt so einiges.« »Doch wie konnte es zur Umkehrung der Pole kommen?« »Ganz einfach. Als während des Sturmes auf dem Meer Liedenbrock die Kugel das Eisen des Floßes magnetisierte, ist unsere Nadel ganz einfach durchgedreht.« »Ganz einfach«, rief der Professor lachend. »Dann hat uns also einfach die Elektrizität einen Streich gespielt.« Von diesem Tag an war Professor Liedenbrock der glücklichste und berühmteste Professor aller wissenschaftlichen, geografischen und mineralogischen Gesellschaften der ganzen Welt. »Dann't.« »Dannoyat« Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020